Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe gerade eine ganze Weile ins Leere gesprochen. Ich hoffe, jetzt spreche ich auf meinem Kanal. Zumindestens... Ach, bitte ne. Ich sehe, dass ich live bin, aber mein Stream-Manager auf dem Handy sagt, ich bin noch nicht live. Aber, ähm, ja, dann gucke ich mir halt meinen Stream selber auf dem Handy an. Das ist auch ein bisschen seltsam, aber zumindestens sehe ich erst mal ein Bild. Und ich höre mich auch. Aber die Verzögerung ist deutlich schlimmer als beim letzten Mal, aber, na gut, das ist jetzt halt so. Zumindestens sehe ich erst mal was und ich scheine wirklich live zu sein. Das ist immerhin etwas besser als die fünf Minuten vorher, wo ich einfach gar nichts Gesagten gewusst habe. Jetzt müsste ich doch mal hier irgendwie in meinen Stream-Manager reingehen. Okay, da steht, dass ich live bin. Okay, Chat hat noch niemand was geschrieben. Zuschauer sind auch null. Ich zähle jetzt zwar anscheinend nicht, da ist mein eigener Zuschauer. Ist auch nicht so schlimm. Und, ähm, das hier nehme ich sowieso alles fürs VOD auf YouTube auf. Weil momentan guckt mir E-Kreut noch keiner zu. Deswegen macht das alles noch gar keinen Sinn. So, das hier sind Update-News. Die kenne ich schon. Ich muss mich erst mal wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, okay. Das sieht sehr seltsam aus. Ich weiß, dass es zwischendurch ein Update gab, ein größeres. Ähm, von daher... Das könnte jetzt tatsächlich sogar was zu einem Update dazugehören. Ähm, nö, das sieht nicht so aus. Ich mach das erst mal zu hier. So, der heutige... Das heutige Thema... Ich muss mich erst mal an die Steuerung wieder gewöhnen. Äh, das heutige Thema ist Basenbau. Ich hab ja hier dieses Provisorium, was so einigermaßen okay funktioniert. Aber so richtig zufrieden bin ich trotzdem nicht. Also wir produzieren ein bisschen Mais. Ich hab gar keine Ahnung. Ich glaub, da ist einfach noch gar nichts drin. Das hier funktioniert nicht, weil... Das hier könnte sein, dass das auch nicht funktioniert. Weil irgendwann mal zwischendurch doch irgendwie ein Samen verloren gegangen ist. Und deswegen... Ja... Reduziert sich das Gehen null. Das ist ein bisschen schade. Aber... Das ist jetzt erst mal so. Damit müssen wir leider leben. So. Ich bin erst mal hier wieder zum Gegner zu mir. Und will mich umbringen. So, ich glaube, dieser... Äh, das Ding hier leitet ein bisschen unter Termiten. Das ist ein bisschen schade. Aber... Okay, was produzierst du? Du produzierst... Äh... Honig... Bienenwachs... Erde... Okay. Ähm... Bienenwaben... Waden... Und ab und zu war eine Königin. Königin ist eigentlich mit das am wichtigsten. Wir gucken gleich mal, was die Königin geben. Und da oben fliegt eine Biene. Ich glaub, die will ich auch erst mal haben. Jetzt fliegt die... Die hat ganz schön... Okay, eine Drohne. Aber... Eine Drohne mit neuen Eigenschaften. Können wir gleich mal gucken, was die Drohne so drauf hat. Können gleich mal die hier alle danach kippen. So. Angeblich streame ich noch. Immer noch keine Zuschauer. Aber das ist ja okay. So, was kannst du? Ähm... Das sieht doch erst mal auf den ersten Blick ganz gut aus. So ein Breeding Rate ist natürlich furchtbar. Na, das könnte besser sein. Gebe ich zu. Bei dir hier. Ja und nein. Und Breed Rate ist eins höher. Aber alles andere ist ein bisschen schlechter. Wie sieht's mit der Lebensspanne aus? Okay, die Lebensspanne. Ah, okay. So, ich sammle nochmal hier meine Rohstoffe ein. Naja, am Anfang haben wir jetzt eh noch nicht so viele Bienen. Von daher... Nehmen wir erstmal alles, was wir haben. Und züchten dann langfristig. Also sortieren wir langfristig ein bisschen mehr aus. Und das hier, das ist doch... Ähm... Die liebt ein bisschen länger. Base Production ist sehr, sehr nice. Mal sehen. Dorn Taffniss ist von der ein bisschen besser. Aber ansonsten würde ich sagen... Die obere gewinnt doch einfach mal. Und die untere... Ja, es kommen mit der Zeit sehr, sehr viele Bienenkönigin zusammen. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht jede erhalten. Erhalten. Dann... Hol ich mir lieber noch... Äh... Weiß nicht. Wie Worts, die ich... Für die Bienenkönigin haben könnte. So. Tun wir hier die rein, die ich je nicht wirklich haben will. Hoffentlich kann ich mir das so merken. Oder wenn uns langsam, aber sicher die... Die Bienenköniginnen ausgehen. So, hier sind die... Die richtigen drin, glaube ich. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich die ganzen aussortiert, die ich nicht mehr haben wollte. Und die sieht okay aus. Die sieht auch okay aus. Die... Die ist eigentlich so von der Wertigkeit wie die andere, die ich gerade aussortiert habe. Die ist super. Die ist auch super. Die hier ist super, weil die in der hohe Drohnen und... Bienenkönigin... Äh... Äh... Hier... Bawning Raid hat. Können wir erstmal ein bisschen... Oh, Moinsen. Dein Mikrofon ist ein bisschen leiser. Beziehungsweise der... Wohnt von Starbound zu laut. Okay. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich einfach lauter ins Mikrofon geschrien, weil... Ich habe an meinen Einstellungen jetzt leider nichts verändert. Das tut mir leid. Wahrscheinlich... Saß ich gerade ein bisschen zu bequem auf dem Sofa. Es ist jetzt besser, wenn ich ein bisschen ins Mikrofon schreie. Beziehungsweise den Starbound-Sound kann ich ja auch... Ähm... Den kann ich leiser machen. Beziehungsweise das ist auch vielleicht nur das eine Lied gewesen. Das ist immer ein bisschen lauter als die restlichen. Das glaube ich nämlich auch gerade. Mal sehen. Ähm... Das war die, die ich so mittelmäßig fand. Die vergleiche ich nochmal mit der, die ich hier so ein bisschen extra hingelegt habe. Mal das. Ja, hier ist zumindest die Bienenkönigin-Breeding-Rate ziemlich hoch. Aber insgesamt nehmen die sich nicht sehr viel. Dann ist das mal die zweite Wahl erstmal. Du kannst in OBS den Sound leiser machen. Kann nicht. Aber... Ähm... Ach, was soll's. Ich gehe mal hier kurz raus. Ich hoffe, dass das stört jetzt nicht. Dann gucken wir mal kurz in OBS rein. Audio-Mixer. Desktop-Sound ist tatsächlich... Ähm... Warum funktioniert das nicht? Jetzt funktioniert's. Machen wir das mal hier so einen Schritt... Leiser. Und... Ich hoffe, das tut euch jetzt nicht weh. Aber ich mache mal das hier bis zum Anschlag. So. Dann gehen wir wieder in Starbound rein. So. Und ich hoffe, das hat jetzt... Mach minus drei. Was ist minus drei? Das habe ich leider ein Stückchen zu spät gelesen. Was da zwei Regler macht. Minus drei. Ich mache das gleich. Nachdem... Das hier geladen hat. Na? Achso, hier habe ich wieder eine andere Tastenbelegung. So. Ich habe zwei Regler. Ähm... Wenn ich hier reingehe vielleicht... Wo ist denn der zweite Regler? Bei Desktop. Ähm... Vielleicht Filters. Da wollte ich jetzt eigentlich nichts einstellen, weil der... Der Ding jetzt eigentlich ganz gut ist. Hier wird nichts direkt angezeigt, wenn ich da drüber hover, oder? Oder meinst du hier die minus dreißig? Minus dreißig, das könnte eigentlich ganz gut klappen. Ähm... Das Ganze ist ja so eingestellt, für mich zumindestens. Ähm... Dass es für mich auf dem Kopfhörer ganz gut ist. Mit... Hier habe ich Volume 32%. Okay. Also theoretisch... Sollte ich hier so auch ungefähr für... 30% abschätzen. Ich mach's mal auf so... Ja, du hast minus 3 gesagt. Ich würde mal das hier abschätzen. Dann mach ich mal hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, das ist dann... Ähm... Für dich besser. Nein, zu leise. Okay. Mikro auf minus 1. Ah, sorry. Das wird man gleich feststellen. Ich hör's ja leider nicht. Beziehungsweise du hörst es ja jetzt gerade. Ähm... Ich mach mal mein Mikrofon dann gleich wieder leiser. Das hab ich auch gemerkt. Wenn ich's zu hoch eingestellt hab, dann... Gibt's ab und zu so Störgeräusche, die mitgenommen werden. Achso, und ich seh grad, die Position von meinem Mikro war nicht richtig. So. Kannst du noch was vom Spielsound hören? Das ist ja nämlich auch relativ... Aber daran wollte ich jetzt eigentlich nichts ändern. Wobei, gerade geht's. Na, dann lassen wir das erstmal so. So, hier hab ich jetzt noch, äh... Gerade ein Gewitterdings gehört. Ähm... Passt. Ich hoffe, das ist jetzt aufs Spiel bezogen. Ah, hier ist noch eine neue Königin. Eigentlich könnte ich die ganzen Stream jetzt über nur Königin analysieren. Und das wäre sogar einigermaßen sinnvoll, weil ich dann diese Gene krieg. Aber ich wollte ja eigentlich schon mal was anderes hier machen. Heute soll eigentlich Basen baufen. Ähm... Ja, zur Zeit ist besser. Das klingt doch super. Dankeschön. Ähm... Base Production 0. Du fliegst... Du bist nicht meine zweite Wahl. Du fliegst direkt raus. Du wirst jetzt hier leider in der... Handmühle verarbeitet. Ich glaub, das hab ich beim letzten Mal auch gemacht. Dass ich... Einfach Sachen in die Handmühle geschmissen hab, was mir nicht so gepasst hat. So. Und da hab ich grad noch die Drohne gesehen. Die Drohne würde ich mal... Die fand ich jetzt auch nicht so besonders. Aber die hat eine coole Drohnen-Toughness. Von daher gibt es... Da ist die jetzt auch mal zweite Wahl. So ist... Ah, hier sind sie jetzt gestorben. Das tut mir jetzt leid für die Arme. So. Das war noch eine wilde Honeyqueen. Die haben andere Werte, als ich das gewohnt bin. Das ist ein bisschen verwirrend für mich, ehrlich gesagt. Aber ich tu dich mal hier rein. Dann da. Und dann solltest du anfangen, jetzt... Äh... Hier Honeyqueen-Drohnen zu bauen. Oder zu produzieren. Genau. Die erstmal deinen Werten entsprechen. Und dann mit der Zeit gibst du auch ein paar... Äh... Dingens ab. Ein paar... Honeyqueen... Äh... Ja, Honeybee-Queens, meine ich damit. So. Ich fäll mal erstmal ein paar Bäume. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz in der Folge. Äh... Habe ich gerade ein bisschen den Schnee gefällt? Anscheinend... Anscheinend geht das ein bisschen. Also... Spieletechnisch wird das ja alles ungefähr gleich verwendet. Und es könnte sogar sein, dass ich aus Versehen den... Den... Springbok hier... Verletze mit der Kettensäge. Aber zur Zeit verletzt er mich nur. Nee, der... Ach, dann scheint das eher sowas wie ein Meta-Manipulator zu sein. Und ich habe langsam Hunger wieder. So. Einer wechseln. Nein, einer fehlt noch. Der muss noch auch dran glauben. So, jetzt wird's eh Nacht. Und noch einmal drüber fahren. Das sollte es dann sein. Das Ding nervt. Mir leid. Meister Springbok. Ähm... Ich glaube, ich habe da jetzt nichts draus bekommen. Können wir hier alles ernten. Ähm... Ist hier schon wieder ein bisschen Wasser drin. Ja. Ähm... Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Achso, ich wollte meine Äpfel in den Kühlschrank. Und dann wollte ich... Erstmal so ein bisschen was essen hier. Okay. Und... Mh... Restrien, Fresh und so weiter. Die müssten jetzt alle noch relativ, äh, Fresh sein. Eigentlich kann ich alles da reinschmeißen. Ach, komm. Ach, das kann auch gerade rein. So, das Fleisch ist eventuell nicht mehr so gut. Das ist vielleicht schon eine... Längere Weile in meinem Inventar. Und es sind ganz schön viele Äpfel hier. Also ein Bunch von Äpfeln entspricht so ungefähr... So der Ernte von... Einen Baum, weil die alle gleichzeitig gefällt wurden. So, schmeiß die mal alle zusammen. Der Reis bleibt hier drin. Oh Gott, so viele Äpfel schon. Ich nehme mal die Hälfte. Dann habe ich immer noch viel zu viele. Und daraus mache ich jetzt nochmal Dünger. Oder kann ich die auch in den, äh... Sozusagen entsaften? Kann ich die hier in die Händen mehr reinschmeißen? Erstmal nehme ich das mit. Passiert da was? Okay, da passiert was. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Darf mal fragen, wie alt du eigentlich bist. Äh, ja. Sag ich das jetzt? Äh, ich bin schon über 30. Oh, Mulch. Das ist ja viel einfacher und viel schneller, als wenn ich das einfach verfaulen lasse. Und langfristig ist das eigentlich auch gar keine schlechte Idee, weil ich habe ja hier zwei Dinger, die eh nicht mehr so richtig produzieren. Der hier produziert nicht mehr richtig und... Doch, die beiden produzieren noch hier unten, aber die hier oben produzieren nicht mehr. Und wenn die minus eins nur noch brauchen... Dann... Ähm... Dann wäre das doch eigentlich super. Das wird jetzt eine Ewigkeit dauern, bis der fertig ist. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht nochmal ein zweiter Handmill bauen. Aber... Ich glaube, das mache ich auch. Achso, Handmill wird wahrscheinlich hier zu bauen sein. Das merke ich mir doch nicht. Ähm... Ja, komm. Die Rohstoffe haben wir jetzt. Baue ich jetzt erstmal eine zweite, damit wir langfristig... Auch ein bisschen mehr quainten können. Ja, jetzt... Idiot. So, hier will ich die hinsetzen. Geht das? Das geht. Hoffentlich merke ich mir, dass die hier auch hier steht. Was... Was könnte ich noch quainten? Ähm... Das hier wollte ich mir noch aufheben für ein bisschen Glas. Das wollte ich eventuell noch zu... Äh... Dingens machen, zu Obsidianen. Aber Obsidianen müsste ich eigentlich auch kriegen, wenn ich Lava und Wasser miteinander verbinde. Ein bisschen Lust, jetzt hier Lava drauf zu kippen. Aber das könnte eventuell den Hintergrund, also den Schnee schmelzen. Das wäre auch ein bisschen blöd. Achso, ich wollte doch mal eine... Äh... Pumpe bauen. Wie hießen das? Irgendwas mit... Query Pump. Achso, ich habe die Äpfel genommen, aber ich habe sie nicht gegessen. Ähm... Wir haben noch diese Äpfel. Da gehe ich mal kurz... In das Menü. Ähm... Scheint, dass brauchst du zwei Äpfel nur ein Mulch in... Brauchst du zwei Äpfel für ein Mulch in der Händmüll. Ja, das ist... Oh, ich bin aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt... Äh, gekommen. Jetzt habe ich hier den Luftbuff an. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Unsere Figur hat von Anfang an eine aktive Tech. Die dafür sorgt, dass ich noch weniger Fallschaden nehme und ein bisschen durch die Luft gleite, aber dafür habe ich jetzt ein konstantes Energieproblem. Das ist ein bisschen nervig. Das will ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Ähm... Ich wollte hier eine Pumpe bauen. Popper Pump. Laser Diode und Elektromagneten brauche ich dafür. Eventuell ist das hier noch... Ja, Elektro... Laser Dioden gibt es gleich mehrere. Elektromagneten, glaube ich, brauchte ich vier. Und dann dürfte ich das Ding jetzt schon bauen können. On-Off, Compression, Item Network, Unused. Okay. Brauche ich eine Compression dafür? Ich kenne das eigentlich noch so. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich setze das Ding jetzt einfach irgendwie hier drauf. Kann ich das einfach... Ah, ich kann das hier sozusagen an... Äh... Hier an... An das Ding setzen. Und dann... Bewegt sich das so langsam, aber sicher nach unten. Und dann kann ich hier reingucken und... Ja, dann saugt er hier so langsam, aber sicher das Wasser ab. Das dauert ein bisschen, aber... Dann... Passiert das jetzt mal mit der Zeit. Ja. So wollte ich das eigentlich. Müsste ich von hier aus hier rankommen? Ja. Falls der ein bisschen doch mehr was absaugt. Habe ich das jetzt erst mal. Ähm... So, wie viel Mulch habe ich jetzt schon? 26. Das... Da könnte man mal gucken, ob... Ähm... Was wollte ich eigentlich haben langfristig? Äh... Die Kartoffeln. Ob ich jetzt wieder Kartoffeln produzieren kann? Mit den beiden. Ja. Das funktioniert schon mal. So, jetzt ist die Pumpe einen Schritt nach unten gegangen. Ah, sehr schön. Äh, wie sieht es mit der anderen Pumpe aus? Also die Dauerpumpe hier. So. Hm. Jetzt könnte man mal langsam... Ah, die... Die Eigenschaften, wenn ich jetzt so schwebe, das... Äh... Ist jetzt nicht so schlimm, aber das stört mich schon ein bisschen. Erstmal... Habe ich eine Fernwaffe irgendwie? Nee. Ich muss... Im Nahkampf gegen den kämpfen. Oh, Facemater. Immerhin. So, ich wollte den hier... Äh... Den ganzen Berg hier abbauen. Naja. Stirb. Ah, das funktioniert leider nicht so. Jetzt... Jetzt sterbe ich fast an dem... Kleinen Typen hier. Und alles nur, weil ich keinen Heil-Buff kriege. Ah, jetzt... Jetzt ist das Fliegen vorbei, glaube ich. Hm... Doch noch nicht. Muss ich mal kurz hier schlafen. Weil die Energie ist auch ganz schön niedrig. So, das dann. Und dann so Stück für Stück den Berg abtragen. Und da wollte ich dann die... Festung... Nein, nicht wirklich eine Festung, aber eine Basis hinsetzen. Die dann ein bisschen langfristiger ist. Und rechts kommt dann mehr so... Landwirtschaft hin. So, das ist wieder ein Springbock. Und so ein... So ein Geisterviech. Das will ich aber nicht triggern. Na. Ich will das hier haben. So. Da kann ich auch die Kettensäge nehmen. Also geht das ein bisschen schneller hier. So, und jetzt geht's damit weiter. Ja, ich scheine einigermaßen Vordergrund und Hintergrund gleichmäßig abzutragen. Das war mir wichtig. Ich hatte schon Angst, dass das nicht so gut funktionieren wird. Aber... Bis jetzt sieht das doch ziemlich gut aus. Ne? Sieht das nur so aus, oder ist es hier noch... Achso, ich hab keine Energie mehr. Achso, weil ich immer noch diesen... Diese Technik drin hab. Na komm, weg damit. Aha, der Springbock wird gleich wütend sein, wenn ich ihn mit dem Laser abfeuere. Halt, hier, hier, die hier oben. Müsst auch noch weg. Hm, ich seh grad ein paar Blöcke, die schon im Hintergrund schweben. Das ist doof. Zum Glück ist das hier alles nur Schnee. Das lässt sich auch... Notfalls alles mit dem Meta-Manipulator... Ähm... Gut entsorgen. Aber... Schön wär's gewesen, wenn's trotzdem ein bisschen schneller geht. Vor allen Dingen, weil ich dann hier die rechte Taste brauch. Die sowieso ein bisschen schwieriger ist bei mir. Komm ich da hin? Ne. Muss ich mal provisorisch hier ein paar... Platten hinbauen. Aber auch treffen. Hier. Ich wollte grad fragen, warum geht das nicht? Aber... Es geht schon. Ich brauch bloß ein bisschen mehr Geschick. So. Na komm. Spring weiter. Das... Äh... Du wirst dich hier nicht verletzen. So. Theoretisch hat das hier jetzt keinen Support mehr. Deswegen legen wir mal bei das Brett ab, auf dem wir selber stehen. Und ich seh grad im Hintergrund, da war noch was. Toll. Komme ich da ran? Na, an das eine kam ich ran. Ähm. Dann mach ich jetzt mal folgendes. Bis hierhin reicht der Meta-Poleta. Versuche ich einfach im Spring das jetzt grad wegzumachen. Das funktioniert tatsächlich. Ja, okay. So. Ich überlege ernsthaft, ähm... Diese Meta-Manipulator... Äh... Module. Für... Den richtigen Meta-Manipulator zu benutzen. Einfach um ein bisschen eine größere Range zu haben. Oder eine größere Fläche. Weil das... Das hier dauert schon ein bisschen. Auf der anderen Seite... Es ist nur Schnee. Oder das geht eigentlich noch. Aber das hier geht vor allen Dingen auch noch mit dem hier. So. Schön, dass ein bisschen Hintergrund auch noch verstört wird, wenn ich... Den Vordergrund abbaue. Ähm... Das war nicht relativ günstig. Ähm... Was brauchst du, um den Laser zu verbessern? Achso. Um den Laser zu verbessern, braucht man in der Version auch nur noch Elektro... Äh... Meta-Manipulator-Module. Äh... Früher war es so, dass man da allerhand Materialien brauchte. Und ich habe das auch öfters mal bis zu einem Punkt gespielt, wo ich dann auch irgendwie... So ein bisschen... So am Zweifeln war. Lohnt sich jetzt noch das nächste Upgrade angesichts der vielen Sachen, die man da reinstecken muss. Aber... Ähm... So wie es jetzt gestaltet ist, finde ich das eigentlich noch machbar. Vom Aufwand her. Na komm. Wird halt immer teurer, aber man hat auch langfristig was davon. Und wo ich noch nicht Bescheid weiß, ist, ob ich mir die Module herstellen kann. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit. Es gibt ja auf dem ersten Planeten, ich wollte gerade sagen auf der ersten Insel, gibt es ja hier diese Höhle, was sozusagen der Abschluss der Tutorial-Mission ist auf dem Planeten. Wo man die Verbindung zu dem Haupt-Hub kriegt, also zu dem Außenbosten, zu dem normalen. Und die könnte man ja durchspielen und immer wieder spielen und sich da die Module aggrinden. Dann wäre das relativ einfach. Ähm... Die Frage ist, äh... Zählt das schon als Betrug oder geht das noch im Rahmen der... Der selbst auferlegten Regeln? Da bin ich mir selber noch nicht so sicher, ob ich das so machen möchte oder nicht. So, hier unten. Ja, hier... Hier wird es vielleicht ein bisschen nervig, den Hintergrund abzubauen, aber wir sind ja noch hier oben. Ähm... So... Okay, als Waffe nutzt das Ding überhaupt nichts. Ich habe schon wieder Hunger. Ich werde mich gleich mal um die zwei hier kümmern. Dann werde ich was essen. Ähm... Wie geht es denn eigentlich meinen Äpfeln, beziehungsweise dem Mulchen? Wir haben ja... Jetzt ein paar in die Handmill reingegeben. Ja, 49. Das sollte jetzt reichen für die... Nächste Produktion hier. Wasser ist hier eigentlich noch mehr als genügend drin. Wie sieht es denn hier aus? Ähm... Sieht das mal gut aus? Das wächst jetzt halt so langsam und gemächlich. Das können wir mal wieder einsammeln. Und hier... Das ist immer so ganz knapp dran. Ich würde hier ehrlich gesagt auch mal Mulch reintun. Achso, hier, hier. Das war ja der zweite. Hm. Ich könnte ja nochmal fällen. Inzwischen müssten die ja wieder nachgewachsen sein. Ja. Hier ist auch noch... Hier ist auch schon wieder alles nachgewachsen. Ne, nicht alles, aber vieles. Wie sieht es denn hier drin eigentlich aus? Ähm... Drohnen. Oh, die produzieren andere Sachen. In der Kombi. Auch gut zu wissen. Plantmeta... Okay. Cool. Ähm... Ich lege mal die Drohnen hier hin. Dann nehme ich mal Stück für Stück hier alles raus. Und dann will ich mal wissen, was die wirklich produzieren. Okay, Honig produzieren sie. Macht eigentlich auch Sinn. Hier produzieren die einfach Erde. Das finde ich auch lustig. Was ist denn überhaupt die Base Production von euch beiden? Du bist nur bei 1. Du bist bei 3. Und hier kommt nochmal 0,5 dazu. Hm... Ja, 3,5. Äh, 4,5. Ich weiß nicht, ob sich das so rechnet. Eventuell ist es nur der Durchschnitt von den beiden. Dann wäre es eher so bei 2,5. Dann... Ja. Aber es geht ja mehr darum, dass ich jetzt erstmal einen Start kriege. Da will ich jetzt einfach nur ein paar Bienenköniginnen haben. Und hoffen, dass mal unter denen ein paar Coole dabei sind. Äh... Wie viele Spielstunden hast du in Starbound? Ähm... Ich hab... Mindestens 666. Weil ich da... Zu dem Zeitpunkt hab ich aufgehört, Starbound zu spielen. Und fand die Zahl eigentlich ganz lustig. Aber inzwischen ist es nochmal deutlich mehr geworden. Achso. Ich hoffe, ich... Bring jetzt nicht alles durcheinander. Aber man kann ja mal hier gucken. Spielübersicht. Spielzeit in... Okay. 717 Stunden mittlerweile schon. Und in den letzten 2 Wochen 12 Stunden. Das sind die 3... Livestreams gewesen oder so. Oder die er versucht, die Livestreams zu machen. Auf ein... Wer das jetzt auf YouTube guckt, der denkt sich... Ja, ich hab jetzt nur 2 Videos gesehen. Ähm... Von... Was war das? Das erste war 4. Das... Ah, aus Versehen bin ich auf eine Taste gekommen. Nein, ich wollte nicht auf mein Schiff. Hier, das ist mein Schiff. Ich versuche dieses Schiff so weit wie möglich nicht zu betreten. Aber ich hab mir ja auf dem Steam Deck die hintere... Welche Taste ist denn das? R5, glaube ich. Da hab ich mir draufgelegt, dass ich eine Schnell... Äh... Taste zum Tele... Äh... Für diesen Heimteleporter hab. Weil sie in meinen Gefahr bin. Dann brauch ich nur schnell eine Taste drücken und bin relativ schnell wieder... Außer Gefahr. Aber ist natürlich die Gefahr groß, dass man diese Taste aus Versehen drückt. So, wie jetzt gerade geschehen. So. Ach, toll. Ähm... Weg mit dir. So, ich hab 400. Ja, ist auch schon viel. Also... Ich spiel das Spiel ja auch schon seit dem Early Access. Ich glaub 2014 oder so hab ich's mir gekauft. Ich hab's mir gekauft so ziemlich, als ich gelesen hab, dass man endlich die Tastaturbelegung ändern kann. Weil die Original-Tastaturbelegung mit, äh... WASD... Und, ähm... Q&E und so weiter... Die hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich lege eigentlich, wenn ich kann, die ganzen Tasten immer auf... Numpads und den... Hier hoch, runter... Also die Pfeiltasten. Pfeiltasten, Numpad... Dann hier noch das Ding mit einfügen, entfernen und so weiter. Und Enter und, ähm... Steuerung rechts und so weiter. Also da ist meine rechte... Der Hand. Und damit steuere ich. Und mit der linken Hand halte ich die Maus. Und hab da meinen Spaß. Cool, was... Interessant, was die hier produzieren in der Kombi. Aber ich find das eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich hoffe... Also Plan-Pfeiber brauche ich immer. Es ist hier zwar überhaupt keine Rate, mit der man da rechnen kann. Aber schön, dass ich es überhaupt erstmal kostenlos produzieren kann. Was bist denn du? Ich würde dich am liebsten fangen. Aber ich hab da noch nicht mal ansatzweise... Äh... Dingens. Äh... Fangbälle. So. Da ist der Nächste. So, komm ich jetzt hier hoch eigentlich? Ich seh grad, meine Leiste ist grün. Das heißt, ich kann... Wieder mich überfressen und mich langsam aber sicher heilen lassen. Das ist... Och, nö. Erstmal muss ich was gegen den tun. So. Und jetzt können wir langsam aber sicher hier wieder den Schnee abbauen. Soweit es geht halt. Und... Ich hab schon einen groben Plan. Ah, verdammt hier. Das muss jetzt sofort weg. So. Aber ich lass mich auch so ein bisschen mitreißen, wie die Sachen gerade passen, die ich bauen will. So, hier schon mal den Hintergrund ein bisschen abbauen. Damit ich nicht verführt werde, gleich wieder Wasser zu schöpfen. Obwohl... Wasser kann man eigentlich immer haben. Besonders hier, wo es relativ schwer zu ergründen ist. Es ist zwar unendlich, aber... Dauert halt seine Zeit, bis man's kriegt. So. Äh, findest du das alte Starbound besser? Also vor der 1.0? Ehrlich gesagt... Ja. Obwohl... Es gab ja zwei Starbounds vor 1.0. Einmal gab's die Alpha. Also die Version, die alle irgendwas mit Pinguinen hießen. Das ist auch das, wo die legendären Let's Plays mit Gronkh und Tobi sind. Also hauptsächlich die. Ähm, die Geiseln der Galaxis. Und da hab ich gerne die Let's Plays geguckt, aber ich selber hab's nur so... So semi-gut gespielt. Und dann kam die Giraffe-Version. Und die fand ich ehrlich gesagt bis heute immer noch am besten. Das war das, wo man... Ähm... Wo das Grundspiel an sich schon am kompliziertesten war. Wo man verschiedene Metalle miteinander kombinieren musste. Und wo ProQuestion auch so ein bisschen... Ähm... Hinter verschiedenen Metallen gelockt war und so weiter. Und... Ich kann verstehen, dass sie es auch zum Teil wieder einfach gemacht haben. Ach genau, die Steuerung war auch noch komplett andere noch. Also nicht komplett anders. Aber es gab hier... Ein anderes Hotbar-System. Das fand ich, ähm... Persönlich irgendwie viel, viel besser. Aber man hat's schlecht erklärt. Und viele Leute hatten Probleme damit wohl. Zumindest haben sich viele Leute beschwert. Sagen wir's mal so. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele waren, die es nicht kapiert haben. Aber... Die, die es nicht kapiert haben, die haben sich lautstark beschwert. Und deswegen wurde das alles ziemlich stark vereinfacht. Und ich persönlich mochte das aber. Deswegen bin ich da ein großer Fan von den Giraffe-Versionen gewesen. Und ich glaube, das war better. Wenn ich das noch so richtig zuordne. Vielleicht war auch schon die, die Pinguin-Version better. Und vorher hat man's einfach noch gar nicht veröffentlicht gehabt. Aber... Ja. Außerdem die ganzen Mods, die es zu Giraffe-Zeiten gab, die waren auch noch deutlich komplexer. Es gab ein... Ich weiß gar nicht, ob ich das als Let's Play gemacht hab. Oder ob ich das nur so für mich gespielt hab. Es gab einen Mod, der noch kompliziertere Nahrung reingebracht hat, als das, was wir jetzt hier durch Facking-Universe haben. Durch Facking-Universe haben wir ja sowas wie, dass verschiedene Rassen nur verschiedene Sachen essen können. Also die Roboter müssen wirklich ihre Metall-Mahlzeiten haben. Und Fleischfresser dürfen auch nur richtiges Fleisch fressen. Und werden krank, wenn sie so Früchte und Samen essen. Aber die können dafür rohes Fleisch essen. Und alle anderen werden krank, wenn sie rohes Fleisch essen und so weiter. Das ging noch viel, viel tiefer mit einigen Mods. Also, dass richtige Nährstoffe sozusagen simuliert wurden und berücksichtigt werden mussten. Das fand ich irgendwie cool. War aber auch so, dass ich da nie richtig vorangekommen bin. Weil es einfach auch viel zu viel war, um ehrlich zu sein. War zwar cool, aber hat halt auch eine Ewigkeit gedauert, um da mal ein bisschen Fortschritt zu machen im Spiel. Bist du Linkshänder? Gibt es nicht Linkshänder-Tastaturen? Möglich, dass es die gibt. Habe ich noch nie so gesehen. Und ich bin es eigentlich gewohnt, jetzt mit einer Rechtshänder-Tastatur zu spielen oder zu schreiben. Von daher wüsste ich jetzt nicht, ob ich mich da umgewöhnen würde. Links hinter Mäuse habe ich mal eine ganze Zeit lang gesucht und bin da ein bisschen verzweifelt. Ich habe auch so eine Art Gaming-Maus, aber da habe ich auch sehr lange gesucht, bis mal eine gepasst hat. Habe da auch öfters mal, also ich habe mir die im Saturn geholt und dann habe ich die auch mal wieder zurückgebracht. Nach kurzer Zeit, weil es einfach partout nicht gepasst hat. Da waren die zum Glück sehr, sehr kulant, zumindest bei dem Saturn, wo ich hingegangen bin. Ähm, ich weiß nicht, ob das, äh, äh, selbstverständlich ist. Aber ich fand es eigentlich für mich zumindest sehr nett, dass ich da die Möglichkeit hatte, weil es macht schon Unterschiede, wenn man wirklich probieren kann. Normalerweise kauft man ja eine Maus und dann war es das erste Mal und hat zumindest aus meiner Verständnis nicht so einfach die Möglichkeit zu sagen, Ja, ich, ich probiere jetzt mal fünf, sechs Stück durch und, äh, ich bin die dann wieder zurück, wenn sie nichts waren. Das, das, das finde ich schon ein bisschen eigentlich extrem. Ja. So. Reicht das? Erstmal bin ich jetzt hier so auf Bodenlevel, so einigermaßen. So einen Keller würde ich vielleicht später bauen, obwohl ich wollte in den Keller. Ah, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Auf der, auf der Grundebene, sozusagen, wenn ich hier rausgehe, das soll sozusagen eine durchgängige Ebene werden. Da wollte ich ursprünglich die Hauptwerkstätten hinsetzen, also so den, also alles, was man zum Produzieren braucht. Und ein Stockwerk drüber würde ich so die Handmills und so weiter schmeißen, aber ich würde im unteren Stockwerk dann, ja, in die Energieversorgung haben. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so funktioniert oder ob das nicht schon zu weit auseinander ist. Kriege ich das hier klein oder brauche ich? Ich brauche eine Ewigkeit dafür. Ah, okay. Es geht, aber es nervt trotzdem. So, wir machen die beiden noch, die jetzt da noch in der Luft schweben und den Rest mal später, wenn ich hoffentlich irgendwie was Besseres habe. Ähm, wie weit kann ich denn hier wegbauen? Das hier bleibt alles. So, wie weit kann ich das hier wegbauen? Interessant. Äh. Ich wollte eigentlich das Schwebende nur wegbauen, aber das stört mich trotzdem. Ich hätte gerne die, die flache Linie. Außerdem muss ich ja aufpassen, wenn... Oder lasse ich hier den Schnee? Ich könnte den Schnee lassen. Ich würde es erst mal so weit wie möglich weghaben, damit ich sozusagen so weit wie möglich eine glatte Fläche habe. So, wie sieht es hier aus? Mulch ist noch jede Menge da. Wie viel Mulch ist hier oben drin? 48, da hat sich noch nicht so viel getan. 25, du kriegst jetzt nochmal... Ähm. Ja, du kriegst hier die Hälfte, komm. Und dann wollte ich bei dir nicht. Du hast mehr als genügend. Bei dir hier wollte ich Mulch austauschen. So, dann kriegst... Also der hier freut sich ja anscheinend genügend über Lebensmittelreste. Dann kriegt der hier die. Dann werde ich in Zukunft alle Äpfel, die ich nicht brauche, zu... Mulch durchmöllern lassen. Eigentlich auch nicht schlecht. Noch ein bisschen davon. Und mal ein bisschen was essen. Und Holz sammeln. Und dann würde ich mal... Oh, da habe ich gerade ein Termitenzeichen gesehen. Oder Mieten. Ähm, sieht noch okay aus. Die Königin leidet schon ganz schön. Ähm, wie sieht es mit der Produktion von Königinnen aus? Äh, also... Hier sehe ich gerade keine rumfliegen. Ähm, aber ich sehe die rumfliegen. Ich hätte gern auch wieder sozusagen andere Nachkommen schafft. Ob man näher rankommt. Und... So. Sehr schön. Ähm, so. Achso, so. Erstmal Ketten sägen und dann pflanzen. So, für hier dachte ich mir, dass ich... Langfristig so ein... Na, ich sag jetzt mal auch so ein Apfelhain habe. Ganz oben. Wo zwischen jedem Apfelbaum so ein bisschen Platz ist, dass das da runter regnen kann. Und auf der zweiten oder dritten Ebene fange ich dann auch im großen Stil Regenwasser ein. Da es hier ständig regnet, ist das eigentlich ein super Planet, um einfach so Wasser zu sammeln. Natürlich über Brunnen und so weiter funktioniert das auch. Und ist auch okay, werde ich machen. Aber... Warum auch nicht das nutzen, was einfach so kostenlos vom Himmel fällt. So, ein bisschen langsamer laufen. Dann kriegt man das vielleicht diesmal hin, ohne irgendwelche Lücken. Ja. Sehr schön. Ist hier inzwischen eine Königin? Hm, nicht wirklich. Aber viele, viele männliche Drohnen. Also Drohnen sind immer männlich, aber viele, viele Drohnen. Das ist ja auch was. So, der mulcht noch vor sich hin. Ich gebe erst mal die ganzen Äpfel wieder in die Kühlung. Wie frisch sind denn die Äpfel, die wir hier haben? Naja, es geht. So, Chatkappen, noch keine neuen Fragen. Ich bin immer noch online. 41 Minuten schon angeblich online. Wow. Zeit vergeht wie im Flug. Achso, ich muss jetzt wieder mit der rechten Hand auf dem Trackpad. Das ist auch ganz lustig. Ja, meine Steam-Steuerung, äh, Steam-Deck-Steuerung ist, dass ich auf beiden Trackpads eine Maus habe. Und für die Äpfel jetzt zum Beispiel halte ich den linken Stick gedrückt. Und bewege mich so ein bisschen mit der rechten vorwärts. So. Hier, mische mal alle zusammen. Und jetzt gebe mir die Hälfte der Äpfel. Und daraus mache ich jetzt wieder leckeren Mulch für meine, äh, Pflanzen. Beziehungsweise wir könnten eigentlich hier beide arbeiten lassen. Geht das quasi doppelt so schnell. Und ich habe komplett vergessen, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mal hier schauen, was wir so für Blöcke bauen können, um das Ganze hier ein bisschen hübscher zu machen. Achso, ich habe doch in der letzten, ähm, letzten Mal irgendwie Heavy Stonebricks im größeren Stil produziert, meine ich zumindest. Hier kriegen wir 20 Stück für 5. Also eine Verfünffachung. Aber wo sind denn die, die ich beim letzten Mal hergestellt habe? Ich mische mal alles hier durch. Das hier sind die Heavy Stonebricks von dem Teil hier unten. Das können wir auch sozusagen noch abfarmen. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist, aber wir haben zumindest die Möglichkeit. Und das hier sind die Dinger, von denen ich zumindest dachte, dass die cool aussehen können. Ich setze die mal hier rein. Dann kann ich da mir erstmal ein bisschen anschauen, wie das aussehen könnte. Die sollen so ein bisschen eine Straße simulieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber... So, und jetzt einfach nach vorwärts. Ja, als Untergrund und Straße und so weiter funktioniert das schon. Aber ich weiß nicht, ob... Ja, doch. Und einfach für mein seelisches Wohl muss ich jetzt hier noch das alles im Hintergrund verbauen. Dann bin ich eigentlich schon die Hälfte von dem Zeug los. Und ich brauche hier noch einen Weg nach unten langfristig. Da brauche ich auch noch irgendwas, was dann gut aussieht, wenn ich... Ich könnte es auch so machen, dass... Geht das so? Ne, dass das bleibt. Dann würde ich... Das hier wieder weg machen. Damit hier so ein leichter über... Damit das hier so stufenweise bleibt. Okay, das braucht einfach eine Ewigkeit zum Abbauen. Damit habe ich aber auch gerechnet. So, und dann würde ich... Hier vielleicht einen kleinen Durchgang lassen. So. Das mache ich absichtlich nicht mit dem Laser, weil ich ja den Hintergrund lassen möchte. Darksmoothstone. Oder lasse ich... Oh, hier. Sammelt sich ja schon wirklich verdächtig viel Wasser an. Ähm... Lasse ich nur eine Schiene... Äh, eine... Äh, eine Reihe da. Hm. Das ist ja das, wo ich mich so ein bisschen mitreißen lassen wollte. So. Der wird auch mitgerissen. In den Tod. So. Was haben wir denn so an... Ähm... So Plattformen, heißt das ja. So Kupferplattformen sehe ich jetzt öfters mal. Rockpicks, das war ja... Ach stimmt ja, die Hardpicks oder was ich da gebaut habe, die... Die haben ja auch ein ziemlich gutes Verhältnis. Da kriege ich vergleichsweise sehr, sehr viel raus. Von daher war das eigentlich schon mal gar keine schlechte Idee. Ähm... Ich sehe jetzt aber nichts, was so... Direkt in die Richtung geht. Vielleicht habe ich schon ein paar mitgenommen. Ich weiß, dass ich ein paar gesehen habe unter der Erde. Ich sehe leider nichts. Ähm... Vielleicht können wir was erforschen. Ähm... So, das ist jetzt der schnellste Weg für mich. Craftsmanship. Gibt es hier irgendwie Steinmöbel oder Stein... Äh... Andere Sachen. Floven Construction. Was ist das hier? Slime. Okay. Das hier ist die Weiterentwicklung von Floven. Aber es sieht auch so ein bisschen aus. Das hier sind die verschiedenen Rassen, so wie ich es verstehe. Okay, hier wird es dann moderner, sozusagen. Aber... Was ist das hier? Scars. Das sieht auch irgendwie nicht schlecht aus. Es muss ja nur so... Kupferkontraxion hatte ich sogar schon. Ähm... Ich müsste jetzt im Prinzip Blitz suchen. Das würde wahrscheinlich am ehesten passen. Oder Iron. Wisst ihr was? Ich nehme erst mal Iron. Warum nicht? Es könnte auch da hinpassen. Dass das mehr so eine Art Gullideckel darstellen soll. Der Weg nach unten. Was sogar thematisch richtig gut passen würde. Helotl. Honey Construction. Interessant. Da kriege ich Candles her. Aber... Ähm... Glitz? Glitz sehe ich nicht. Das hier habe ich sogar schon. Dekorative Pflanzen. Brennavox. Ja... Später vielleicht. Mh... Lavalampen. Interessant. Cool. Und hier... Flashy Construction. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts, was... So richtig nach Glitz aussieht. Vom Symbol her. Das hier sind verschiedene Stühle. Die stehen natürlich für irgendwelche... Für irgendwelche Sets. Aber... Die... Leider nichts. Hm. Das hier sieht sehr menschlich aus. Technikonstruction. Ja, im Prinzip Menschen. Ähm... Densium. Ah, hier werde ich dann auch verschiedene Rohstoffe brauchen, die ich jetzt noch nicht habe. Ab hier brauche ich schon Titanium. Also ich schätze mal, ab hier hänge ich dann eh fest bei der Tungsten Construction. Ähm... Ich glaube nicht, dass ich bis dahin komme. Wenn doch, okay, nehme ich gerne mit. Aber ich glaube jetzt gerade einfach nicht dran. Hm... Könnte ich hier noch ein bisschen was produzieren? Was könnte ich noch so durchjagen lassen? Ähm... Eigentlich könnte ich noch ein bisschen... Äh... Hoppla. Ein bisschen Lava durchjagen lassen. Ich glaube, jetzt gerade brauche ich nicht so wirklich viel Lava. Von daher... So... Und... So... Das... Ach so. Kann es sein, dass... Naja... Doch, der hat hier noch ein bisschen was zu produzieren. Dann machen wir hier weiter. Haben wir hier noch was, was wir reingeben können? Konglomerat zum Beispiel. Gebe ich jetzt einfach nochmal hier rein. Wird jetzt nicht so viel bringen, aber... So, dann gebe ich dir auch nochmal 200. Es ist eh... Nicht umsonst, aber es ist relativ viel vorhanden davon. So, jetzt müssten alle vier Gerätschaften... Äh, alle drei Gerätschaften müssten alle... Genügend Material haben. Ach so, und ich wollte gucken, was ich jetzt freigeschaltet habe. Ich wollte ja so eine Art Eisen-Guli-Deckel simulieren mit ein paar Eisen... Ähm... Plattformen. So, Pricks, Alloy-Flurteil, Irx... Äh... Tungsten. Später werden wir das genügend haben. Ach so, zum Thema... Konkri... Also, Straße. Da würde doch eigentlich auch nur so ein Concrete-Block reichen. Compressed Steel Bear... Okay. Das ist ungefähr sowas, was ich... Wo ich denke, dass das passt. Aber da brauche ich eine Carbon-Plate. Ähm... Weniger. Kann ich einfach hier drauf klicken? Ja. Dark Metal Roofing Tiles. Das könnte auch okay sein. Das ist ein Zaun. Ähm... Iron Bars. Das hat man schon. Okay. Das sieht ziemlich cool aus. Stairs. Ach so, ich kann auch nach Stairs gucken. Rider. Okay. Das könnte auch cool aussehen. Glasblock. Glasfence. Glasfence würde mich für ein Glashaus interessieren. Iron Blocks. Metal Bars. Metal Pipes. Das könnte alles ziemlich cool aussehen. Metallic Kupferplattform. Eventuell das, wenn ich jetzt nichts Besseres finde. Aber ich habe noch Hoffnung, dass es was Besseres werden könnte. Was ist das? Das ist einfach nur verrostetes Eisen. Das ist keine Plattform. Ich muss auch mal ein bisschen auf das aufpassen, was ich gerade nicht bauen kann. Toilet Paper. Interessant. Das ist alles gut. Nee. Also das, was am ehesten ran kam, war jetzt wirklich diese Kupferplattform. Ein bisschen schade. Aber. Nehme ich mal. Ich baue gleich wirklich vier. Verdammt. Ich habe 80 Stück davon gebaut. Aber. Gut. Dann haben wir die jetzt einfach. Dann. Mal gucken. Ich dachte, dass ich das so andeute, dass das. hier so eine Art Leiter darstellt. Kann ich hier nichts bauen? Doch, kann ich. Ja. Doch, das passt irgendwie. Die Kupferleiter, die hier nach unten führt. Da könnte man jetzt auch mit diesem Heavy Bricks. Wenn ich den noch finde. Jetzt hier so andeuten, dass es hier so ein bisschen weiter nach unten geht. Ich überlege gerade, baue ich dann hier so einen Gang noch nach unten. Das ist wirklich. Weiß ich noch nicht. Wie sieht denn das aus, wenn die so im Freien hängen? Dann haben die. Ja, dann brauchen wir auch noch irgendwie links und rechts was zum Abstützen. Oder ich lasse es so. Oder ich baue da noch ein paar andere Sachen dran. Ah, schwierig, schwierig. Oder ich lasse das nur bei 2x2. Geht eigentlich auch. Was nicht geht, ist der Typ hier. So, ich mach mal das hier weg. So. Okay, das hier ist sozusagen die Baseline. Was will ich denn hier im Hintergrund haben? Also vielleicht soll das einfach nur so einen Durchgang darstellen. Und die echte Werkstatt und so weiter fängt erstmal in Stockwerke drüber an. Was ich hier so ein bisschen simuliere, als wenn das eine Hauswand von außen wäre. Weiß nicht. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, das so zu bauen. Auf der anderen Seite, warum nicht? Was ist das hier? Tungsten Block. Ach so, ich hab ja unten noch ein paar Sachen abgebaut. Hm. Ich könnte auch mal nach unten gehen und mir nochmal die Materialien holen. Was haben wir denn hier so? Ähm. Immerhin, ein bisschen Tungsten haben wir wieder. Eisen und Kupfer krieg ich hauptsächlich. Und sehr wenig Silizium. Das ist noch gut. Oh, der ist bald fertig. Hm. Gebe ich noch. Gebe ich nochmal einen 800er Block rein. Komm. Dass du Spaß hast. Und die Äpfel sind fertig hier. Das heißt, jede Menge Mulch. Mal gucken, wie es hier drin aussieht. Ähm. Das sieht gut aus. Hier ist die erste Ernte fertig. Ach so, die kann ich nicht zusammenschmeißen. Wie viel Mulch hast du noch? 39. Das reicht eigentlich ein paar Ernten lang. Äh. Aber das sind die wenigsten Mulche. Okay. Die anderen produzieren ja noch fleißig. Wie sieht's apropos fleißig aus? Wie sieht's mit dem fleißigen Bienchen aus? Habe ich hier mal ne... Ja, ich hab ne Königin. Sehr schön. Vielleicht mal gucken, was die kann. So. Ich bin sehr gespannt. Ähm. Bist du schon mal gestorben? Bericht mir das Herz zu sehen, dass nur drei Leute das Spiel streamen. Ja, komm, das hat seinen Höhepunkt leider hinter sich. Oh, die ist gut geworden für ne Honey Queen. Äh, ne Honey Bee Queen. Die gefällt mir. Ähm. Das Spiel hat auch leider ein paar Skandale hinter sich. Das muss man leider auch berücksichtigen. Und die Entwicklung von dem Spiel ist ja auf mehreren Ebenen gestorben. Einmal natürlich, weil man aufgehört hat zu entwickeln. Und zum anderen, weil auch... Also zumindest von offizieller Seite. Jetzt nicht die ganzen Mods. Ähm. Weil die Entwickler... Oder es gibt zwei Arten von Entwicklern. Es gibt einmal die... Also... Die Publisher. Die so die engagierten Entwickler so ein bisschen ausgenutzt haben. Und dann die echten Entwickler, die halt ein bisschen ausgenutzt wurden. Und beides in der Kombi, das ist halt auch nicht geil. Und dann... Muss man sich auch immer wieder erinnern, dass das halt irgendwie dazugehörte zu dem Spiel leider. So, ich will noch ein bisschen... Ich weiß gar nicht genau, was ich will. Aber ich wollte hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend gehen. Und mal gucken, was ich noch so sammeln kann. Da ist Kupfer in der Erde. Kann ich dich dazu bringen, genau da unten irgendwo zu verschwinden? So. Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn gleich sozusagen hier im größeren Maßstab alles fehlt. So. Komm ich jetzt eigentlich noch hier hoch? Ja, kein Problem. Irgendwas... Genau, ich wollte hier so ein paar Ruinen abbauen. Wenn sich das lohnt. Um jetzt einfach nur ein paar Inspirationsblöcke zu kriegen. Okay, Heavy Bones... Ah, Small Stonebrick. Ah, Small Stonebrick. Ja, genau. So was zum Beispiel. So was dachte ich mir. Ach genau, und ich wollte Clay. Clay habe ich ja immer noch gar keinen. So, das müsste dann gleich gefällt werden, der Baum. Small Stonebrick ist ungefähr... Kommt schon in die Richtung, die ich haben wollte. Vielleicht noch mit diesen Ornid's Woods. So eine Hintergrundstruktur. Und Clay habe ich gar nicht gefunden auf diesem Planeten bis jetzt. Was sehr, sehr schade ist. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Besonders halt zum Ziegelstein bauen. Ich hoffe, ich kriege noch vielleicht irgendwie Clay aus... Cobblestone oder so, wenn ich das in den Ding schmeiße. Aber ansonsten wird es langfristig ein Problem. Hier ohne Clay. So, hier habe ich das Kupfer rausgebaut. Aber ich fürchte, ich muss dann mal auch irgendwie... ...im größerem Maßstab wieder Cobblestone... Ach so, erst mal. Na, ich wollte den armen Igel doch nichts tun. War das überhaupt ein Igel? So, da ist eine Biene. Aber wenn ich die versuche zu fangen... ...könnte ich eventuell das Monster da triggern. Ich versuche es trotzdem erstmal. So. Na, kriegt man das hin? Ja, schon, aber... ...ich habe trotzdem ein bisschen Angst. So, das müsste reichen. Äh, Squash-Drohne. Ich glaube, Squash hatten wir schon. Aber noch keine Drohne von denen. Die Ziegel können Geräusche machen. Das ist ja auch interessant. Oh, Kryo. Habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Genau, ich wollte noch ein paar neue Bienen sammeln. Ich glaube, das war meine ursprüngliche Intention, bevor ich alles vergessen habe und... ...einfach nur nach rechts gegangen bin. So. So. Will ich noch mal ein paar Bäume fangen? Ja, doch will ich. Also, das wird heute der ganze Stream sein, wahrscheinlich. Ich sammle Rohstoffe und werde sehr langsam... ...und gemächlich meine erste richtige Basis aufbauen. Und so Stück für Stück mein Provisorium... ...gegen die echte Basis austauschen. Oh, schon wieder ein Kryo-Rings. Das ist so cool. So. Na komm. Egal. Ist ja mehr als genügend dabei. So, noch eine Königin. Ach ne, die Squash-Drohne haben wir aber gefunden. Squash und Leaf-Kater kann man leider nicht gut miteinander mischen. Die mögen sich nicht. Aber Squash und Honey Queen müsste eigentlich funktionieren. Ich brauche unbedingt noch eine Kombi, die mir... ...goldenes Salz macht. Das ist auch eine komplett andere Lebenserwartung, als ich das bei... ...als ich das bisher im Gedächtnis hatte. Das sind irgendwie... ...andere Bienen, habe ich das Gefühl. Squash Queen. Guck mal, die beiden stimmen doch auch irgendwie überhaupt nicht miteinander überein. ...überein. Interessant. Vielleicht hängt das auch sehr stark von... ...Planet zu Planet ab. Das kann sein... ...Mite Resistance. Ja, die ist zumindest ziemlich stark. Also das sind keine schlechten Bienen, aber das sind halt völlig andere Bienen, als ich es gewohnt bin. Ach, da ist ja schon wieder der nächste Kollege. Lass mich in Ruhe. Dann würde ich dich auch in Ruhe lassen. Äh, nee, Quatsch. Ich will hier ernten. Nicht ständig die Dinge ins Wechseln. So, das wieder an. So, hier wird noch fleißig produziert. Hoffe ich. Mal gucken. Ja, der hat noch was. Oh, der ist bald wieder alle. Der ist komplett alle. Ja, dann... ...dann nehme ich dir erstmal das Holz wieder weg. Das brauchst du jetzt eh nicht mehr. Wenn nur noch ein Gerät läuft. Obwohl, das eine Gerät, das braucht sechs... ...Dingens. Hm. Ach, was weiß ich. Ich nehme... Ich brauche hier erstmal... ...nehme hier erstmal alles weg. So. Dann nehme ich auch alles weg. Ja, passt schon. Sobald ich erstmal weiß, was ich will... ...dan kann ich immer noch weitermachen. Genau, ich wollte hier... ...smalls... ...ah, vielleicht noch ne... ...noch ne Linie hier... ...die großen... ...bicks lassen. Dann die Small-Bicks mit so ein bisschen Abstand. So drei Felder oder vier Felder hoch. Dann nochmal ne Umrahmung. Und dann Abschluss. Und... ...dann beginnt die Decke von dem... ...nächsten. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. ...Cubble-Stone-Bicks wäre auch ne Möglichkeit... ...aber ich wollte schon diese Small-Bicks... ...wenn ich das überhaupt kann. Ich sheete jetzt mal ein bisschen... ...und benutze mal die Tastatur, die ich hier hab. ...und gebe hier mal Small ein. Smalls... Okay, hier brauche ich fünf. Hier brauche ich ein und kriege fünf dafür. Ja, aber das passt schon. So, das sollten wir jetzt 100 Bricks einbringen... ...aber ich glaube, das ist auch schnell wieder weg. So, 400. Ähm, hab gerade mal gelesen... ...was du mit dem Skandalen meinst. Echt schade, mit so einem Studio... ...Starbound und Stardew Valley gemacht haben. Ähm, Stardew Valley ist nochmal was anderes. Also... ...Stardew Valley war ja nur ein Typ... ...und der... ...hat's einfach nicht mal hingekriegt... ...sozusagen seine ganze Community-Arbeit... ...und sein Community-Forum und so weiter... ...während der Entwicklung zu... ...ähm... ...zu managen. Und hat einfach gesagt, komm... ...mach das alles für mich... ...und äh... ...dafür kriegt ihr halt so einen Anteil von meinem Spiel... ...und vielleicht noch... ...macht ihr ein bisschen richtige Publisher-Arbeit... ...die sind ja hauptsächlich Publisher. Die machen relativ wenig Spiele für sich allein. Aber Starbound war so ein Spiel. Und... ...ähm... ...ja, der Skandal, falls ihr euch fragt, was das war. Die haben relativ junge Entwicklerinnen... ...vor allen Dingen Frauen... ...ähm... ...so eingeredet... ...ja, wenn das Spiel groß ist, dann kriegst du das Geld... ...und haben die dann teilweise... ...kurz vor... ...also haben teilweise Verträge nicht verlängert... ...die immer wieder auf die lange Bank geschoben... ...als es den ersten richtigen Hype um das Spiel gab... ...das war ja schon 2013... ...ähm... ...wurden die trotzdem noch vertröstet... ...so mit... ...ja, du kriegst jetzt ein bisschen mehr... ...aber nicht so viel, wie ihr dem vielleicht zugestanden hättet. Das waren auch alles sehr junge und... ...unerfahrene Entwicklerinnen teilweise. Und diejenigen, die noch am besten da rausgingen... ...das waren diejenigen, die so ungefähr 2015, 16... ...sich davon losgelöst haben... ...also die haben sich wahrscheinlich schon früher losgelöst... ...und dann Stuxle programmiert haben. Das sind ehemalige Starbound-Entwickler... ...und die haben auch gesagt so... ...ey, du hast das ja alles für die Experience... ...und die Exposure gemacht... ...und jetzt promoten wir mit dein Spiel. Da gab es auch so ganz viele Werbeaktionen. Und... ...ist teilweise fair... ...aber Stuxle ist ja auch nicht so durch die Decke gegangen... ...wie Starbound, was ich auch sehr schade finde. Aber... ...ist halt leider so. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe... ...warum... ...sich die Version 1.0 so extrem von den vorigen... ...ääh... ...Entwicklungsstadien so verändert hat. Weil einfach die Entwicklerinnen da abgehauen sind. Oder gegangen worden sind. Oder... ...ääh... ...es einfach so... ...verschwunden sind. Das klingt alles furchtbar. Aber das ist tatsächlich passiert leider. Ja. Und dann kann man sich vielleicht auch denken, dass dann halt... ...mit so einer Geschichte... ...nicht mehr so viele Leute sich dafür interessieren... ...ernsthaft an dem Spiel zu arbeiten. Es gibt immer noch viele leidenschaftliche Hobbyentwickler... ...die so modden. Aber so offizieller Support wird da halt kaum noch kommen. Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Es gab nochmal 2019 einen Hype... ...wo... ...es so ein... ...crazy Stream... ...ääh... ...Steam... ...Summer Sale gab... ...wo man mit Starbound... ...irgendwie Punkte im Steam farmen konnte. Und als... ...da der Hype durch war... ...da hat Starbound allen Ernstes nochmal Version 1.4 bekommen. Da war wohl Geld da... ...oder... ...die Ambition oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat man es dann nochmal... ...gewagt... ...weiter zu entwickeln. Aber ich glaube das war es dann auch wirklich. Das war dann... ...der Abschlusssong. Ich finde das Update eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber man muss halt wissen, was dahinter steht. Und ich glaube nicht, dass das was langfristiges ist oder war oder bleibt. So. Ah, ich habe eine Idee. Ich wollte ja hier eh mit den Small Spicks... ...ääh... ...Small Spicks arbeiten. Erstmal mir die Sachen, die ich jetzt benutzen möchte... ...hier auf die rechte Seite... ...ääh... ...auf die linke Seite legen. Das wird dann alles die rechte Seite für mich. Ich habe doch 400 Small Spicks irgendwo hergestellt. Die müssten doch hier sein. Ah, da sind sie. So. 400 wird vorne und hinten nicht reichen. Aber wir probieren es erstmal. So. Drei. Eins. Zwei. Drei. Also quasi ein 9x9x2. Also ein 18x18 Block. Sieht das okay aus? Also das wäre jetzt so ein quadratischer Block. Den würde ich dann nochmal mit den Heavy Bricks umranden. Und dann würde ich hier oben dann die richtige Basis anfangen. Und das hier soll einfach nur so ein bisschen... ...dekorativ sein. Da könnte dann noch so eine Art Straßenbeleuchtung oder so kommen. Wenn ich mir die noch... ...wenn die hier reinpasst. Von der Höhe her. Soll ich das vielleicht noch höher machen oder breiter? Ich habe das Gefühl, es sollte noch ein Stück höher sein. Auch weil das dann... ...mehr mit dem hier übereinstimmt. Hier ist das ja auch... ...also von der Türhöhe her... ...okay, aber das ist ja die Höhe. Ja, auf jeden Fall muss das höher. Vielleicht sogar zwei Stück höher. Ja, ich glaube, das ist es. Gott werde ich viel Cobblestone dafür brauchen. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, unendlich viel Cobblestone zu bekommen? Vielleicht reicht ja mein Cobblestone-Vorrat auch für das, was ich hier vorhabe. Aber ich habe immer gerne so kostenlos... ...also... ...unendlich viele Möglichkeiten. Nehmen wir das mal weg hier. Ähm... Meta-Manipulator. Wie lange brauche ich, um das hier abzubauen, wenn ich mich mal geirrt habe? Ja, viel zu lange. Oh, eine Stunde ist schon im Spiel vorbei. Das ist ja auch... ...auch was. Ich überlege gerade, ob ich hier den Hintergrund fixe. Einfach nur, damit ich das Wasser, was hier die ganze Zeit im Regen... ...gesammelt wird... ...das wird ja hauptsächlich hier irgendwie verpuffen und verschwinden. Aber eigentlich müsste das hier... ...abfließen und... Ach, das verschwindet hier auch schon zum Teil. So. So, jetzt müsste es nach... ...nach Dingens fließen. Und hier unten... ...ja, das sieht man auch. Hier unten verändert sich schon was. Ähm... ...was steht hier noch? Äh, das letzte war das Bounty-Hunter-Ding. Das war sehr cool. Genau, Bounty-Hunter war 1.4. Fand ich auch persönlich sehr, sehr cool. Ist so ein bisschen in Erwartung hinterhergeblieben. Aber... Ach, komm, ey. Kann ich das hier abbauen? Ja, und dann kann ich es nochmal ganz reparieren. Ähm... ...ich weiß nicht warum, aber das Bounty-Hunter hat sich schon so ein bisschen... ...unvollständig angefühlt. Das klingt total bescheuert, aber... ...vielleicht kann man es verstehen. So. Ich hoffe, das reicht platzmäßig, was ich mir so denke. Ähm... ...und ich glaube, durch das Bounty-Hunter wurde dann auch nochmal... ...das mit den Mechs im Spiel... ...deutlich... ...erweitert, wenn es nicht sogar dazu kam erst. Ich... Ne, ich glaube, Mechs kam erst mit 1.3 dazu. Und mit dem Bounty-Hunter kam dann nochmal eine richtige Mech... ...ääh... ...hier... ...Mission dazu. Das fand ich cool. Und dass man halt... ...nochmal was Neues zu tun hat im Spiel allgemein. Ich finde, dass... ...da fehlt einiges im Grundspiel. So von der Art. So, ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Achso, habe ich meine ganzen Äpfel... ...hier reingebracht. Ähm... Ich glaube, das habe ich vergessen. Das heißt, das Haltbarkeitsdatum der Äpfel... ...ja... Hm... Ich mache es mal so. Ich schmeiße die erstmal alle hier rein. Die hier dürften schon so ein bisschen durch sein. Still safely eatable. Okay. Bei den anderen Sachen interessiert mich das nicht so... ...aber die Äpfel hätte ich schon gerne... ...solange frisch wie möglich. Ach, das kann auch mal rein. Hm. Obwohl... Das ist eigentlich noch ein richtiges... Heilungs-Item. Das war früher zumindest so. Müsste ich dann eigentlich gleich mal ausprobieren. So. Jetzt nehme ich euch hier rein. Jetzt fasse ich euch alle zusammen. So. Und ich nehme mich jetzt auch einfach wieder mit. Der wird nicht schlecht. Das Zeug wird nicht schlecht. Obwohl, ich brauche es eigentlich auch nie. Aber ich habe hier im Invisal mehr Platz als im Kühlschrank. Also von daher... ...lasse ich es auch mal im Kühlschrank. So. Und ich wollte mal ausprobieren, wenn ich das esse. Okay. Ja, es heilt. Das ist gut zu wissen. Ähm. Wie habe ich denn den jetzt gerade nicht gesehen? Ach so. Du hast dich hier versteckt in... ...bei dem hier. Du wolltest ihn angreifen, aber das sieht eigentlich auch mehr aus... Ach so. Wie sieht es denn eigentlich in unserer Wasserpumpe aus? Oh. 800. Boah. Nehme ich gern. So. Ein paar Äpfel essen. Und ein paar Äpfel... ...wieder in die Handmill geben. Na komm. Kann ich eigentlich auch... ...den verrotteten Mulch in die Handmill geben? Was passiert denn dann? Erstmal hier alles nehmen. Okay. Das funktioniert auch. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wenn da jetzt auch Mulch rauskommt. Na. Da kommt auch Mulch raus. Interessant. Ähm. 1 zu 2 oder 1 zu 1? Da habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. So. 1 zu 1. Okay. Das wäre jetzt einfach nur noch ein extra Strap. Kann ich denn Mulch auch nochmal extrakten? Das wäre zwar... ...ne ewig lange Schlange. Aber wir haben doch Zeit. Beziehungsweise... Also es wird eh... ...ziemlich viel Zeit vergehen. Zufällig eine neue Biene-Königin. Nein. Weder noch. Wir sind da leider alle tot. Es tut mir so leid. So. Ich fand dich eigentlich nicht schlecht. Bean-Breed-Wade ist sehr, sehr schlecht. Äh. Ich riskiere es mal trotzdem. Okay. Mit dem letzten bisschen habt ihr ausgerechnet sowas hier produziert. Interessant. Achso. Natürlich. Du produzierst jetzt Drohnen mit deinen Genen hier. Aber ich hoffe... Ähm. Ne. Ich will hier alles im Inventar haben. Und dann will ich so... ...sehen und lernen, was ihr so wirklich produziert. Okay. Die werden jetzt langsam weniger. Die sind ja jetzt auch quasi alt. Und jetzt werden hier neue produziert. Ähm. Bin ich jetzt aber nur so semi-böse. Ich hoffe, die produzieren mal ein paar Königinnen. Weil ich hätte gerne von der Königin noch mehr. Oder von der Art der Königin hätte ich gerne noch mehr. Achso. Und ich wollte Smallbricks produzieren. Ähm. Smallbricks. Ich könnte das eigentlich auch mal mit dem hier machen. Achso. Ähm. Steam-Taste und X. Ah. Achso. Weil ich... Na, ich bin ein Idiot. Ich spiele das ja im Desktop-Modus. Und da funktioniert das so nicht. Dann brauche ich jetzt wirklich... Ähm. Die Tastatur. Ähm. Wie viel könnte ich davon insgesamt produzieren? 301. Das ist definitiv übertrieben. Auch wenn das so 1000 Bausteinchen wären. Ähm. Mach mal eher so 27. Dann reicht das auch noch eine Weile. Ähm. Wir brauchen dann definitiv schon was für oben. So. Das Timberzeug und so weiter. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber... Hier brauchen wir noch was für den Hintergrund. Jetzt erstmal die Smallbricks. Ich hoffe, die 700, die ich jetzt noch habe, die reichen. Und wenn die reichen, dann reichen hoffentlich auch die... Ähm. Die anderen, die ich da noch habe. Okay. Ich muss wirklich hier drüber stehen, damit ich noch gerade hier rankomme. So. Ja, das doch. Das sieht gut aus. Wer könnte der ganze Regen daran schuld sein, dass meine Bienenzucht nicht so läuft, wie ich es gerne hätte? Das ist gerade so ein Gedanke, den ich habe. So. Hier muss ich ein bisschen Platz lassen. Ich muss erstmal die Sachen korrigieren, die ich da zu viel gemacht habe. Genau wie das da... Verdammt. Erstmal weg damit. So. Ich will jetzt erstmal nach meinen Bienen gucken. Ähm. Schon mal vorsichtshalber nett, falls hier irgendwas rumfliegt, was wir fangen wollen. Und immer dieses Termitenzeichen, das geht mir auf die Nerven. Ah, Königin. Sehr schön. Ich hoffe, du bist eine tolle Königin. Ähm. Das und... Ach Gott, ey. So. Noch eine? Ah, schade. Okay, die produzieren wieder Erde. Sehr interessant. Talonsport. Aber was macht der Talonsport gleich nochmal? Wo habe ich denn jetzt den Kohlenstoff eingesammelt? Interessant. Von einem Viech jetzt, das ich gerade umgebracht habe. Iceresistance. Ach nee, dann war das hier. Mit dem kann ich höher springen. Können wir ja mal ausprobieren. Äh, falsche Taste. Das hier wollte ich drücken. Ach, cool. Der Fallschaden ist auch nicht schlecht. Ähm. Na, kommt her. Aber wenn die friedlich wären, die könnten hier so cool als Lampe fungieren. Aber nee, die müssen böse sein. So. So. Das weg. Die beiden Fältchen hier oben. Und dann... Nee, so, so muss es sein. Das. Und... Das. Okay. Ähm. Das letzte Mal jetzt noch die Small Bricks. Und drumherum jetzt die ganzen Heavy Bricks. Hoffentlich mal jetzt hier keine Fehler. Ja. Okay. Warum ist das nur einer? Heavy Stonebrick. Ach, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe. Ach so, ich kann doch einfach so machen. Jetzt ist es egal. Hier kann ich... Also an den Rändern kann ich mich noch verzuhnen. Was ich auch gerade getan habe. So. Aber der Rest wird jetzt so ausgefüllt, wie ich es haben will. Ich glaube, es geht trotzdem schneller, wenn ich das so mache. So. Ja, das muss ich jetzt leider weg. Vielleicht mache ich da später genauso hin, wie es jetzt ist, aber... Jetzt stört es mich erst mal, so wie es da aussieht. Hm. Ich könnte... Hier so... Also man muss ja da irgendwie hochkommen. Hier könnte ich eine Art auch Treppe bauen. Mit diesen Kupferdingern. Ich würde da sogar absichtlich noch hier einen Platz lassen. Na? Oder... Hm... Von hier. Wie weit können wir denn? Wir können hier bauen. Wir können nicht mehr hier bauen. Achso, das habe ich ja extra weggenommen. Damit es nicht so bescheiden aussieht. Das war's. So. Eins links, eins hoch. Eins links, eins hoch. Ich hätte gerne, dass das sozusagen in der Frontier mündet. Dann will ich nicht so viel von meinem Bauplatz weg haben. Okay. Hier könnte dann... Der Eingang sein. Doch, doch, doch. Das geht noch. Ich überlege gerade, ob ich noch ein ganzes nach links versetze. Äh, rechts versetze. Bitte hasst mich nicht, aber doch. Das ziehe ich jetzt durch. So, ein bisschen was davon muss ich lassen. Sonst ziehe es aus, wir sehen wieder weich herum auf. So. Das wäre jetzt die richtige Richtung. Warum geht das nicht mehr? Bin ich im Weg? Ich meine, ich hätte hier gestartet. So. Was ist denn jetzt hier im Weg? Ah, das Haus könnte im Weg sein. Der Bereich von dieser lustigen Lampe hier. Ja, toll. Dann geht's sowieso nicht so, wie ich's machen wollte. Dann müssen wir das jetzt leider abreißen und doch so machen lassen, wie ich's ursprünglich gebaut hatte. Bisschen schade. Aber der Schaden hält sich auch in Grenzen. So, nochmal hier alles einsammeln. So. Wenigstens kann das noch auf den Boden aufkommen. So, was nehme ich hier als... Nehme ich nochmal das als... Oh, nee. Ich würde... Das als Boden nehmen. Brauche ich denn das eigentlich auch als Hintergrund? Eigentlich nicht, aber... Irgendwie fühlt sich das besser an, wenn das auch der gleichzeitig Hintergrund ist. Eine Decke von einem Pixel. Ist das okay? Irgendwie... Denke ich, da muss noch mal ein bisschen mehr drauf. Aber... Mir fällt gerade selber nicht ein wie. Okay. Ja, ich kann... Ich kann das nicht gedrückt halten und gleich... Oder kann ich? Ne. Äh. Doch, das funktioniert. Gerade so. Fühlt sich nicht angenehm an. Und am Schluss hab ich was falsch gemacht. Aber es ging. Zum größten Teil. So, da unten kann ich gleich mal ein paar provisorische Fackeln hin tun. Aber langfristig hätte ich da schon gern... Obwohl, das sieht auch so ein bisschen aus wie aus einem ganz normalen Standard-Dungeon. Aber langfristig hätte ich schon hier so... Hier das nervige Ding. Das macht doch bestimmt Spaß. Naja. Tut's nicht. Ähm. Mal weg. So, im Chat ist noch nix Neues passiert. Ist auch nicht schlimm. Ich bin noch live. Ach, komm. Ah, seitdem die Querby drin ist... Apropos Querby. Ähm. Erstmal muss ich mich um die beiden kümmern. So, aber... Äh. Ja, der ist schon lange voll. Hätte ich mal aufpassen können. 17. Okay. Ist hier noch alles in Ordnung? Das sieht gut aus. Ähm. Wir haben auch noch alle genügend Mulch und Wasser. Und Nährstoffe. Ähm. Ich wünschte, es gäbe hier so einen Button... Take all output. Oder nimm die ganze Ernte mit. Aber lasst bitte da was noch im... Was noch im anderen Ding drin ist. So. Ey, der Bienenstock. Äh. Ja. Äh. Der hat ein Problem. Wohnbreed Raid. Ach Gott, ey. Ja, das wird... Ach, schade, dass da... Eine Königin hatte ich doch, aber... Ich weiß nicht, wie gut die ist. Hm. Also der hier geht's noch richtig gut, von der Lifespan her. Aber... Genau, die hab ich noch nicht untersucht. Ich hoffe, die ist was. Sonst müssen wir noch mal... Auf Bienenkönigin suchen gehen. Mal schauen. Hm. Ja. So, Undhafnis ist toll. Der Rest... Geht so. Könnte deutlich besser sein. Aber ich glaub, das ist zur Zeit mein einziger... Bequeen... Äh... Äh... Honeyqueen. Von daher... Ja. Leben wir erstmal damit. Ich glaub, ich könnte auch jede Menge Wasser hier drin sammeln. Wenn das zu wäre. Könnte man ja mal machen. So. Rübergehend. Hier großes Wasser-Sammelbecken. Ausbauen. So. Vor allen Dingen hier oben halt zumachen. Wenn ich das jetzt... Dann komplett dunkel? Naja, fast. Aber ich muss mal das hier zumachen. Ja, es ist komplett dunkel. Ich... Ich... Ich seh bloß was, weil ich ja noch den Lantern-Stick hab. Stimmt ja. Ah, eine neue Königin. Bitte sei... Äh... Was Gutes. So. Bin gespannt. Was kommt da raus? Oh, ja. Lifespan ist... Äh... Die werden immer schlechter. Aber es gibt ja andere Werte. Wie viele Königinnen hab ich jetzt überhaupt? Ich hab zwei Königinnen. Achso, und... Ich hab noch zwei Original-Honeyqueens, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Interessant. Hab ich vielleicht irgendwann mal so gefangen. Das kann sein. So. Ich hoffe, da kommt jetzt nochmal zwischendurch eine Königin. Das find ich gut. Und... Ich find ich nicht gut. So, ihr seid gleich zu zweit. So. Weg mit dir. Und ich wollt noch mal nach... Irgendwelchen guten Untergrundsteinen für die richtige Basis suchen. Hm. Dark Iron Bass. Fench. Mit... Ein Eisendach wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dwider. Das wäre... Ja, weiß ich nicht, ob das... Ob ich das hinkriege, dass das gut aussieht. Aber das wäre eine Idee. Aber ich bin eher so für die Eisenblock... Äh... Für den Eisenblock-Look. Wir kriegen auch gleich 50 davon raus. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zusammen mit den Heavy Strix. Und Pipes und so. Pipes wäre eine tolle Idee. Ich glaub, das könnte funktionieren. So ein bisschen Regenrinne-mäßig oder so. So Steampunk-ähnlich. Ein paar Mittelpipes. Das könnte dann schon so die... Das Tier 2 sein. Und hier ist dann wieder mehr Holz. Und... Andere Geschichten. Was ist das hier? Ach, da brauch ich Tanks. Okay, das wäre eigentlich wirklich Tier 2, aber... Naja... Loat... Ah, okay. Hm. Smallstone-Bix. Solid Support. Irgendwie interessiert mich grad, wie das aussieht. Und wenn das einigermaßen gut aussieht, dann wird das mein Boden. Zumal ich jetzt eh schon... Also Support könnte auch sowas sein, wie Stützbalken. Dann sind das nur Stützbalken, wenn das jetzt nicht so aussieht, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Ähm... Müssen wir mal gucken. So, Steam läuft noch. Sehr schön. Ähm... Hier ist der Block. Hier sind die neuen Blöcke. Doch. Ja, es hatte diesen metallischen Klang, aber eigentlich... Ja, doch. Ich finde das als Boden ist okay. Mhm. Noch mal ein paar von meinen fauligen Äpfeln essen. Vielleicht mal ein bisschen mehr. Das hier weg. Hm, wie mach ich denn das? Ich würde sagen, ich geh hier wirklich bis zum Rand. Und dann mit dem Heavy Stone. So. Man könnte mit denen jetzt noch im Hintergrund... Ähm... Nee, Quatsch. Wenn ich euch klein mache... Ach, hier ist nix im Hintergrund. Wie sähe denn das aus? Da kann ich gleich mal gucken, wie lange es dauert, so einen Block kaputt zu machen. Ah, okay. Die bilden also keinen Rahmen. Die gehen einfach so nach oben. Hab ich... Ja, die hab ich jetzt im Vordergrund gebaut. Ich... Ich hält. So. So wollte ich's nicht. So. Okay. Hier muss ich mir noch was ausdenken wegen dem Hintergrund. Und... Ich hoffe, das sieht einigermaßen so aus, wie ich's mir vorstelle. Ja. Was hab ich denn jetzt hier verbaut? Das sind schon die. Die haben halt bloß ne komische Textur. Okay. Hm. Beziehungsweise, das könnte ja auch so schräg nach oben gehen. Ich muss mir auch überlegen, was ich hier baue. Ob ich dann das hier nochmal so... So einen halben Block nach unten setze? So ungefähr hier? Das könnte sogar einigermaßen gut aussehen. Hab ich noch ein paar Smallblicks? Hab ich sogar. Also das geht ja... Eins... Zwei... Drei... Achso, und dann kann ich schon nix mehr bauen im Hintergrund. Das war ja, dass das... Das nicht mehr so ging, wie ich wollte. Aber... Wir können das hier im Hintergrund wegnehmen. So sieht's ja eigentlich schon fast gut aus. So. Mach mal das klein. Oh Gott. Ähm. Geht das? Ja. Da geht das nicht. Na, komm. Achso, jetzt hab ich ausbesehen hier. Na toll. Ich bin ein Held. Die Ziege gibt mir recht. Sieht das nur so aus, oder ist das jetzt nicht relativ schnell... Ja. Okay. Ich guck mal. So. Ab hier müsste es dann... Ja. Und... So, jetzt hab ich hier überall die Heavy Stones als Hintergrund. Und hier... Und hier... Kann ich das einfach so... Und... Ja. Geht so. Nach der Logik müsste ich eigentlich auch hier dann... Das so ein bisschen abbauen. Zumindestens... Ja, doch. Den Viererblock würde ich auf jeden Fall entfernen. Den auch. Ähm... Ja, vielleicht sogar den hier. So. Ja, doch. Äh... Ich... Na... Hier... Da, wo die Treppe lang geht, müsste man eigentlich auch noch mal Heavy Stone im Hintergrund legen. Aber ich denke, dass das geht auch so. Achso, jetzt regnet es nicht mehr so doll hier rein. Ein bisschen schon. Interessant, dass es überhaupt hier rein regnet. Aber wie sieht es denn mit dem Wassersammeln aus? Achso, das wird alles hier... Das verschwindet hier, besser gesagt. Wo sind denn die 5000 Schneeblöcke, die ich noch hab? Ich dachte, ich hätte noch 5000 Schneeblöcke. Habe ich die aus Versehen weggeschmissen mal irgendwann. Das traue ich mir zu. Ich habe hier noch den ganzen Slush. Ja, das bringt ja eigentlich auch nicht so viel. Oder ist das der Schnee, was ich hier als Slush betitel? Ne, das ist... Äh... Der Schloss ist... Äh... Slush ist Slush. Mhm. Okay, dann brauchen wir noch eine coole Tür. Und dann die nächsten Hintergrundblöcke für das nächste Ding dann halt. Wie sieht es hier aus? Ähm... Super. Achso, ich kann ja gleich mal ernten. Obwohl hier... Das wird nicht schlecht. Das wird auch nicht schlecht. Ähm... Das ist noch nicht so weit. Ja, eigentlich müsste ich noch mal richtig ernten gehen. Beziehungsweise... Wie weit bist denn du mein hydraulischer Freund? Na, 200. Und der Brunnen? 65. Kann man ja ein bisschen Holz und dann mal hier... Nur Zentrifuge. Ja, 500 ist definitiv zu viel. Ist auch noch. Selbst das... Hm, das könnte reichen. Und... Ab mit dir. So. Ist alles wieder erntbar. Sehr schön. Und bitte noch eine Königin. Dankeschön. Okay, ich hab... Der Schnee ist irgendwie hier drin gelandet. Interessant. Ja, es ist vielleicht auch nützlich, um die Bienen ein bisschen abzukühlen. Ach ja, ich hab ja... Ah. Ich nehm mal die Hälfte der Drohnen hier raus. Einfach, weil die Drohnen auch relativ schnell doch mal da drin sterben. Das tut mir auch ein bisschen weh und ein bisschen leid. Ach so, es könnte sein, dass die Drohnen allgemein zu wenig Blumen haben. Ähm... Ich hab doch mir so viele Mühe gegeben, noch ein paar Blumensamen zu finden. Dann kann ich doch mal ein paar davon pflanzen, auch wenn es nicht so viele sind. Ähm... Hab ich noch einen wenigstens? Ach komm. So, Talon zieht sich noch und Kartoffelsamen. Ähm... Vielleicht, wenn ich hier ein paar ernte. Ja, das müsste... So, da haben wir noch einen. Und... Ähm... Vielleicht... Ach ne, die Taste will ich drücken. Wenn ich an den drei Bäumen hier zukünftig Blumensamen mache, dann könnte das für die provisorische Bienentucht auch ganz nützlich sein. Jetzt ist grad Nacht, da wird eh nix... Eh nicht so viel. So. Und langfristig, wenn ich das dann umbaue mal irgendwann, dann haben wir auch mehr Blumen. Das sollte alles helfen. So. Ah, hier haben wir noch einen. Können wir mal ordnen. Okay, das war's. Das sollte den Bienen etwas mehr helfen. Ah, wieso denke ich nicht dran? So. Wie sieht's denn aus mit dem kontaminierten Wasser? Ist da schon was passiert? Das sieht gut aus. Beziehungsweise kontaminiertes Wasser ist ja das Ergebnis. Hauptsächlich wird ja hier Sauerstoff und Wasserstoff in kurster Form erzeugt. Achso, und ich wollte nochmal gucken. Wenn ich Mulch in den Handmill gebe... Nee, äh, dann hört's leider auf. Können wir mal Eisenerz hier reingeben? Das funktioniert. Ähm, ich bin gespannt, was aus Eisenerz wird. Oh, cool. Liquid Iron. Dann könnten wir langfristig... Also Iron kriegen wir unendlich aus Lava. Und dann kriegen wir Liquid Iron auch unendlich. Und... So kriegen wir Cottonwool. Also das machen wir ja eigentlich am Spinnrad. Wo ist denn das Spinnrad? Ähm... Ach, da vorne. Was ist denn da die Cottonwool? Drei Cottonfiber zu einem. Und hier habe ich 1 zu 1 bekommen, glaube ich. Kann ich hier auch die Cottonwool reintun und irgendwas Cooles draus kriegen? Nee. So funktioniert das nicht. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich die Alge herbekommen habe. Ich glaube, die habe ich irgendwo rausgesiftet. Ach genau, die ist ja auch ein... Ein Dünger. Ähm... Angst... Ach, was soll's. Eins kann ich mal durchjagen. Oder auch nicht, weil es nicht funktioniert. Iron hat funktioniert. Ähm... Magnesid. Ich brauchte doch irgendwas aus Magnesium. Okay, das hat gleich 2 Stück gegessen. Mhm. Mal sehen. Ein Ilyne. Das bringt auch nix. Ähm... Das, glaube ich, bringt... Äh... Carbon. Was könnte denn dann auch cool sein? Auf jeden Fall mal ganz schön viel Milch. Ähm... Ich probiere mal... Ich riskiere mal Gold. Nee, kein Liquidgold. Liquidzulfur. Liquidkupfer. Ich glaube's nicht. Hm... Nö. Leider nicht. Äh... Buckshells. Sehr selten, aber... Okay. 4 Stück auf einmal. Hört's gegessen. So, was haben wir hier bekommen? Ähm... Use it to create advanced genes. Okay. Ich glaube, das brauchte ich sogar für... Irgendeine Forschung. Und... Das hat man doch auch. Das war aus den... Buckshells. Hm... Salz hat man aus... Normalem Wasser. So ein bisschen... Ich glaube, aus Knochen kamen... Genau, aus Knochen kamen Dinge ins Öl. Das hier sollte nix bringen, aber ich kann's ja mal trotzdem probieren. Ah... Nee, leider nicht. So, aus Äpfel wurde mulch. Und... Ja... Würde ich jetzt erst mal in Ruhe lassen. Obwohl ich sicher gerade ein Reis, das hier hatten kann. Ich probiere gleich nochmal, was Reis bringt. So, gemahlener Reis quasi. Okay, der geht auch zum... Äh... Für ein einzelnes rein. Und... Ich krieg irgendwas zum Essen, oder... Ich krieg Mulch raus. Aber im Verhältnis 1 zu 1. Okay. Ähm... Haben wir die alle noch Mulch und... Ja... Das hier oben ist alles ein bisschen knapp. Hey, ich hab endlich meinen... Meinen Weizenkorn extra gekriegt. Das ist auch schön. Hab ich schon ein bisschen vermisst. Genau, ich wollte nach Hintergrundblöcken für... Das hier suchen. Das hier... Hm... Nochmal den gleichen Block. Eher den Heavy Stone. Oder die Straße. Nee, ich bin doch eher ein Fan von Heavy Stone. Und Pipes. Obwohl, ähm... Das, das... Die... Die Gerätschaften hier sind ja alle so ein bisschen auch holzmäßig aus. Als könnte man da schon so ein bisschen mit Holz experimentieren. Also das Ornanet war eigentlich auch nicht schlecht. Aber das wollte ich eigentlich für die oberen Stockwerke dann mir aufheben. Wenn's mehr so Richtung Lager geht. Hm... Eine Tür brauche ich auch erstmal. Gucken wir mal, was wir an Türen tolles haben. Hm... Ist ja alles Türen, oder? Ne Ground. Eine Gefängnistür. Das finde ich jetzt ein bisschen... Ah, das ist... Ja, cute. Aber... Ziemlich schlecht erreichbar. Interessant, was ich eigentlich schon für Türen hab. Ähm... Irgendwie... Irgendwie denke ich mir an sowas. Eisentür ist mir schon zu ein bisschen... Bisschen zu doof. Eine scharfe Tür, okay. Und eine Hedge. Irgendwie... Irgendwie... Ja. Passt das schon. Genau, ich wollte noch Lichter haben. Ähm... Kupferlicht. Hm. Was sieht denn so ein bisschen straßenmäßig aus? Normale Eisenlaterne. Grunleuchter, okay. Iron Spotlight. Hm. Sharp Light. Okay. Smile Copper. Das stelle ich mir eher so fürs Labor cool vor. Ich hoffe, das sieht auch cool aus. Ich probiere mal eine aus. Hoffentlich werde ich es nicht bereuen. Und die Öllaterne. Irgendwie denke ich mir, das könnte ganz gut... ...für den Straßenbereich passen. Mach mal mal acht Stück. Weil ich... ...mich einfach dafür entschieden habe. Ähm... Ist... Äh... Lava... Ist Lava im Planeten unendlich? Ja. Ähm... Wenn man ganz unten zur letzten... Also zur untersten Schicht läuft... ...dann... ...kann man unendlich Lava aus dem Planetenkern ziehen. Was ich noch nicht weiß... Ähm... ...is... ...ob ich Lava mit so einem... ...ähm... ...Dingens ernten kann. Mit so einem... ...ähm... ...mit so einer Wasserpumpe. Das würde ich dann nochmal ausprobieren wollen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich mach erstmal jeden zweiten. Und ich fang mal von... ...hier... ...obwohl... ...ähm... Ich lass mich einfach überraschen. So. Doch, das passt. Und... ...jetzt hab ich noch vier Stück übrig. Das heißt, ich könnte noch... ...die Zwischenbereiche auch machen. Ach, warum nicht? Dann sieht's nicht ganz... Obwohl... ...ich... ...dann sieht alles gleich aus. Und dadurch, dass ein bisschen Abwechslung drin wäre... ...das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann nehm ich das doch erstmal wieder weg. So. Lass mal es erstmal so... ...heb ich mir die auf. Achso, und ich wollte wissen... ...wie das in echt aussieht. Hä? Aber doch, doch... ...das geht schon. So, ich brauch hier noch so eine Art Marquise... ...oder wie auch immer das sich nennt. Ähm... ...aber... ...nehme ich da auch einfach nur Heavy Stone. Ich wollte auch vielleicht ein... ...ein paar Kupferpipes. Ich baue mir jetzt ein paar Kupferpipes. Guck mal, was sich damit... ...machen lässt. So, weg mit dir. Ja, hier sind wieder neue Kartoffeln. Das ist sehr schön. Ich könnte mal wieder meine Ernte... ...äh... ...in den Kühlschrank packen. Beziehungsweise den Mais... ...könnte man ja zu... Öl verarbeiten. Irgendwas noch... ...was wirklich unendlich davon ist. Ja, das meiste wird wahrscheinlich zu Mulch werden. Hm. Oder verdorbene Lebensmittel. Mal schauen. Ähm... Ach, ich wollte doch Kupfer machen. Habe ich überhaupt noch genügend Kupfer da? Kupfer, Kupfer. Ähm... Kupferbahn habe ich viel. Und Kupfererz auch. Ähm... Kupfererz habe ich ja schon probiert, da reinzutun. Das hat nichts gebracht. Wie sieht es hier aus? Mal schön mitnehmen. So. Oh, zwei. Und... ...die ist schon gleich wieder tot. Das tut mir sehr leid. Madame Königin. So. Mal gucken, was du für Töchter hast. Ah, sehr schöne Gehenforschung erst mal. Und... ...die sieht gut aus. Das ist... Damit könnte ich gerne weiterzüchten. Und... Ah, verdammt. Die Breeding Rates sind super. Produktion ist absoluter Schrott. Ähm... Weiß ich nicht. Finde ich... Finde ich überhaupt nicht gut. Aber ich glaube, die produzieren jetzt auch ein bisschen mehr, weil sie ein paar mehr Blumen haben. Ich... Ich sollte denen noch mehr Blumen geben. Ähm... Ich hatte gehofft, dass hier die ganze Landwirtschaft, die ich ja auf dem Weg habe, dass die noch irgendwas dem bringt. Aber ich habe das Gefühl, dass... Das bringt jetzt doch nicht mehr so viel, wie ich gerne hätte. Ich wollte... Warum habe ich das gerade schon wieder vergessen? Weil ich mich ablenken lassen habe. Ähm... Ein paar Kupfer... Rohre... Ähm... Noch mehr Ablenkung. Hier noch... Vielleicht noch nach ein paar coolen... Gimmicks gucken. Hier zum Beispiel Supporters oder einfach nur so dekoratives... Zahnrad. Was ist das da? Ja, für viel, viel später dann. Ähm... Ich gebe einfach mal Kopper ein. Oder Kop. Ja. Kupfer... Dingens. Achso, eine richtige... Leiter. Okay. Ich habe ja so eine simulierte Leiter gebaut. Aber das geht ja eigentlich schon. Kupferdach. Ne, das habe ich gebaut. Metallic Kupferplattform. Und hier ist eine normale Kupferplattform. Okay. Man könnte ja... Das so als Abschluss nehmen für... Ich baue mal ein paar davon. Kupferbahnen haben wir im E-Mers genügend. Ich wollte doch... Pipes haben. Aber ich glaube... Die sind ohne... Dingens geschrieben. So, Heavy Pipe und Slow Heavy Pipe. Kriegen wir jeweils 20. Wie viel kosten die? Jeweils eine Kupferbahn wahrscheinlich. Okay. Experimentieren wir damit mal ein bisschen herum. Na komm. Kontroll Widget. Paint Pink for Visibility. Playset... Oh Gott. Es gab mal einen Mod. Wo man durch Kupferrohre oder durch Rohre allgemein auch Flüssigkeiten und sowas leiten konnte. Ist das noch so? Kann ich... Also hier unten habe ich ja so eine Kupferpumpe gebaut. Man sieht ja, die hat ja hier so eine Art Ausgang. Kann ich das noch so verwenden? Dass ich durch die Kupferrohre... Ähm... Meine Flüssigkeiten irgendwo hinleiten kann. Das wäre sehr interessant. Sehr interessant wäre das. Ich wollte die eigentlich nur zur Dekoration haben, aber wenn die eine Funktion erfüllen... Dann müsstet die aber auch hier irgendwie so... Ja, zum Beispiel hier könnte dann so ein Rohr runterführen. Am besten hier gleich hier so nebendran. Hier dann auch... Hier so einen Gully. Genau, ich wollte mit den... Neun Plattformen experimentieren. Ob das aussieht, wenn ich die... Wo sind denn die? Hier sind die Neuen. Ähm... Rohr 1... Und Rohr 2... Wo bist du? Hm... Ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist doch das gleiche wie das hier. Ja, genau. Ähm... Hm... Das sieht sehr seltsam aus. Aber... Doch irgendwie funktioniert das. Naja... Da würde es aber eher funktionieren, wenn ich nur die nehme. Ähm... Wo sind meine Kupfer... Ah, ich glaube ich habe sie gefunden. Hier sind sie. Also so wie das jetzt gerade ist, gefällt es mir überhaupt nicht. Aber ich sehe Möglichkeiten, mir das passend hinzubauen. Beziehungsweise... Das sind jetzt die Plattformen, die sozusagen... Die Stütze einfach in der Luft haben. Ne, haben sie nicht. Aber die hatten doch eine hier so. Bin ich super? Haben die eine. Interessant. Hm. Das sieht hässlich aus. Ja, Kunst ist ja... Ach Gott, weg damit. Ich glaube, da hängt doch eins in der Wand. So, das ist eigentlich gar nicht Thema jetzt. Da können wir uns später drum kümmern. Geht's erstmal um... Rohre hier oben. Hm, ja. Irgendwie schon. Und das hier. Das ist nämlich schon wieder zu aufdringlich. Welche habe ich denn hier verwendet? Slooped Heavy Pipe. Okay. Und das hier oben, was mir schon nicht mehr so ganz gut gefallen hat. Das sind die normalen Heavy Pipes. Also die Slooped Heavy Pipes sind die, die ich hier als... ...untere Dingens nehmen möchte. Dann würde ich die sozusagen einrahmen von den Heavy Bricks. Und dann noch ein bisschen... ...kleines Bricks drumherum. So, würde das aussehen? Hm. Eher so... Ja, ich weiß auch nicht. Hm, wo sind denn die jetzt eigentlich gelandet? Hm. Sind die jetzt wieder da hinten irgendwo? Genau. Ach so, und die Hälfte von diesen Heavy Pipes wird hier unten irgendwie im... ...irgendwo verschwunden sein. Genau. Das könnte ich eigentlich auch mal mit irgendwas anderem ausfüllen. Ich will, dass hier Hintergrund ist, aber ich will nicht, dass das so die Wert... Obwohl, Kupfer haben wir unendlich. Indirekt unendlich. Aber wir haben viel Kupfer. Da ist eine... Ist das eine Biene? Ich glaube, das ist einfach nur ein Käfer. Können wir uns trotzdem mal fangen. Die Gefahr in, dass es doch eine Biene gewesen wäre. Ne, es ist ein Driftbell. Machen wir jetzt hier zufällig noch ein paar echte Bienen rumfliegen? Ne. Aber jetzt ist mein Interesse wieder an den Bienen geweckt. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir sustainable im Bereich Bienen sind. Ich könnte eigentlich mal meine provisorische Farm hier abreißen und noch mehr Blumen hinsetzen. Das würde auf jeden Fall helfen. Aha. Jetzt sterben schon wieder die Drohnen hier aus. Okay. Wir können ja mal hier die Squash-Königin und die Squash-Bienen züchten. Hier war nur die zweite Wahl drin. Weißt du was? Dann mache ich das jetzt erstmal so. Die kommen leider weg. Dann mache ich Reis. Hier, die Purpees. Die kann ich immer noch da hinten pflanzen. Das ist ja kein Problem. Und Reis, meine ich, könnte ich auch in den anderen Dingern züchten. Dann nehmen die mir keinen Platz weg. Ich habe sogar Kartoffelsamen wieder. So, hier waren Kartoffeln, glaube ich. Hier war Weizen. Das Ding. Dann kommt jetzt hier der Reis rein. Ähm, erstmal ein bisschen Mulch und Wasser. Wasser ist... Hier... Hälfte... So 300 irgendwas reicht erstmal eine ganze Weile. Sollte. Und der ganze Mulch... Komm, wir haben auch viel zu viel. 100. Komm. Bist du eine sehr lange Zeit glücklich, Reis. Hoffe ich doch. Am Ende gehen sie doch kaputt, weil er weiß. Okay, das hat super geklappt. So, dann... Kann ich das hier abreißen. So, dann kann ich hier ein bisschen ernten. Ja, das nehme ich gleich alles mit. Erstmal will ich hier ein paar Blumensamen. Mit dem Blumensamen will ich hier ein bisschen erdnern. So, ich habe fünf Stück davon. So. Immer noch mehr? Ja. So, zwei Orange. Und zwei Purple oder sowas. Genau, Purple. Und dann ab mit den... Wollte ich nicht die... Die Squash rausnehmen? Ich habe die Squash rausgenommen, aber wo... Ach, da ganz unten. Na, toll. So, meine neue Königin. Ab in ihr Domizil. Und ihr neuer Gemahl. Ich nehme nochmal hier alles raus, damit ich dann weiß, was von ihnen stammt, Frau Königin. Und ich genehmige mir ein paar Äpfel, nachdem ich mir aus Versehen schon wieder die falsche Taste gedrückt habe. Und jetzt haben wir wieder... Nee. Also ich habe die falsche Taste gedrückt, aber es ist nicht getriggert worden, dass ich jetzt hier liege. So, die fangen an zu produzieren. Die produzieren schon mal Honig. Und hier ist jetzt eine zweite Drohne. Das heißt, die... Sind das doch die exakt gleichen? Ja, scheint doch zu sein. Aber die Drohnen-Boothing-Rate ist ganz schön hoch, vergleichsweise. Vielleicht sollte ich denen auch noch mehr Rahmen geben. Das bringt auch noch ein bisschen was, glaube ich. Das sollte was bringen, hoffe ich doch mal. So, ich wollte Slope-Pipes haben. So, mal gucken, ob ich die einfach so finde. Ohne, dass ich jetzt was in der Tastatur eingeben muss. Ja, sogar. Ich will... Mach mal mal... Mach mal mal 500 Stück, das ist es... Nee, 200 wären es nur. Okay. So, gibt es noch irgendeinen schönen Hintergrund-Block? An den ich jetzt nicht gedacht habe. Bonnet-Boot? Was brauchst denn du? Du brauchst Threaded-Boot. Wie kriege ich Threaded-Boot her? Ist das auch was, was ich hier herkriege? Ähm... C... Ja... Ah, Threaded-Boot. Direkt aus Wood-Logs, aber davon haben wir ja auch noch ein paar. Hm. Können wir ja mal 50 herstellen. Hm. Hier sind noch so Stahlbalken. Das vielleicht... Als Deckenstütze? Hm. Weiß ich nicht. Ähm... Hier ist das normale Ornate. Oder hier das... Das Ornate schon als... Decke allgemein. Oder hier so ein... Nur so ein Stahlstütze. Also es sieht so aus, als wenn es stark wäre. Hm. Mh... Ivan-Blocks als Hintergrund... Ding. Ja, finde ich irgendwie schon zu übertrieben. Dann lieber die Small Bricks. Ähm... Davon... Das sagt mir einfach mehr zu. Auch wenn die teuer sind. Hm. Dass ich keine normalen Bricks machen kann. Stimmt, das... Das würde eigentlich auch okay aussehen. Ich... Ähm... Mache jetzt doch mal hier ein paar... Mache mal hier einen 64er-Block rein. Ähm... Was war schon das? Ist das Richtige? Hier ein 460er. Und... Wo könnte ich denn... Ich habe nicht mehr so viel Capstone, aber ich riskiere es mal. Dass ich ein bisschen Lehm rauskriege. Und wo ich auch Lehm rauskriegen könnte, wäre hier Matt. Das ist beides nicht so viel. Und nehme ich hier nochmal die Hälfte raus. So. Hier auch nochmal die Hälfte, wenn er mich lässt. Okay. Neue Königin zufällig? Ja. Sehr schön. Was produziert ihr, Herr Feines? Ihr produziert... Okay. Dieses Magnesium-Powder. Da brauche ich keine... Magnesium durch den Sifter jagen. Das ist auch nett. So. Können wir gleich mal unsere Drohnen... Äh... Ihnen, Königin... Anschauen. Die hat man schon. Die hat... Das war ja der Totalreinfall. Die produziert ja leider gar nichts. Das ist... Sehr ärgerlich. Aber die würde viele Königin produzieren. Wir brauchen viele Königin. Okay, die habe ich auch noch nicht durchsucht. Was kannst du? Ah, du produzierst keine Drohnen. Ah, verdammt. Ne. Die Mutationsrate ist auch relativ gering bei dir. Ich hoffe, da kommt noch mal eine Squash-Königin raus. Irgendwie hier. So, jetzt ist erst mal Nacht. Ist nicht so viel. Alter. Ist das doch traurig. So. Ähm, genau. Ich wollte hier im Hintergrund... Eigentlich die haben. Obwohl, die könnte man eigentlich auch im Hintergrund hier lassen. Dann habe ich was im Hintergrund für meinen... Äh, für meinen inneren Frieden. So. Und dann kann ich hier anfangen... So das Zeug zu setzen, wie ich es mir eigentlich dachte. Vielleicht auch ein bisschen versetzt. Und vielleicht ein bisschen... Ah, ich weiß es auch nicht. Ursprünglich dachte ich mir das so. Hm. Jetzt sind hier ja doch solche Geschichten drin. War das reiner Zufall, dass das... Ähm, habe ich zufällig die Taschenlampe dabei? Ja, habe ich. Okay, die haben beide solche Geschichten. Hm. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Ich wette... Da, wo es lobt, steht das... Die werden wahrscheinlich, äh, schöne Diagonalen bilden. Und die anderen nicht. Wenn ich das richtig interpretiere von ihrem Namen her. Dann brauche ich den, um die auszuschalten. Ja, okay. Das geht's Gott sei Dank nur einigermaßen schnell. Heavy Pipe. Hm. Macht aber trotzdem Sinn, das da zu lassen. Aber... Ach doch, das... Das kann so ein bisschen gemischt bleiben, glaube ich. Das weiß ja keiner. Und das... Das müssen wir auch niemandem... So direkt sagen. So. Äh, das wollte ich auf jeden Fall... Obwohl, da... Ja, doch, das kann irgendwie rausgehen. Mal gucken. Dann guckt das so ein bisschen aus der Wand raus. Das könnte sogar ganz lustig aussehen. Ähm. Hier wollte ich... Na, jetzt guckt's auch nicht mehr aus der Wand raus. Alles ist trotzdem egal. Ist doch das gleiche wie hier, oder? Ja. Ah. So. Hier soll das erstmal so aussehen. Dann sollen einige davon, weil ich hier so ein bisschen hochgehend. Also, halt. Die gehen nicht hoch, oder was? Die sollen doch sloped sein. Ähm. Machen die normalen Heavy Pipes das? Wenn ich jetzt zwei Heavy Pipes hab, wo seid denn ihr beide? Ich hab doch nur zwei jetzt gehabt, oder? Ach, da hinten. Ja, die machen das. Okay, ich brauch Heavy Pipes. Aber ich kann sozusagen die sloped Heavy Pipes dafür benutzen, dass hier unten alles gerade aussieht und dann... Ich weiß nicht. Deswegen kann ich das alles wieder abreißen. So. Alles wieder weg. Beziehungsweise die sloped Heavy Pipes, die können wir ja lassen. Ich nehm jetzt nur die Heavy Pipes raus. Oder versuch's. Hm, ich überliere grad. Einfach mehrere Rohre so übereinander zu ziehen. Unterbrochen von so Heavy Stone. Hm, ob das besser aussieht. So, hier ist wieder sloped Heavy Pipes. Okay. Dann... Erstmal ihr wieder. So, rechte Taste gedrückt halten. Und einmal hier durchlaufen. Sehr schön. Und hier, das sind jetzt wirklich die 20. So, ich versuch mich mal nicht an dem unteren zu orientieren, sondern ich mach jetzt hier quasi mein eigenes Ding. Und guck mal, das sieht doch trotzdem noch gut aus. Wie sie schnell hier das Wasser ansammelt. Das fließt hier alles runter, das fließt hier runter. Ist da irgendwo mal so eine größere Sache, die sich gesammelt hätte? Also, wahrscheinlich, wenn ich das Wasserbecken wirklich mal füllen will, ähm, dann sollte ich mich erstmal um mein Überleben kümmern. Mache ich mal vorübergehend das hier zu. So, und dann sollte, sehr langsam, oder auch nicht, sich das mal hier so füllen. Mal gucken, wie weit mein Brunnen ist. Ach, komm, lass mich in Ruhe. Und der hier? Was hast du bis jetzt geschafft? Ach, 100 wieder. Ja, ist in Ordnung. Hm, noch keine neue Königin? Oh, die geben ab zu... Äh... Plant Fibers, das ist auch interessant. Vielleicht haben die Drohnen deswegen auch ein bisschen Plant Fiber produziert, weil die Blumen das hergeben. Ach, jetzt hab ich den nächsten schon wieder getriggert. So. Hm, das müsste jetzt hoffentlich reichen für den Rest der... Hm, der Geschichte hier. So ein paar grüne Blumen, oder welche Farbe auch immer das hier sein mag. Zwei Hylia. Und ne Purple. Oder drei Purple. Da ist noch Platz für eins. Aber wir haben keins. So. Ein paar Drohnen haben wir zumindest bekommen. Aber ich hätte gern noch ne richtige Squash Queen, die... Ja, die Drohnen-Fähigkeit hat. Das ist doch traurig. So, nochmal das Ding ernten. Ich glaub, ich werd jetzt doch nochmal die Blumen hier. Kann natürlich sein, wenn die nicht blühen... ...dass die dann auch nicht, äh... ...weiter produzieren können, die Bienen. Das kann natürlich sein, wie bei echten Bienen, dass die ja ihren eigenen Honig erstmal brauchen, ...um ihre Kinder zu ernähren. Interessant, du produzierst direkt Zucker. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll zu wissen. Okay, Zucker und Salz. Interessant. Also du produzierst so richtig schön Mineralien. Oder sowas ähnliches. Ja gut, mineralisierter Zucker ist das ja mehr oder weniger. Ist ja... Ist ja okay. Können wir so machen. Ich seh grad, ich hab keine Äpfel mehr in der Hotbar. Hab ich überhaupt noch Äpfel? Ich esse erst mal das hier. Und dann machen wir nochmal ne Holzfellrunde. In der Zwischenzeit kommt hoffentlich noch mal ne Königin zustande. Ah. Irgendwie scheint das... Was müsste eigentlich gehen, dass das noch weiter wächst? Wächst wahrscheinlich auch weiter, bloß nicht mehr so sichtbar. Das kann sein. So, alles schön einsammeln. Bar switchen und... Weg rennen. Ah. Und weg ist es. Und... Ja, eine neue Drohne. Bitte sei... Vernünftiger als deine Schwester. Und offenbare mir, was du produzierst. Es regnet ja unerfaltsam auf deinem Planeten. Ja, es ist wunderbar. Wahrscheinlich würde das jeden anderen nerven, aber für mich ist es super. Okay, Drohnen... Okay, damit kann ich arbeiten. Die... Die ist lieb. Die Kombi. Ja, die leben zwar nicht so lange, aber hier lebt ja irgendwie... Auf dem Planeten leben die Bienen alle gefühlt überhaupt nicht so lange, wie ich es gerne hätte. Okay, dann... Ähm... Kommt das Tier rein. Ähm... Was war mit euch? Ist auch okay. Ich könnte mal das hier... ...sozusagen wechseln. Und... Genau. Du Base 0 und du Drohne 0. Ihr seid alles so zweite Wahl. Die Drohne hier auch zweite Wahl. Eigentlich, ne? Oh, noch eine... So, eigentlich müsste ich mich jetzt hier daneben stellen. Und unaufhörlich... Ähm... Königin rausziehen. Wahrscheinlich, weil es die ganze Zeit regnet. Das ist jetzt durchaus wirklich so gedacht. Ähm... Wenn die Drohnen... Also wenn die jungen Bienenkönigin erwachsen werden, dann fliegen die normalerweise hier rum. Aber weil es so viel regnet... Ähm... Ich glaube, das funktioniert ab und zu nicht, das mit dem Rumfliegen, wenn die... Wenn es regnet. Und das könnte die tatsächlich bremsen. Müsste man in so eine Art Bienengewächshaus züchten, wo der Ring nicht rein kann. Ja... Später vielleicht. Zur Zeit geht es hier auch. So... Achso, ich bin ein Idiot. Ich muss doch hier reingucken, damit das weiter funktioniert. Und... Ja... Zumindest keine Null. Das heißt, du kommst hier rein. Ja, die produzieren alle ziemlich langsam. Aber das ist ja auch irgendwie so... Äh... So... Null... Null Dingens. Ich bräuchte eine bestimmte Drohnenart, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Das... Das nervt mich ein bisschen. Dass die jetzt noch nicht da ist. Sehr, sehr schade. So, Hintergrundblöcke für da oben. Jetzt ist übrigens Tag. Jetzt müsste ich das eigentlich mal ausnutzen, dass ich hier ein bisschen sehen kann, was ich mache. Ähm... Heavy Stone. Hier so als Hintergrundblock. Ja... Dann der Small Stone. So, unterbrochen von so ein paar Pipes. Das... Das kann ich mir gut vorstellen. So... Wie sieht es denn eigentlich mit dem Wasserbecken aus, das ich hier unten angelegt habe? Naja, nicht wirklich viel. Ich habe doch noch so ein anderes Wasserbecken angelegt. Mhm. Achso, das... Das wird ja ständig abgepumpt. Und hier... Irgendwie... Will das nicht weiter, ist da... Ist da irgendwo ein Loch in der Wand? Ich sehe zumindest eigentlich keins. Oder ist hier noch irgendwas im Hintergrund, was ich nicht... Nichts sehe, was aber alles kaputt macht. Nö, eigentlich nicht. Also daran sollte es nicht hängen. Ich kann ja mal hier alles wegnehmen. Hier auch ein bisschen vom Schnee weg. So, 54 Wasser. Ist nicht die Welt. Aber ist auch nicht schlecht. Ja, die... Die stirbt schon wieder gleich. Ich nehme ja dir mal die Hälfte deiner Männer weg. Will dir nicht böse sein, aber... Oh, da oben fliegt tatsächlich mal eine Biene. Ah, komm her. Warum bist du so weit da oben? Da kann ich dich nicht retten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Komm, weiter runter. Bitte. Vielleicht ist das auch noch so ein Grund, warum ich nie welche gesehen habe. Weil die da oben irgendwo, sonst wo... Im Himmel... Das Himmelsglück suchen. Naja. Die sollte eigentlich nicht despawn, solange ich irgendwie der Nähe bin, aber... Geht ja immer noch weiter hoch. Jetzt sehe ich sie wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das an der Dunkelheit liegt oder ob sie despawned ist, oder... Ob ich sie einfach nicht sehe, wegen der Dunkelheit. Äh. Oder weil sie mit dem Hintergrund... Eins wird. So, die haben alle... Ja, die produzieren alle nur am Tag. Aber die sollten jetzt an der Nacht auch nicht altern. Hoffe ich. Ah, das wird mal merken. Wie weit bist du? Ja, es geht. Und du hier? Ja. Na. Aber du. So, ich müsste demnächst mal wieder ein bisschen was essen. Ah, die letzte Apfel-Ernte war gar nicht so reichhaltig. Aber, ähm... Wir haben ja die Hälfte der Apfelbäume reduziert, um ein bisschen Platz für meine Bienen zu schaffen. Ähm, das ist natürlich... Das ist natürlich... Das muss man in Bezug ziehen. Ähm, die Hälfte davon. Die Hälfte auch wieder hier hoch. Vielleicht mal ein bisschen was davon essen. Ich glaube, es braucht mehr Platz, wo es reinregnet. Ja, ich glaube auch. Hier zum Beispiel könnte man... Ah, das Radfahrt... Ich will hier eigentlich gar nicht so viel bauen. Ich will auch endlich meine richtige Basis fertig kriegen. Das dauert schon viel zu lange eigentlich. Man könnte hier schon mal das Kupferlicht hinsetzen. So wie das ungefähr dann aussehen könnte. So Serviervorschlag mäßig. Ähm, wo ist denn das Kupferlicht? Hier ist das Kupferlicht. Ja, toll. Du störst eigentlich auch ein bisschen gerade meine Beleuchtungspläne. Ähm, weg damit. Komm. Hm. Das ist ein bisschen so gedimmtes Licht. Aber ich, ich mein... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier kriegt man ja auch relativ schnell die 54 Wasser zusammen. Wenn ich ja einfach nur das machen würde eine Weile. Hm. Hier sind meine Small Bricks. So, ich mach jetzt einfach die Pipes so ein bisschen nach... Rauchgefühl. Welchen Abstand die sind. Moment. Hatte ich vorhin nicht das Problem, dass die nicht nach oben gingen? Und jetzt gehen die doch nach oben? Ich hatte gerade Angst. Verdammt, das war doch die falsche Richtung. Jetzt geht's plötzlich einfach so. Hm. Das finde ich... Das ist schon ein bisschen unfair. Auf der anderen Seite ist... Jetzt geht's endlich. Also... Ja. So. Ähm. Ach Gott, nee. Das da wollte ich drücken. So. Und... Das hier war eine Heavy Pipe. Ja. Das ist vielleicht einfach Zufall, welche... Welche davon mal so und mal so aussieht. Ach, dann machen wir das hier zu und dann... Setze ich einfach hier die nächste hin. Das Rohr kann ruhig nach draußen zeigen. Wer weiß, was wir damit noch machen können später. Und hier so ungefähr, wo die Tür stehen soll... Äh. Also gut, das kann doch vielleicht so bleiben. Nee, dann würde ich nämlich... Wenn, dann würde ich nämlich gerne hier das noch... Durch ein Rohr tauschen. Vielleicht sogar wirklich eins, das so regenrinnenmäßig nach oben geht. Und hier so ein bisschen Abschluss nach draußen symbolisieren soll. Oh, ich hoffe, das sieht aus. Ah, es geht. Ähm. Das ist da im Weg. Hier kommt eine Tür. Hier in die Mitte. Und... Ja. Die Small Bigs hier reinsetzen. Ups. Eins, zwei... Okay, dann müsste man von hier aus, glaube ich, anfangen. Das müsste richtig sein für die Tür. Ähm, wo ist denn... Achso, ich habe ja noch die Suha. Wo ist denn meine andere Tür? Ich meine, ich hätte eine andere Tür gebaut. Bist du noch Metallkisten? Ist auch okay. Okay, diese Tür ist dekorativ. Und... Die fängt da an. Okay. Aber kriegt der... Ist das eine richtige Tür? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Ding, was in der Weg steht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die haben... Ich würde mich... Ich wäre leicht enttäuscht, wenn die wirklich so einen Quatsch eingebaut hätten. So. Ähm. Einmal die dekorative Tür jetzt hier rein. Ich würde mich die jetzt zumachen. Verdammt. Das ist wirklich einfach nur ein Dekostück. Ähm. Dann erstmal... Einfach nur zum Spaß jetzt das hier reinsetzen. D-H passt schon irgendwie... Passt auch so ein bisschen in das Setting. Und wir sammeln auch jede Menge Regenwasser jetzt hier rein. Oh, und das hat auch schon ein bisschen sich vollgeladen. Das ist zuerst hier vollgelaufen. Und dann... Das hier. Mach mal hier noch. Das alles einsammeln können. Und jetzt ist wieder Tag. Das heißt, es ist wieder... Bienenzeit. Komm. Ich glaube, das hier habe ich mir nicht so gut ausgedacht. Also später brauchen wir hier unbedingt ein Dach. Aber zur Zeit ist das ein cooles Wassersammelbecken. Okay. Chat steht erstmal nichts Neues. Ja. Ja, komm her. Ah, neue Käfer. Aber ich glaube, das sind richtige Käfer. Das hat nichts mit... Äh, den Bienen zu tun. Ja, wieder ein Driftbell. Ah, komm. Ich habe es gesehen. Hier oben war eine Biene. Aber die ist nicht mehr. Das finde ich sehr schade. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Will ich schon mal langsam die Sachen darüber tragen? Oder will ich das erstmal zu Ende bauen? Eigentlich sollte und will ich das zu Ende bauen. Weil ich finde es auch cool, wie das Wasser sich einfach sammelt. Nehmen wir erstmal noch ein bisschen Wasser hier raus. Beziehungsweise, wir können es auch wieder zumachen. Nein, du sollst das zumachen hier. So, Lichter nach oben. Wie, wie, wie hoch braucht man denn das da ungefähr? Und wir müssen da noch einen zweiten Stock einplanen. Von hier aus. Das können wir aber so leitermäßig, dachte ich mir. Hier am Ende. Müssen wir aber jedes Mal so weit rumlaufen. Können aber auch von hier aus auch nochmal eine Leiter nach oben bauen. Oder von beiden Seiten. Von beiden Seiten eine Leiter nach oben. Das ist doch eine Idee. Das hier waren diese Plattformen. Wie, wenn ich die direkt an dem Rand setze, dann haben die so ein Ding. Aber nicht. Nicht so. Und. Ja, das sieht halt irgendwie komisch aus. Obwohl, damit könnte man arbeiten. Machen wir mal drei. Und der vierte ist dann immer so ein Metallbrick. Ding. Ja. So weit weg. Würde das aussehen. Und wenn ja, könnte ich damit, hoppla, leben. Man könnte jetzt da noch eine Röhre langlaufen lassen. Und so tun, als würde das zur Röhre gehören. Oder, ähm, ein Holzbalken. Ich glaube, ich will da ein Holzbalken reintun. Und sowas ähnliches will ich dann hier auch bauen. Drei Holzbalken. Und dann jeweils links und rechts diese, ja, doch, doch, das könnte funktionieren. Ich hoffe, ich, ich verhebe mich jetzt nicht. Ähm, das, rechte Taste. Ja, ich muss jetzt mal ein schönes Wasserbecken wieder kaputt machen. Ähm, wie mache ich denn das mit, äh, den Rohren im Hintergrund? Hm. Soll ich überhaupt Ordinate Woods das nach oben zeigt? Ja, ich habe vier Stück davon. Nein, du sollst, äh, da stehen bleiben. Und einfach nur den Hintergrund einmal abräumen. Hm. Nein. Ah, meine, meine eigene Tastenbelegung ist gegen mich. Achso, ich kann doch einfach, das müsste doch gehen, wenn ich hier einfach Shift drücke und, ach, ich hole gleich noch eine Maus hier und, äh, spiele mit Tasten und Maus. Beziehungsweise, ich kann ja erst mal anfangen. Das sieht jetzt ja gar nicht so gut aus. Doch, das sieht okay aus. Achso, von der Seite ist ja natürlich, ah, okay, okay, okay. Hm. Dann müsste ich das im größeren Ausmaß nochmal ändern. Hm. So, dann könnte ich das eher sozusagen hier an die Wand klatschen. Das Wandlicht. So, und dann mache ich das hier im größeren Ziel kaputt. So, dann kommt hier das Ornid Wood rein. Da drüben baue ich dann genau das gleiche. Ja, ich wollte hier auch noch das mitnehmen. Los, ach Gott. Ich überlege gerade, ob ich, äh, nur dafür mir eine Pickaxe bauen soll, aber diese Pickaxe, die würde ja, die würden ja dann auch ständig, äh, aufgebraucht. Was auch ein bisschen schade wäre drum. Nein, äh, ja, schon wieder verdrückt. Diese Gewitteratmosphäre auf dem Planeten. Das war eigentlich ein bisschen albern, aber... Weil man sieht ja auch nicht so wirklich Gewitter, aber... Doch, irgendwie, atmosphärisch ist es ja trotzdem. So, hier ist Treppe Nummer 1. Oder Leiter Nummer 1. Und hier kommt dann Leiter Nummer 2 rein. So. Okay. Müsste hier sein. Hier müsste das dann richtig kaputt gehen. So. So, ich will Ornith Wood haben, das nach oben zeigt. Sozusagen. Ach, komm. Ähm, das erst mal weg. Mauszeiger in die Richtung. Können mal gucken, was hier eigentlich rausgekommen ist. Und, ja, das Übliche. Ach so, Gravel. Gravel ist rausgekommen. Ich wollte ja unbedingt noch ein bisschen... Das war ja meine ursprüngliche Intention. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Dingens gehabt. Ähm, das tue ich mal hier rein. Den Rest nehme ich mit. Ähm, so wollte ich das machen. Damit ich jetzt nur gucken muss, wo das genau reinkommt. So. Ich glaube, es braucht mehr Platz. Ach so, das hatte ich schon gelesen. Ja. Ähm, hier kann ich noch das Ding ernten. Der Rest ist okay damit. So wie es ist. Ah, hier ist alles gestorben. Verdammt. Die ganzen Drohnen sind gestorben, weil ich mir rechtzeitig aufgepasst habe. Aber, ähm... Ja, das ist jetzt leider so. Zum Glück habe ich ein paar davon gerettet. Ach, je, je, je. Hm. Es tut so weh. Die Abenddrohnen. Nee, nee. Nee. Jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Zurück zum, zum Bautable. Zu dir hier. Ornid Wood, nach oben. Please. Das war relativ... ...weit unten hier. Da ist Tweeded Wood. Aber davon habe ich ja jetzt was. Ach so, das geht nicht mehr, weil ich keinen Cubblestone habe. Ähm, dann gebe ich das einfach nochmal ein. Und dann sehe ich ja, was ich bauen kann. Das hier wollte ich haben. Das braucht Tweeded Wood. Aber... ...das ist auch relativ günstig. Quick Support Block. Ja, okay. Aber einige Blöcke, da kann man... ...da kann man relativ viel bauen. So 150. Das wird für eine ganze Weile reichen, glaube ich. Und dann gab es doch noch die, die sozusagen in die andere Richtung gehen. Also die horizontal verlaufen, glaube ich zumindest. Ich sehe sie jetzt aber gerade nicht. Primitiv. Ach, Flurwing ist das. Ja. Aha. Machen wir auch mal 10 Stück hier, weil ich glaube, davon könnte man mehr gebrauchen. Wenn man wirklich mal ein ganzes Stockwerk damit... Äh... Flur ist Boden. Also ausbekleidet den Boden damit. So, dann... Einmal das. Ach nee, komm. Lasst mich doch in Ruhe. So, das sollte erst mal reichen. Dann das. Sehr schön. Und, ähm... Hier... ...mache ich mal vorsichtshalb erst mal die Smallpicks hier dazwischen rein. Nein. Ja, ausgerechnet jetzt ist... Aha. Aber das wollte ich ja eigentlich verhindern. So. Ich warte jetzt wirklich erst, bis ich das Ding ausgerichtet habe. Und dann drücke ich auf die Taste. So, wie weit soll denn das Ding nach oben gehen? Hm. Beziehungsweise, das geht ja noch weiter nach oben quasi. Weil das geht ja noch in den nächsten Stock hinein, so ein bisschen. Aber... Das könnte schon okay aussehen. Dann... Dann gibt's hier vielleicht nochmal eine Zwischenebene mit... Dann gibt's hier vielleicht nochmal eine Zwischenebene mit, äh... Crates oder sowas. Oder einem Lagersystem. Wenn ich mir das dann schon irgendwann irgendwie leisten kann. Das wäre doch nett, wenn das so funktionieren würde und könnte. Hm. Wie groß ist denn hier so ein Stockwerk? Hier oben sind die Stockwerke ein bisschen kleiner. Aber das hier war ja Türhöhe plus Türrahmen und dann eins, zwei... Also fünf Blöcke. So. Also Türrahmen. Eins, zwei. Der fünfte. Das wäre hier praktisch. Und ja, dann könnte man sagen, das hier ist so der Übergang in das nächste Stockwerk. Das könnte man dann noch vielleicht ein bisschen anders verkleiden. Zum Beispiel diese Hornet Flut... äh... Dingens als Hintergrundblöcke nehmen. Oder irgendwas anderes als Hintergrundblock. Hm. Zum Beispiel die Rohre. Die Rohre könnten doch... Da oben... Sozusagen abschließen. Das fände ich jetzt gar keine schlechte Idee. Hoppla, da ist wieder eins zu viel. Das finde ich schon schlecht. Aber der Rest... Ja, ich glaube, ich lasse das bei den Rohren. Ne. Und dann mal so. 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 Das Hornet-Zeugs. Ah. Meta-Manipulator auswählen, damit ich hier... Das korrigieren kann. Dann korrigiere ich gleich auch mal, was ich da hinten kaputt gemacht habe. Ach, hier. Genau, da sollten... Ja, Rohre langfristig hin. Na. Ach, komm. Zum Klick geht das wenigstens. So, Rohr habe ich eigentlich auch noch mehr als genügend. So, hier. Das lang. Ja. Die Heavy Bricks. Vorsichtig. So, und das. Und das geht's einfach doch durchziehen. Macht das Sinn, dass... Doch, das würde Sinn machen. Okay. Sieht ein bisschen albern aus, aber es ist in Ordnung. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier sollen die... Die Rohre ruhig auch durchgucken. So. Hier sind Lücken nur noch auf der Höhe. Okay, dann haben wir das doch geschafft. Ist noch was alberne Licht. Auf welcher Höhe könnte man das hinsetzen? Und wie sieht denn das überhaupt aus? Ähm... Hier an der Wand. Könntest du erst mal links und rechts von diesem... Von dem teilnehmen. So, jetzt müsst ihr ja jetzt auch ein bisschen wieder... Schreibe gerade an meiner Facharbeit und höre dir zu, wie du spielst. Sehr entspannt. Oh, das gefällt mir. Ja. Ähm... Dann wünsche ich dir auch viel Erfolg bei deiner Facharbeit. Ja. Demnächst schreibe ich dann auch irgendwas mal wieder. Achso, das wird ja hier von dem Ding abgepumpt. Und... Apropos, wie weit bist du jetzt mit Pumpen, mein Freund? Ja. Komm, her damit. Und der Brunnen... Hat auch wieder ein bisschen was. So, es ist Tag. Da kann man ja nochmal... Mh... Äh... Squash Queen haben wir jetzt. Erstmal kann ich ja das wieder alles mitnehmen. Honig würde ich einfach mal drin lassen. Weil Honig produzieren ja alle Bienen. Aber... Ähm... Honig ist vielleicht auch nützlich für... So. Die Königin war doch eigentlich ganz cool. Dann die Königin zusammen mit den Drohnen. Und dann gucken wir mal, was rauskommt und was da passiert. Erstmal kommen neue Drohnen raus. Das ist richtig und wichtig. Und ich glaube, da fliegt gerade eine richtige Biene. An die Drohne. Okay. Ist zwar eine Drohne, aber immerhin... Irgendwie will ich jetzt nochmal gucken, ob ich... Das ist jetzt eine Spontanentscheidung. Aber ich will jetzt einfach mal gucken, auf diesem Planeten, ob ich nochmal irgendwo... Neue Insekten finde. Und zwar welche, die mich nicht angreifen und töten wollen. Sondern jetzt einfach nochmal ein paar Bienen drohen. Ah ne, das habe ich da eingesperrt. Das ist okay so. Der wahrscheinlichste Punkt, sie zu finden, ist tatsächlich im Untergrund. Das ist ein bisschen... Ja, müsste man so ein bisschen mehr aufpassen. Das sind normale Buckshells. Aber die können wir ja auch irgendwie verwenden. So, ein süßer kleiner Frosch. Ähm, noch mehr Buckshells. Ähm. Ne, das sind einfach nur Punkte von dem Feuer. Da ist... Es ist noch eine Buckshell. So, du springst da runter. Und tschüss. Oh, ein leuchtendes Shiny von den Viechern. Ah. Ähm. Mal gucken, ob da drin eine Biene ist. Ich glaube es zwar nicht, aber... Auf jeden Fall ist hier Eisen drin. Das ist auch interessant. Und hier ist dann ja schon Ende. Ende Gelände. Aber wir können uns den Weg einfach nach vorne buddeln. Ich brauchte sowieso ein bisschen mehr hier Dinge ins Couple Stone. Couple Stone war ja mir komplett ausgegangen. Und da haben wir noch ein paar Bones. Couple Stone und Bones. Sehr nett. Ähm. Bin König in Brustika... Äh... Brustika... Äh... Prokrastinieren. Das kenn ich auch. Was bringen dir die Bienen? Simsela Wim. Ich bin wieder hier. Moin Backflip. Ähm. Hallo Schmorf. Äh. Bienen bringen... Unendlich viel Erde. Und bringen auch ein paar andere Rohstoffe. Die langfristig... Also ich will ja nicht von meinem Starterplaneten weg. Und ich will so viel wie möglich mir aus dem... Nichts ergründen. Und da sind Bienen durchaus hilfreich. Einfach ein paar Rohstoffe zu bekommen. Und... So Materialien halt. Die Squash-Bienen. Die sind zum Beispiel... Die bringen sogar relativ... Äh... Dann würde es eigentlich so eine Art Orchid-Biene geben. Ich hoffe, die finde ich wirklich nochmal hier irgendwann und irgendwie. Die würde einem... Neue Arten von Blumen geben. Und... Ähm... Das goldene Holz. Das... Das hier... Sozusagen... Bienenholz. Das klingt total bescheuert, aber... Ähm... Damit könnte man bessere Bienenstöcke bauen. Und dann die Bienen, die einem mehr bringen... Auch nochmal besser züchten können. So, hier drin ist ja... So eine Art kleiner Mini-Dungeon. Den könnte man ergründen. Ich weiß aber nicht, ob das... Im Sinne meines Let's Plays wäre. Ich versuche es erstmal zu vermeiden, aber... Langfristig... Mh... Müsste man mal drüber nachdenken. Ob wir den machen oder nicht. Nehme hier noch ein paar Blumen mit. Das sind jetzt nur die Petals gewesen. Ähm... Da sollte nichts sein. Ach, das ist nur die Ente. Da sind wieder Bugshells. So. Der war doch schon wieder ein bisschen shiny, oder? Noch mehr Bugshells. Aber die brauche ich ja nicht unbedingt. Ich will richtige Bienen haben. Oder ist das eine richtige Biene? Die nur anders aussieht. Ne, ist es nicht. Lass mich in Ruhe! Ah. Tot. Auch tot. Ich glaube, es hängt nur an diesem kleinen Fitzel. Das ist eine richtige Biene. Yay! An die Queen. Ja, nicht das, was ich wollte. Aber auch nicht so schlimm. Jetzt ist schon das komische Haus da. Ich mach mal hier ein bisschen... Dass ich, äh... Habe ich da gerade oben was gesehen? Ne. Aber es regnet hier gerade mal nicht. Das ist doch auch mal was Neues. Mal ein bisschen Medizin. Wenn ich Medizin nehmen könnte. Ja. Weil ich... Ich würde gern einfach an dem vorbeilaufen. So, der hat sich da unten gerade selber gefangen. Das... Das ist auch okay. Ich dachte, ich kann doch rechtzeitig ausweichen. Aber... Konnte ich nicht. Ähm... Drei süße Entchen. Hier unten vielleicht. Da ist eine. Glaube ich. Ah, dann sind diese Gegner im Weg. Erst Biene, dann Gegner. Leafcutter Queen. Immerhin. Und da ist noch eine. Leafcutter Drohne. Ja. So. Gucken wir mal. Ob es hier vielleicht noch ein bisschen mehr gibt. Gibt es auf jeden Fall noch mehr Gegner. Und das ist wieder so ein Backstellerkäfer. Aber in der Erde sehe ich gerade so ein bisschen Kohle drin. Und da oben ist Eisenerz. Ach komm, lasst mich in Ruhe. Ich will immer mit euch spielen. Ich gehe einfach. Tschüss. Es wäre ein bisschen schade, wenn es die letzte Art von Dien, die es eigentlich immer geben sollte auf Stadtplaneten, hier nicht gibt oder die ultra selten wäre. Jetzt ist Nacht. Nacht könnte es noch schwieriger sein, die zu finden. Ah. Ah. Anequin. Naja. Da unten habe ich gerade was gesehen. Ja. Ähm. Die dürfte jetzt noch nicht despawnen. Hoffe ich einfach mal. Und damit ich mir meine süße kleine Biene da nicht kaputt mache, mache ich einfach mal das hier. Dann gucke ich mal, wie ich da von da unten wieder nach oben komme. Aber ich will die nicht aus Versehen mit dem Mining-Gleaser aus Versehen umbringen. Das, das, da würde ich wohl, äh, da nicht heulen, aber ich wäre traurig. Mhm. Geht's irgendwie noch weiter? Interessant. Ähm. Achso. Ernsthaft? Das bisschen hier ist noch im Weg. So, jetzt aber nicht mehr. Auch eine Honey. Ähm. Gucke ich jetzt noch nach, was auf der anderen Seite ist? Okay. Ja, doch. Interessiert mich zu sehr. Äh. Nicht das, was ich gern hätte. So, ich, ich baue mich jetzt einfach so nach oben. Ich kann ja noch nicht mal überspringen. Achso, ich bin mir selber im Weg. Story of my life. So, das reicht. Ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr so viel Bienen-Glück haben, beziehungsweise. Ähm. Was ging bei dir so? War in der Schule? Ja. Schule geht vor. Ähm. Mach gerade Schule. Deshalb heute kein Stream, leider. Ja. Ja. Äh. Schule geht immer vor. Das finde ich auch. Jetzt hat es das Kämpfeil hier kaputt gemacht. So. Na, es ist sehr, sehr schwierig zu erkennen, ob hier irgendwas sich bewegt oder ob das nur der Regen ist. Hier gerade der Regen, wie hier hier runter tropft. Sehr, sehr verwirrend manchmal. Das habe ich eigentlich auch schon ausgeräumt. Jetzt sind wir wieder im Wintergebiet. Hier ist noch eine Blume, die ich einsammeln kann. Oh, jetzt war gerade ein heftiger Leck. Seid ihr noch da? Ja, das sieht gut aus. Ach so, stimmt ja. Die sind ja auf meiner Seite, die Alpakas. Oder was das auch immer sind. Lamas. Ich glaube, es sollten mal Lamas sein. So, jetzt kommen eigentlich ständig irgendwelche neuen Gegner. Hier war die Mine. Gibt es einen Typen eigentlich noch oder ist der inzwischen irgendwie gestorben, der in der Mine wohnt? Hm. Gute Frage. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Was durchaus schade ist. Wir haben eh nicht so viel Gesellschaft auf diesem Planeten. Im Prinzip nur diese zwei Alpakas und den Minentypen und die Leute im Außenposten. Die uns noch so ein bisschen Gesellschaft leisten, wo wir uns einfach als Nachbar eingezogen sind. Na komm. Ich bräuchte mal ein bisschen bessere Ausrüstung. Obwohl wir eigentlich schon ziemlich gut sind für den Planeten. So, aber ich bin auch nicht gestorben in diesem Spiel, glaube ich. Wenn, dann höchstens ganz, ganz am Anfang. Aber inzwischen wäre es auch richtig doof zu sterben. Schade, der hat nichts getroppt. Ähm, inzwischen wäre es richtig doof zu sterben, weil ich ja mein ganzes Zeug mit mir rumschleppe. So. Auch immer, immer das Bienennetz ausrüsten. Dass doch mal irgendwie eine hier erscheint. Und ich bin wieder bei meinem, was auch immer das hier ist. Ja, sehr schade. Aber wir haben ja unterwegs zumindest noch eine Leafcutter gefunden. Ah, dass das mit der Squashdrohne nicht geworden ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Äh, mit der Squash Green. Beziehungsweise die Orchid Green. Müssen wir mal gucken, ob das noch irgendwie passt. Ich nehme jetzt gleich mal die Hälfte weg. Ist das das gleiche wie das hier? Ich würde die als besser einschätzen. Achso, das ist die, die ich währenddem gefunden habe. Das sind hier alles die, die ich zufällig gefunden habe. Die werden alle die ähnlichen Qualifikationen haben, aber... Trotzdem können wir erst mal die Forschungspunkte mitnehmen. Warst du gerne in der Schule, Professor Henn? Ähm... Teils, teils. Grundschule sehr gerne. Und ab dann wurde es immer weniger, dass ich da gerne hingegangen bin. So... Nee, eigentlich... Studieren war cool. Beziehungsweise ich bin jetzt immer noch Student. Aber... Schule... Naja. War jetzt nicht so das beste Kapitel in meinem Leben. Obwohl ich es eigentlich im Nachhinein schade finde. Weil... Wenn man erst mal merkt, wie einfach das doch gewesen wäre, hätte man sich mal ein bisschen mehr angestrengt. Äh... Ja. Es ist halt schade drum. So, das müsste der letzte sein. Ja. Und geht ihr gerne in die Schule, wenn du mich schon so fragst. So, das... Mal gucken, ob die jetzt... Achso, ich warte auf meine letzte. Mal gucken, ob die irgendwie miteinander... Decken. Ne... Ne... Das sind doch schon irgendwie unterschiedliche Werte. Oh, die hat eine Tausender-Laves-Ban. Oh, sehr schön. Ich hab... Ich hab eine Tausender gefunden. Ähm... Okay. Ach, das war wahrscheinlich die, die ich hier irgendwie... Vendom gefangen hab. Das kann natürlich sein. Das müssen... Ja. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Hm. Ähm... Solange ich kein Französisch hab, eigentlich... Ja. Weil in der Schule hatte ich Russisch statt Französisch. Fand ich aber auch irgendwie... Hat mich nur so semi-interessiert. Hab ich damals genommen, weil meine Mutti gesagt hat, dass das... Toll wär. Und am Ende war's das aber gar nicht. Ich hätte tatsächlich auch lieber Französisch gemacht. Aber jetzt ist es so, ich könnte ja immer Französisch lernen. Manchmal hab ich trotzdem nicht die Mühe. Also hängt's auch ein bisschen an mir selbst. So, hier war doch mal... Ah, nee, das... Das hatte ich nur vor. Hab's nie gemacht. So ein bisschen Holz. Ah, das... Das könnte immer noch zu viel sein. So... Ähm... Will ich das decken? Ähm... Genau, ich wollte Kupferlichter bauen. Und dann wollte ich tatsächlich schon mal umziehen. Ähm... Will ich vielleicht so eine... So eine Lampe haben? Wir können ja unterschiedliche Sachen probieren. Davon baue ich mal vier Stück. Ach, weil ich kein Glas mehr hab. Ähm... Aber das Ding kann ich noch bauen. Auch nur ein einziges Mal. Äh, Glas. Ähm... Glas. Smeltable. Muss ich aber alle anschmeißen. Damit das klappt. Ups. So. Dann... Mal. Mal. Ja, ein bisschen Ungleichgewicht. Okay, aus dem wird dann wieder... Hier kommt leider kein... Achso, ich wollte doch mal kontaminiertes Wasser aus dem... So. Jetzt funktioniert aber das hier oben. So, ein bisschen Glas und Carbon kriege ich hier. Okay, mal gucken, ob ich noch was anderes Cooles kriege. Aber zumindestens geht das erstmal. Und... Ja, komm hier zu mir, meine Biene. Honeydone. Ja, ist okay. Achso, jetzt werde ich hier wahrscheinlich nur... Honey kriegen, weil das eine Honeyqueen da drin ist. Hm. Ich habe ja noch eine Squashqueen. Wenn nicht sogar, dass ich zwei habe. Boah, das ist schon wieder so ein Ausreißer. Drohnen-Tafen ist super, aber es werden keine Drohnen erzeugt. Was ist das für ein Quatsch? Ne, wisst du was? Du kannst gleich mal ganz nach unten. Ja, das hier sehe ich lieber. Das macht mehr Sinn. So, wie viele... Ja, von denen habe ich eigentlich mehr als genügend. Gut, komm. Dann gehst du hier rein. So. Wo ich sehe, wir haben ja hier noch ein paar Squashqueens. Die sehen okay aus. Was man leider nicht machen kann, ist Leafcutter drohen und Squashqueens zusammenlegen. Oder so ähnlich. Die mögen sich nicht direkt. Man kann so Mischlinge mit Honeybees kreuzen. Und die Honeybees, die vertragen sich ja dann wieder. Das ist in Ordnung. Ich nehme ja gleich mal hier die Hälfte wieder weg. Lassen die sich stacken. Ja, da waren die. Ach genau, ich wollte Glas. So, jetzt habe ich doch mehr als genügend für meine Kupferlichter. Und ich hoffe, ich kriege das dann auch schön eingerichtet. So, eins habe ich. Ich denke mal... Oh, ich kann nur vier produzieren. Woran fehlt es denn schon wieder? An Kupferweihers. Okay. Ich würde schon mal anfangen, hier die Gerätschaften mitzunehmen. So ein bisschen. Das nehme ich schon mal mit. Das, obwohl... Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das dann einrichten möchte. Ich dachte schon, die schweren Geräte und das hier vor allen Dingen. Das kommt so weiter nach unten. Was auch so ein bisschen cool aussieht. Das sieht ja dann später auch ein bisschen cooler aus. Daraus könnte man dann eher noch so eine Art Arbeitszimmer machen. So mittelalterliches. So mit Bücherregalen und so weiter. Das wäre auf jeden Fall noch eine Idee. Jetzt erst mal hier die Beleuchtung. Eine Decke habe ich ja noch gar nicht. Stell dich gerade fest. Völlig überraschend. Ja. Aber eine Decke würde auch nicht gegen den hier helfen. So. Shad sagt nix. Ich habe wieder nur einen Zuschauer. Schade. Aber ist okay. Wie gesagt, Schule geht vor. Oder Privatleben. Das ist ja einer der Gründe, warum mein Let's Play Kanal auch immer so langsam läuft. Das tut mir auch irgendwie immer leid. Nee, wenn ich das zu nah an den setze, dann kriege ich meine Leiter da nicht hingesetzt. Doch, kriege ich ja, weil ich ja das nur innerhalb der Dingens bauen will. So, und das hier irgendwie erst mal in die Mitte. Kriege ich eine Mitte abgeschätzt? Oder ich versuche es erst mal so, dass ich... Ähm, das Greenhouse passt hier überhaupt nicht rein. Ich setze erst mal so die... Die Sachen rein, die so nach schwerer Arbeit aussehen. Das passt prima. Direkt unter der Lampe quasi. Das sieht so ein bisschen nach Arbeitszimmer aus. Das wollte ich später erst. Der Machine Table. Ja. Noch ein bisschen Abstand zu dem anderen. Mach mal ruhig so zwei Abstand. Da ich das eher alles ein bisschen in die Höhe bauen möchte, ich hoffe, ich bereue das nicht. Aber hier zählt gerade wirklich ein bisschen mehr der Good Look. Das würde ich gerne so ein bisschen hier in die Ecke setzen. Okay, da passt es nicht rein. Wahrscheinlich wegen der Lampe da oben. Dann muss das eben so hin. So, was habe ich denn noch? Der Tinker Table. Der sieht eigentlich auch schon so ein bisschen arbeitsmäßig aus. Aber ich glaube, die Erweiterung davon ist dann wieder mehr so Techniker. Werkbank. Glaube ich. Ja, den könnte daran trotzdem da oben stehen. Also das war Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Das ist auch so ein bisschen arbeitszimmerig. Der Forge in der Tinker Table sieht arbeitszimmerig aus. Und dann habe ich halt noch das Teil hier. Achso, hier, die Forge. Wie heißt denn das? Armorworks. Hab ich das schon mal gebaut? Armorworks würde auf jeden Fall da noch reingehören. Und würde auch ziemlich gut da aussehen. Denn das hier sieht gerade gar nicht gut aus. So. Den geht es noch gut. Aber hier könnte ich mal ein bisschen was rausnehmen. Und vielleicht so Öl verarbeiten lassen oder so. So. Ähm, da kann ich auch mal ein bisschen was rausnehmen. Ja, da ist noch genügend drin. Hier bin ich... Hier mache ich mir immer noch ein bisschen Sorgen. Ich überlege ernsthaft, ob ich den Kartoffeln in meine Alge geben soll. Zum besser Wachsen. Ja, das hier hat zumindest noch ein bisschen funktioniert. Ähm, ich kann ja ein bisschen was von meinem... Ähm, hier... Kann ich mal hier rein tun. Habe ich doch gerade ein bisschen... Hier, hier ist das große Zeug. Okay. Hat das gerade fünf auf einmal genommen? Ähm. Stimmt. Dann ist das vielleicht doch keine so gute Idee. Aber... Das habe ich doch früher freigeschaltet als... Ähm... Den Spinning... Obwohl, das sind zwei unterschiedliche Freischaltwege. Ähm... Wie heißt er auf YouTube? Genauso wie auf Twitch. Professor Hen. Habe ich mir vor Ewigkeiten ausgedacht, weil mir dazu nichts besseres eingefallen ist. Und weil alle... Beziehungsweise alle Namen, die mir so eingefallen sind, die waren schon vergeben. Und das war das Erstbeste, was nicht vergeben war. Und das deswegen... Oh, da unten ist noch eine. Äh. Honey Drone. Ich mach mal folgendes. Ähm. Ich tausche euch mal hier aus. Damit ich die hier noch behalte, weil ich finde die eigentlich ganz cool. Und... Euch nehme ich auch nochmal die Hälfte weg. So. Sollten ja trotzdem... Moment mal, das... Äh, das produzieren die jetzt auch nicht mehr. Produzieren jetzt keine... Äh... Dingens mehr. So. Meine neuesten Bienenzüchtungen. Mal gucken. Das hier war die. Ich könnte auch mal die Drohnen irgendwie zuordnen. Ich grad sehe, dass mich mein Inventar einfach mit dem Zeug hier füllt. Ja... Ja... Ja, ist okay, ist okay, ist okay, okay. So. Du kommst hier rein. Ich glaub, ich konnte eigentlich mit allen Drohnen was anfangen. Achso, ich seh grad. Ähm. Das war ja eine richtig gute. Die... Da haben wir auch noch Platz zum Glück. Ja, das sind so Werte von Honeyqueens, wie ich sie eigentlich gewohnt bin. Warum das andere nicht geklappt hat, ich... Ich weiß es partout nicht. Das war die Wildgefangene. So, und diese Drohne war ja auch okay. Dann mach ich ja unten die Drohnen erstmal hin. So, lange sie irgendwie da reinpassen. Aber so groß ist die Kiste leider nicht mehr. Oh, die ist noch unterforscht. Das war eine super Drohne. So, dann gucken wir mal nochmal, was hier für eine... Schönheit sich verbirgt, möglicherweise. Läuft der Stream noch? Drei Stunden irgendwas? Ja. Letztes Mal war ja bei drei Stunden Schluss, weil irgendwie Twitch gesagt hat... Nö, ähm... Ähm... Mach mal jetzt nicht mehr mit dir. Ist die da irgendwie rein? Ja, das war so eine noch. Das sind hier wahrscheinlich die natürlichen... Ihnen... Och, das stört mich so sehr, dass die eine Sorte nicht dabei ist. Das ist... Das... Das regt mich mehr auf als andere Geschichten. Ah, ich seh grad da oben noch einen Tisch. Der ist auch eigentlich mehr... So Arbeitszimmer mäßig. Aber den kann man ja schon mal mitnehmen. Die Apotheke, genau. Der Bienentisch gehört natürlich auch irgendwie ins Labor. Also so ein mittelalterliches Labor. Dann lass ich die Dinger vielleicht gar nicht, äh, aufrüsten. Das wäre doch ne Idee. Ich lass die gar nicht so richtig aufrüsten, sondern ich lass die alle so in diesem Semistatus. Ach so, ich werd, ähm... Den normalen Brennhof werd ich leider trotzdem brauchen. Um Papier und so ein Kram herzustellen. Dafür ist der noch gut genug. Und wenn ich irgendwann mal dazu komme, dass ich die anderen Sachen brauche... Dann... Hier würde ich eher die Armorworks hinsetzen. Wenn ich die Armorworks bauen kann, kann ich die bauen. Und wenn ja, wo? Ähm... Ich glaube nicht hier. Ähm... Sehr, sehr wahrscheinlich... Ich mach mal wieder die Tür zu. Gute Wasser nicht verschwenden. Sehr wahrscheinlich kann ich die hier bauen. Da, das Ding. Ich kann's sogar bauen. Mach ich jetzt. Oh, und ich krieg... Auftrag hab ich jetzt erledigt. Das war ein Tutorial-Auftrag. Sehr schön. So, ich muss mal dann meine Leitern bauen. Oh, ich will jetzt erst mal die Armorworks. Die sollte optisch hier auch besser reinpassen. Wenn sie überhaupt hier reinpasst. Aha. Nein, die passt hier nicht rein. Ah, verdammt. Muss ich euch enger zusammenschieben? Oder liegt's am Wasser? Dass ich die nicht ins Wasser reinsetzen kann? Glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube eher, das liegt an... ...dem Ding. Ich könnte die Lichter noch eins nach oben setzen. Ähm, wo ist denn die Armorworks? Die hab ich doch grad. Achso. Ja, die geht trotzdem nicht da hin. Okay, dann setze ich die Lichter noch eins nach oben. Das sollte immer noch hübsch aussehen. So, du kommst noch eins weiter nach hinten. Den will ich auch wirklich nach hinten haben, weil er so am wenigsten hier reinpasst. Aber trotzdem thematisch mit hier reingehört. Und... Wenn man das war... Gehen da meine Rohre einfach so in Holz über? Das sieht aber nicht hübsch aus. Oder ich setze jetzt erstmal die Armorworks hin? Ne, ich will sie schon so haben. Ja, okay. Dann mal gucken... ...ab wann ich das setzen kann. Okay. Und... Ich muss es korrigieren. Es regt mich auf. Ähm... Zum Glück, äh... Ist das ein bisschen... Okay. Den einen Stein hat es trotzdem erwischt. Ähm, den werde ich als erstes reparieren. Und dann... Die Dinger. So. Und... Dann die Lichtchen. Äh... Oder ich esse auch erst mal was. So, hier. Guten Appetit. So, deine Mono-Diät. Nur Apfel. Jeden Tag einen Apfel. Oder jeden Tag so viele Apfel, bis du satt bist. Und sonst nie was anderes in deinem Leben. So. Ach so, weil er jetzt das Ding in der Hand hat. So, die zwei. Kann ich die auch nochmal eins nach oben versetzen? Das könnte sogar besser aussehen. Hier so. Und hier so eins in die Mitte. Ja, das ist so ungefähr die Mitte. Ich glaube, dass das ist... Okay, so. Und dann hatte ich ja vor, hier mit den Kupferplattformen zu arbeiten. Jeweils zwei hier in die Mitte. Ach so, dann... Doch, das geht. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ah, das sieht schlecht aus. Ich mach mal das hier. Und die da rein. Dann kann ich mal wechseln. Wenn ich hier schnell was auswechseln muss. So. Ach man. Ähm, schnell das. Ich weiß gar nicht, ob das... Irgendwann in der Beta so war, oder... Ach doch, das müsste... Hä? Mal gucken. Ist das jetzt... Ne. Das war ja da. Ähm, umso mehr man baut, hatte ich mal in Erinnerung, desto weniger Gegner spawnen so ein bisschen in der eigenen Siedlung. Es könnte sein, dass das auch... falsch war. So, dann haben wir hier sozusagen einen Übergang ins nächste Stockwerk. Und hier hätte ich gerne dann schon das... Woodflooring. Und hier will ich noch so eine Metalldecke haben. Oder... Oder Stein. Ich glaub, eine Steindecke sieht auch nicht so schlecht aus. Ja. Mal gucken. Das hier ist erstmal so einigermaßen eingerichtet. Ach so, hier die... Die Dinger noch. Links und rechts daneben. Damit die... Damit das cool aussieht. Und jetzt dadurch, dass das quasi... Mit dem Holz verschmilzt. Ja. So ein bisschen hatte ich mir das wohl vorgestellt. Das hier oben lasse ich noch, weil ich nicht genau weiß, wie der Übergang hier so sein wird. Aber theoretisch könnte das auch gleich so gut aussehen. Ich weiß bloß noch nicht, was ich hier für Hintergründe haben werde. Aber ja. Das gleiche bauen wir jetzt hier drüben auf. Also das Gleiter-Design gefällt mir. Ja. So. Jetzt wieder die anderen Plattformen. Ach so, die hätte ich gleich aus der Hotbar ziehen können. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass ich mich nicht mehr so viel verklicken werde. Berühmte letzte Worte. So. Du kommst da hin. So. Die Dinger. Würde ich auch noch mal ein paar hier so nach oben ziehen. Ja. Vorsichtig. Da hin. So. Dann. Das will ich ja als richtige Decke haben. Oder ziehe ich das so doppelt durch, wie hier unten quasi. Aber das soll sich ja schon so ein bisschen aussehen, als wenn das hier draußen wäre und das hier drinnen. Den Unterschiede habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht geschafft. Hm. Oh, das sieht schon okay aus. Aber dann hätte ich doch lieber irgendwie gerne noch diese Abstufung. So. Dreifach. Hm. Oder wir... Ich lasse es in der Richtung. Ist eigentlich ein bisschen Teileverschwendung, aber was soll's. Ähm. Ich mache mal folgendes. Ich mache da wieder diese Heavy Bricks im Hintergrund. Achso. Ich komme gar nicht so weit hoch, wie ich möchte. Hm. Verdammt. Ich komme nicht mehr hoch. Hier komme ich noch hoch. Die Heavy Bricks sind ja schwerer abzubauen als die anderen. Aber ich will dann noch die noch schwereren dahinsetzen. Erstens, weil ich noch genügend davon habe. Und weil man sich hier eh nicht sehen wird. Aber trotzdem will ich, dass die da sind. Ich setze mal kurz. Das könnte sogar okay aussehen. Achso. Hier geht's gar nicht. Komme ich da rauf? Ja. Aber wenn, wenn hier die Decke ist, wenn hier die Decke ist, dann, dann werde ich da nicht mehr raufkommen. Kann ich das auch als Regal benutzen, diese Bretter? Oder ich glaube, ich nehme dann lieber ein Holzbrett. Als Regal, wo ich ein paar Kisten drauf stelle? Aber was für Kisten? Was könnte man hier gebrauchen? Sowas wie den French. Den French-Wrench. Das wäre so, erst mal das hier wieder weg. Durch die normalen Holzplattformen. Könnte man ja trotzdem noch mit so einem Metallding abschließen, dass das so aussieht, als hätte, als wäre das Regal mit so Metalldingern an der Wand festgemacht. So, hier, hier kommt dann das Licht schon in die Quere. Ja. Gucken wir mal nach Möbeln. Da haben wir diese Metallkisten. Passen jetzt so semi-gut hier rein, aber haben wir noch ein paar schöne Holzkisten. Ja, Hammer. Ähm, habe ich gerade irgendwas angewählt. Mal weg mit den Metallkisten. Steht auch wohl 16 Items und die halten ja auch 16 Items. Die sehen genauso hübsch oder unhübsch aus, je nachdem. Ich glaube, das ist die Richtung, die ich da zeigen lassen möchte. Ähm, ich glaube, ich möchte das Regal noch einen Schritt mehr nach links und rechts machen. Ja, ich weiß, da reiß ich dich jetzt wieder weg. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Dann mache ich jetzt wirklich erstmal noch links eins mehr, rechts eins mehr. Dann von den Dingern. Ja, das ist verdammt nah an dem Licht da. Hm. Das Licht muss da auch nicht sein, oder? Beziehungsweise könnte man das doch vielleicht auch ein bisschen weiter runter setzen. Das hat nirgendwo richtig Platz hier mehr. Oder wir setzen es hier direkt über das Ding. Ja, irgendwie gefällt mir das trotzdem besser. Ich könnte auch so ein Ding da reinsetzen. Da passen genauso viel oder wenige Sachen rein. Es würden mehr Kisten nebeneinander passen. Und irgendwie hätte das auch ein bisschen was. Obwohl, das würde mehr lagermäßig aussehen. Was ist denn besser? Lager oder Lagerkisten oder Truhen? Hier noch so eine schöne Holztruhe. Moment mal, das dafür sollte doch jetzt genügend Platz sein. Ich überlege gerade, ob ich die schwere Truhe in die Mitte setzen will, aber ne, ich will so ein bisschen Unterschied zwischen den beiden lassen. Ja, doch, doch, das ist, was ich will. Ich glaube, hier wollte ich noch das Onanetwood lassen. Onanetwood, wo bist du? Der ist da. Ich glaube, das sieht am besten aus. Ich hoffe es. So rum. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt geht es. Das soll so darstellen, als wenn das quasi einen Schritt normal nach oben geht. So, das hier soll im Hintergrund sein, einfach nur jetzt, jetzt habe ich mir das einen Weg gebaut. Ah. Wenn ich es so abbaue, dann, ja, mache ich mir trotzdem einiges kaputt. und die beiden, die ich gerade kaputt gemacht habe. Nein, kein Schnee. Das da, bitte. Ich stehe mir selbst im Weg. So. Äh. Habe ich das jetzt da oben hingesetzt? Ich glaube schon. Ja. Und jetzt wollte ich das einfach im Hintergrund lassen. und weg ist es. Aber das ist am... Ah, jetzt geht das Rodot nicht weiter. Ähm. Ähm. morgen um sechs los. Gute Nacht und einen schönen stream dir noch. Ja, ich werde auch nicht mehr so lange streamen heute. Smurf ist ein netter, ist ein Zuschauer von mir, netter Kerl. Ja, ähm, freut mich. Ich freu mich über euch beide. Danke, dass ihr hier zuschaut. Und euch mit mir äh, über Starborn freut. Vielleicht denke ich mal dran, auch bei euch mal reinzuschauen, wenn ich... Ah. Ab und zu sehe ich, dass das klappt. So. Ah, na eben, klappt das, wenn ich hier am Rand stehe und... Ja, es geht gerade so. So, da kann ich nochmal die Rohre da platzieren. Ähm, Achtung. Na komm. Und ich hab da jetzt drei davon weggenommen. Kann ich die bitte hier dran setzen? So. Und dann nochmal ein Rohr hier. Wie das irgendwie grad so nicht geht. Dann eben mit allen Rohren. ja, okay. Das waren diese super glatten Steine, wo ich aber aus einem normalen Couplestone relativ viel gekriegt hab. Und weil das so kostensparend ist... Achso, ich hab... Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Die sind jetzt alle da drüben, die Stationen. hier, das war alles runtergebrannt. Was hat ein Dach? Achso, ich hab Glas geschmolzen. Im großen Stil. Okay, eins ist übrig geblieben. Jetzt hat man ganz viel Glas. Ähm, noch irgendwas hier drin? Die Stationen sind alle leer. Ah, hier ist die Ernte schon wieder reif. Der ist auch reif zum gepflückt werden. Achso. Ah, schon wieder alle tot. Hier hab ich rechtzeitig aufgepasst. Aber ich hab's schon abgeschätzt, deswegen hab ich hier ein paar Bienen rausgenommen. Ich glaub, ich lass das erstmal mit den Bienen. Bis ich da ein bisschen mehr Nerven dafür hab. So, jetzt wollte ich noch wenigstens hier das Dach zu machen. Ich kann hier nochmal ein bisschen Wasser sammeln. Wasser sammeln ist immer gut. Achso, das hab ich wieder eingepackt, weil ich fand, das passt nicht optisch hier rein und thematisch. Wozu ich immer noch stehe, aber man muss es natürlich irgendwo platzieren. Wo ist denn das Teil? Hier. Das könnte dann eigentlich später hier im Keller stehen, wo die Stromversorgung und die Produktion vielleicht eher Platz hat. das war irgendwas mit Heavy Brickstone und dann Smooth Brickstone oder sowas ähnliches. Rock Bricks. Kappelstone vier Stück, aber ich krieg 20, also aus einem Kappelstone werden fünf Stück. Nachen wir mal sowas hier in der Richtung. Und dann Dark Smoothstone 20 aus vier, also auch nochmal fünf. Kann man das so rechnen? Fünf mal fünf? Ja, kann man so rechnen. Und dann haben wir irgendwas mit 700 von diesem Steinchen aus ursprünglich sieben, aber es sind ja nicht vollständig sieben. Achso, ich kann jetzt das Zeug gar nicht mehr abbauen, ohne dass ich aus Versehen alles umbringe, äh, nicht umbringe, also so schlimm ist es nicht, aber dass ich hier aus Versehen meine ganzen Stationen kaputt mache, hier kann ich höchstens noch, ohne die Leiter abzubauen, aber selbst das ist ein bisschen zu wenig. Jetzt habe ich erstmal richtig viele von diesen Hintergrundsteinchen zum Bauen. So, jetzt kann ich auch ja, auch das hier machen. So, Heavy Big geht einmal klein. Vorsichtig. Achso, ich muss das gedrückt halten und gleichzeitig laufen. Ähm, kann ich das auch auf Ja, und da muss ich auch noch eine Taste drücken zum Äh, Hm. Äh, Spiele, Valheim und so, also wenn du Bock hast, ja, ich habe zumindestens bei Valheim solche größeren Let's Plays gesehen, wie bezeichne ich das? äh, wo Leute 100 Tage spielen und das dann zusammenschneiden. Sowas finde ich durchaus unterhaltsam. Jetzt habe ich hier halt doch einen Fehler gemacht. So. Äh, jetzt kann ich auch das hier bauen. Ähm, das bleibt ja so wegen dem. So, aber das solltest ich jetzt relativ noch reparieren lassen. So, das, das halte ich jetzt einfach aus. Ne, halte ich nicht. Und du auch nicht. vielleicht der Nächste. So. Ich sollte mal anfangen, Robotics oder so zu erforschen. Ich hoffe, das kann ich bald. So, das hier unten sieht doch schon wirklich ziemlich heimlich aus. Also, so ein bisschen hatte ich es mir auch so vorgestellt. So, da fehlen noch die Kupferleitern. Ich überlege gerade, ähm, soll ich das hier freilassen oder doch, doch, das lasse ich erst mal so. Dann, ich weiß auch nicht, wie das nächste Stockwerk richtig aussehen soll. Es soll auf jeden Fall so eine Art Arbeitszimmer werden. Das waren die normalen. Die kommen hier rein. Und die kommen an die Seite. Interessant ist das auf der anderen Seite jetzt auch so. Ja. Und das wird vielleicht nochmal so aussehen, wenn ich hier den Flur lege. Achso, ich wollte mal was essen. Hm. So. Ähm, gehe ich mit den Heavy Bricks auch nach oben? Jetzt so eine Frage. Eine gute Frage. Ein bisschen Essen. Ein bisschen heilen. Ähm, sieht dieses Ornid Floor als Hintergrund aus? Hm, nö. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt weniger. Da hätte ich lieber einfach so ein Brett. im Zweifel sogar einfach ein Balken. Also einfach nur sowas. Ja, doch. Obwohl, sowas lasse ich mir eigentlich gerne frei für Fenster. Hm. Na eben, ich könnte mir noch ein Fenster in das obere Ding bauen. zumindestens eins hier so. Hm, das würde es aber vielleicht schon wieder ein bisschen zu hell machen. Das würde was von der düsteren Atmosphäre klauen. Aber das hier, naja, würde ich mir eigentlich schon aufheben für. Hm. Hast du bei Cornelius gesehen? Genau, habe ich. Ich glaube, dein Haus ist ein bisschen nass. Ja, aber nur ein bisschen. Auf dem Planeten ist man ja sowieso die ganze Zeit nass. so. Sobald irgendwann mal ein Dach drauf ist, ist das mit dem Nass jetzt nicht mehr so schlimm. Ach, ich habe ja noch dieses Tethered Wurz. Wie sieht denn das eigentlich aus im richtigen Spiel? Ähm, das könnte man, also als richtige Balken habe ich ja das hier. Das nicht. Ich hätte gerne so einen Längsbalken wie der da. Also nur das hier. Da nehme ich was anderes als ja da muss ja nicht der direkter Hintergrundbalken sein. Doch, das geht eigentlich. Und da Holz unendlich ist, hätte ich mir sogar das hier eher nehmen können als ins Muster und den ich mir gerade erstellt habe. So, da soll die Leiter durchgehen. So, das war's. Produzieren wir gleich noch mal ein bisschen mehr Timber. Ah, das ist ein bisschen zu viel. Aber das geht auch ziemlich schnell wieder zu Ende. Ich gucke noch mal auf die Werkbahn. ob ich nicht auch irgendein Holzbalken oder es muss ja gar kein Holz sein, ob ich nicht irgendein Balken habe, der noch schön reinpasst, den ich jetzt auch gerade herstellen kann. Nee. Aber ich will ja auch ein Fenster haben oder zwei. Von daher kann ich auch mal nach Glas gucken. Wo war jetzt das Glas? Glasfens. Modern Steel und Glas. Ah, nee. Ein ganz normaler Glasblock. Können wir erst mal bauen, damit beziehungsweise ja doch. Eventuell lassen sich damit auch noch Sachen freischalten oder bauen, die ich jetzt so erst mal gar nicht auf den Blick gehabt hätte vielleicht. Okay. Iron Genau, das war das Ornit Paket. Backdirt als Hintergrundwand will ich eigentlich auch nicht haben. Sandpillar. Okay, aus Loose Lit wird er gebaut. Das Zeug jage ich eigentlich sofort immer durch den Sifter. Stornvik. Wicker. Ruffli Woven. Ah, okay, also so Strohmatten ähnliches Zeug. Dieses Holz sieht frisch geschlagen aus. Wood Paneling. Aus zwei Zimper werden dann wieder fünf. Also ich mache mir vielleicht mal ein paar mehr. Ich habe das Gefühl, das ist es dann für den Hintergrund. Und Wooden Window. Naja, okay. Aber Wooden Window ist eigentlich schon das, was ich haben will. Machen wir gleich mal ein paar mehr. Was fehlt denn hier? Achso, nur Wooden Witch Block. Was könnte das sein, wo ich eigentlich so ein bisschen drauf abgesehen habe? dieser Bitch Block, das sieht eigentlich auch erstmal nicht so schlimm aus. Ich will erstmal hier dieses Zeug ausprobieren. Ja, ist fast schon zu hell, aber gibt doch eine leichte freundliche Atmosphäre. Was da wollte ich nicht? Ich wollte mal gucken, ob das mit dem Fenster so klappt, wie ich es mir vorstelle. So, das hier rein. hast so ein bisschen, das ist so ein bisschen Blockhilton Bau. Und das Ornid? Ja, doch eher. Das war noch das Loose Slit. Einfach nur als Hintergrund Textur? Ne, das ist kein Minecraft. Ja, das geht schon als Fenster. Ist jetzt auch weit genug von der Wand weg. Hier würde ja... Wie macht man das denn am besten? Hier würde das Timber weiter gehen. Wenn ich gerade meinen Timber finden würde, das sich hier ganz hinten versteckt hat. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Menge Sand. Eigentlich ganz gut so. Plant Block. Okay. Ja, Hilfe. So. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich hier als... Vielleicht auch dieses Ornid Wood. Als... als... Dingens. mache ich das klein. Doch, das war richtig. So, dann gehen hier und hier so... So. Hier soll die Leitseite lang gehen. Dann würde ich... Das war ja eigentlich nur so ein Testfenster. So, mal gucken, ob der Chat was schreibe. Ich wollte gerade sagen, Sand als Textur im Haus kenne ich von meinem Strandhaus aus Minecraft. Ja. Ähm. Was waren davor noch? Mein Haus ist... Gibt Nass... Äh... Gibt Nass dann eigentlich ein Debuff? Soweit ich weiß, nicht. Zumindest für mich nicht. Es gibt... Zumindest gab es früher mal so Rassen bei Fracking Universe, die in den Buff bekommen haben, wenn sie nass waren. Von daher könnte es vielleicht auch welche geben, die in den Debuff bekommen. Aber ich glaube, ich gehöre nicht dazu. Eine Säule aus losem Geräusch klingt sehr sicher. Vertrauensvoll. Ja. Ähm. Den Eindruck hatte ich auch gerade. So, dieses Ornid Wood ist ein bisschen schwerer zu beseitigen. Wenn es einmal gesetzt ist. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Holzoptik für den Arbeitsraum hier, wo die... ganzen anderen Gerätschaften reinkommen. Also hier will ich zwei Felder lassen. Vielleicht sogar drei. Wie spät haben wir es denn? Oh, schon nach um eins. Also wirklich schon nach um eins? Ach ne, um zwölf. Ist trotzdem schon... Ja. Und... Ich mache vielleicht nochmal die vier Stunden voll. Warum nicht? Dann kriege ich zumindest noch hier in Starbound noch einen kleinen Buff. Aber das bringt mir der... Wenn ich dann gleich wieder aufhöre zu spielen, dass das... So macht das auch keinen Sinn. Na, hier... Das als Hintergrundtextur sah eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber ich würde schon gerne Hintergrundtexturen benutzen, die sinnvoll sind. Außerdem sehen sie ja auch nicht so schlecht aus. Also dieses lose Timber, das habe ich halt schon so oft bei anderen Sachen gesehen. Achso, hier habe ich... Das kann ich eigentlich wieder reinbauen. Glaube ich. Dann können wir noch mehr... Regen einsammeln. Für das da unten. Und hier baue ich mal... Ich wollte hier eine kleine Barriere aufbauen. So. Damit das Wasser... Komm. So, weg damit. So, damit das Wasser sich hier sammelt. Und alles darunter fließt. So ist der Gedanke. Das gleiche könnte man... Am besten mit Schnee oder sowas. Hier einrichten. Das war zwar unabsichtlich, aber das hat eigentlich ganz gut gepasst. Dann wird auch nochmal hier Schnee gesammelt. Äh, Wasser gesammelt. Und fließt das auch darunter. Achso, hier kann ich nichts bauen. Wegen... Doch, kann ich. Das Kämpfer ist jetzt ein bisschen zugeschüttet. Aber... Das passt schon. So, komm her. Ein paar leckere Äpfel. Wie sieht es denn überhaupt aus mit meinen... Ach genau, ich wollte doch Mais. Äh... Mais zu Öl. Still safely eatable. Ich glaube, wenn ich jetzt... Jeden sein Dingens gebe... Dann ist der damit... Na, ist damit nicht fertig. So, jetzt aber. Also langfristig muss ich... Irgendwie eine riesige Maisplantage bauen, wenn ich einfach daraus Öl gewinnen will. Aber immerhin haben wir damit Zugang dazu. Und zu Viehfutter. Wir werden auch noch ganz viel Vieh irgendwie uns besorgen müssen. Ähm... Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege. Ich muss irgendwie mir ein... Äh... Polonidit. Ergattern. Erschleichen. Hoffentlich nicht erschienen. So, den lasse ich mal in Ruhe. Achso, ähm... Jetzt, wo ich keine Bienen mehr habe, kann ich mal die ganzen Dinger ernten. Damit ich auch mehr Blumensamen habe. Dann drücke ich den halt jetzt doch. Das ist mir egal. Ist ja auch schnell besiegt. So, Bienen machen wir vielleicht in der nächsten Folge wieder weiter. So, und ich wollte mal gucken, ob die Petals... Wir haben doch jetzt hoffentlich mehr als genügend davon. Ja, 114 von Blau zum Beispiel. Ob ich die durch, äh... Die Handmüll jagen kann. Und ob ich da irgendwas Tolles rauskriege. Und damit nicht gleich alle weg sind. So. Okay, in 20er-Teilen gehen die da raus. Was kriege ich für 20 Petals? Wahrscheinlich Farbe oder sowas. Es ist wirklich Farbe. Mhm. Das sieht cool aus. Design for effective shopping. Aber ich glaube, damit kann ich nicht wirklich Bäume fällen. Und wenn doch, dann haben wir trotzdem schon inzwischen was Effektiveres. Ähm... Was ist eigentlich dein Ziel auf dem Planeten? Wir ein Mensch sein und alles ausbeuten? Oder was ist dein Plan? Ein Stück weit schon, ja. Also der Plan ist wirklich, dass ich so viel von Fracking Universe, weil ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Und das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich dann trotzdem angefangen, viele Sachen von Vanilla zu benutzen oder zu bauen, weil man damit auch relativ schnell durchkommt. Oder ich habe einfach coole Sachen gefunden. Und dann habe ich halt keinen Sinn mehr daran gesehen, hier die tausend Möglichkeiten, also hier so tausend Bauteile zu bauen. Und dann, damit ich irgendwann mal eine Waffe bauen kann, die so einigermaßen so gut ist, wie das, was ich gerade gefunden habe. Sondern... Äh... Ja. Und weil ich es einfach mal ausprobieren will. Ist natürlich die Gefahr da, dass es nach einer gewissen Zeit mir einfach keinen Spaß mehr macht. Und dann... Ja... Ähm... Könnte das Let's Play auch ziemlich schnell vorbei sein. Oder ich ändere einfach die Regeln. Aber solange es mir Spaß macht, würde ich das gerne einfach mal durchziehen und ausprobieren. Das ist so das grobe... Ja, ich würde... Ich würde nicht sagen Ziel, aber das ist so die grobe Vorstellung von dem Let's Play, wie ich es da habe. So. Das könnte eigentlich beides Ornid Wood sein. Ornid Wood ist ja... Umsonst. So. Soll ich die Rohre vielleicht auch noch durchs Wohnzimmer ziehen? Das würde dem Ganzen auch nochmal so einen steampunkigen Vibe geben. Dann brauche ich aber hier keine extra Säule. Dann ist da hier schon das Rohr. Das ist ja... Das ist eigentlich okay. Beziehungsweise die Säule direkt neben dem Rohr. Warum nicht? Das könnte auch cool aussehen. Ähm... Erstmal... Das Säulenholz. Säulenholz. Das ist... Ja. Ein Deutsch. So. Und das könnte man hier... Hier... Auch gleich im Hintergrund verstecken. Ja. Das ist kein Hintergrund mehr. So. Zum Glück lässt sich Holz immer noch leichter entfernen als die anderen Geschichten. Ähm... Wo ist mein Säulenholz? So. Meine Rohre. Weil es es dann doch mal irgendwann eine Funktion für diese Rohre gibt. So. Hier hätte ich gerne ein Fenster. Das hier wird noch nicht gehen so richtig. Aber ab hier... Hätten wir zwei Platz lassen. Ich... Ich... Ich setze gleich mal... Die Balken so hin, wie ich es mir für das Fenster vorstelle. Einen... Einen dazu Platz. So. Zwei. Und dann würde ich wieder eine Säule hinsetzen. So. Das wären dann eins. Ah. Dann ist... Äh... An der Stelle direkt das Rohr. Anstelle eine Säule. Hm. Kann trotzdem gut aussehen. Mal gucken. Wieso hast du das jetzt gemacht? Du solltest das im Hintergrund setzen. So. Jetzt aber. Ähm... Zwei freilassen. Zwei hier hin. Zwei hier hin. Ah. Okay. Dann geht die Säule so am Fenster vorbei. Äh... Ja. Hm. Hm. Schwierig. Alles nochmal nach... Rechts ziehen. Aber wenn ich es nach rechts ziehe, dann... Ist ja... Das Fenster direkt an der Säule. Ist ja das gleiche Problem. Nochmal. Ja. Hier kann ich vielleicht noch irgendwelche Deko reintun. So. Ah. Doch. Das könnte okay klappen. Äh... Ja. Das könnte okay klappen. Ja. Deutsch-Profi. Ich habe Deutsch durchgespielt. Oder Deutsch hat mich durchgespielt. Eins von beiden wird schon richtig sein. So. Achso. Und die Säule gleich hier. Die Säule. Die... Also hier geht dann die Leiter weiter. Okay. Und... Da muss ich mir auch kurz Platz machen. Da unten. Das Rohr müsste ja noch durchgehen. Hoppla. Ja. Das könnte auch mal ein bisschen so ausbrechen. Aber... Habe ich jetzt nicht so vorgehabt. So. Ähm... Soll das jetzt... Auf dem Timber drauf liegen? Oder soll das so durchgehen? Ich denke eher, das sollte durchgehen. Das... Das... Würde ich... Äh... Hübscher finden. So. Mal gleich nochmal hier sozusagen zumachen. Und hier. Säule und... Das Ding. Das Ding. Dann quasi nur eins. Weil das ist ja trotzdem noch der Abstand von zwei. Ein Timber. Dann wieder die Säule. Warum hast... Ich frag nicht mehr, warum. Es ist einfach so. Ich wollt's nicht. So. Hm. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Das müsste noch reichen. Dann hier das Fenster. Und hier. Schauen wir gleich mal. Okay. Und jetzt ist mir dieses Threaded Wood ausgegangen. Ach ne. Äh... Die Wandpaneele. Ah. Ich hab vergessen. Hier oben. Sieht auch nicht schlecht aus. Äh... Sieht... Okay aus. Also das... Das da oben muss nicht unbedingt das gleiche Holz sein wie da unten. Ich überlege gerade an diesem Bridgewood. Was hat mir an dem Bridgewood gefehlt? Ähm... Erstmal muss ich mich wieder verteidigen. Was hat mir an dem Bridgewood gefehlt? Oder Bridgeblock. Ach. Faden. Hm... Ja. Faden müssten wir eigentlich... Ähm... Im Rad kriegen. Und Rad hab ich irgendwie noch im Inventar. Ähm... Setz ich erstmal noch hier unten mit rein. So. Produzieren wir mal mal 10 Fäden. Dann können wir ein bisschen was davon produzieren. Ähm... Wenn ich's finde. Hm... Machen wir mal 5. Also 50? Ja, 50. Die sind ein bisschen teurer. Achso. Und ich wollte mehr Wandpaneele. Die brauch ich ja definitiv. So. Mal gucken, was im Chat steht. Ähm... Was hältst du von Spielen wie The Forest? The Forest ist mir ein bisschen zu blutig. Also... Ich weiß nicht warum, aber ich muss mich ein bisschen wohlfühlen in den Spielen. Und so eine Wohlfühlatmosphäre in The Forest... Ähm... Also ich mein, das Gronkh-Let's-Play, das gibt tatsächlich so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre, aber... Nicht, wenn ich selber spiele. Dann... Ist so eher das Gegenteil von Wohlfühlen. Und das... Weiß nicht. Bin ich nicht so sehr der Freund. Achso, ich hab... Ich kann eh nur 7. Ja, ich kann eh nur 7. Dann wird mir wahrscheinlich mein Zimper ausgegangen sein. Ja. Aber das reicht ja erstmal. Es ist sowieso schon wieder dunkel. Unsere dunkelste Stunde. Also wenn ich hier 100 Tage auf dem Planeten machen würde, dann... Dann wären einfach schon mal die Hälfte um oder so ähnlich. So, ich wollte eigentlich nur nach 4 Stunden aufhören, aber... Äh... Ich glaube, ich spiele doch ein bisschen weiter. Oh, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oder mache ich es umgekehrt? Das nach unten und das... Große Brett nach oben? Wie sähe denn das aus, wenn ich hier noch ein... Das hier dazugeben würde? So, als Fensterbrett. Wo man noch ne... Ja, nee, das ist zu hell. So. Irgendwie habe ich Lust, das... Umgekehrt zu machen. Ich glaube, das war auch mal früher mein Fensterdesign. Ja, jetzt mache ich alles kaputt. Egal, ich kann es ja wieder reparieren. So, was schreibt man hier noch so? Ähm, du scheinst viel Gronkh zu schauen. Kennst du Cube World? Äh, ja. Das war auch mal so ein Hype-Titel, der ja ein bisschen... Äh, der unrühmlich... So grunde gegangen ist. Kann man das so sagen? Cube World ist auch schon lange her. Als das richtig gut war und als ich das bei Gronkh gesehen habe. Aber das, was da inzwischen draus geworden ist, ist ja nicht mehr so toll. Ich hatte es auch lange Zeit bei Steamer in der Wunschliste. Und ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich es mir kaufe oder nicht, aber... Ach, nö. Also, ach nö, Cube World und ach nö, hier... Was jetzt hier gerade draus geworden ist. Ich mache trotzdem erstmal mein Fenster zu Ende. Sieht das jetzt besser aus? Oder hätte ich oben und unten doch das gleiche Holz lassen sollen? Ich finde hier so, das sieht ein bisschen aus, als könnte man noch eine Gardinenstange dran machen. Und hier, das sieht mir aus wie ein Fensterbrett. Ohne, dass ich jetzt hier ein richtiges Fensterbrett habe. Doch, das ist okay so. Würde ich erstmal so lassen. Man gewöhnt sich auch mit... Man gewöhnt sich an ziemlich vieles. Und selbst wenn das jetzt auf den ersten Blick erstmal furchtbar aussieht... Ich glaube, mit der Zeit wird das dann richtig cool sein. Und ich fühle mich jetzt schon ein bisschen heimlich. So. So, so. Und... Das jetzt. Eigentlich könnte ich schon mal noch eine Schicht drüber bauen. Aber ich will erstmal hier so sehen, wie das bis zum Ende hinhaut. Weil ich glaube, hier könnte es schwieriger werden. Also hier braucht man noch eine Säule. Da haben wir nicht mehr so viel Platz dazwischen. Achso, ich habe mein ganzes Timber ja weggehauen. Deswegen brauche ich jetzt nochmal neues Timber. Ich brauche gleich, ich brauche gleich hier Timber. Das ist ein Mausklick weniger. So, das wird es wahrscheinlich hier hinten irgendwo hingehauen haben. Beziehungsweise, ich lasse es eh gleich in der Hand. So, das... Genau, das sind zwei. Das reicht nicht. Und sozusagen das hier. Habe ich hier auch Timber als... Ja, habe ich. Ah ja, hier war dann eh... Wieder sozusagen doppelt. So. Und... So. Und hier muss ich noch irgendwie was Dekoratives mir einfallen lassen. An die Säule geht erst hier los. Glaube ich. Kannst du richtig erkennen, aber... Ich vertraue einfach darauf, dass es schon stimmen wird. Achso, und jetzt habe ich eh kein... Holz mehr. Keine Holzpaneele. Aber ich habe noch ein bisschen Ornid. Das heißt, für die Seite reicht das noch. Und... Für das bisschen... Kann ich auch schon mal bauen. So. Und was ich schon mal machen könnte, wäre hier die Station verteilen. Greenhouse passt hier leider überhaupt nicht hin. Na, selbst das passt nur so semi-gut hier hin. Wenn man es aufrüstet, dann schon eher. Dann gucke ich nochmal, ob ich für das Greenhouse nochmal einen besseren Platz finde. Ah, das könnte doch hier hin. Vielleicht noch mit so einem Bücherregal daneben. Ähm, was hatte ich noch? Den Tinker Table. Ne, das ist die Apotheke, aber die passt hier auch ganz gut. Hier ist der Tinker Table. Also der Bienenstock, das sieht eigentlich auch so ein bisschen mehr aus wie... Ähm, etwas, was gut zum Greenhouse und zum Foraging Table passen würde. So außerhalb. So, so... Gartenbaumäßig. Hm. Haben wir noch irgendwie eine Station, die da hinpassen könnte? Das muss ja nicht mal... Warum ist das dann noch da? Das muss ja nicht mal unbedingt etwas von Foraging Universe sein. Das muss ja einfach nur da hinpassen und irgendeinen Nutzen haben. Obwohl selbst nicht mal unbedingt. Könnte auch ein cooles Möbelstück sein. Gucken wir mal, was wir noch so bauen können überhaupt. Armorworks haben wir jetzt. Der Quistallume. Genau, äh, das Spinnrad könnte da noch prima hinpassen. Das würde ich auf jeden Fall noch hier draufsetzen. So. Vielleicht noch mit einem kleinen Stuhl daneben. Wenn ich dran denke. Mal gucken, was noch hier geschrieben wird. Äh, WalleyeFX. Also der Entwickler arbeitet wieder daran. Es kam 2019 raus und war... Punkt, Punkt, Punkt. Aber die aktuelle sieht sehr geil aus. Okay, ich wusste nicht, dass da noch dran gearbeitet wird. Weil ich hab mitgekriegt, dass der zwischenzeitlich sehr lange Zeit nicht dran gearbeitet hat. Oder das... Und dann später das ganze Projekt nochmal neu gestartet hat. Also die erste Reihe von Cube World war ja so 2013, 14 oder so schon. Und dann ist einfach jahrelang nichts passiert. Halt bis 2019. Und da hab ich auch irgendwann mal im Stream so nebenbei gehört. Ja, äh, Cube World, da könnte wieder was kommen. Von Gronkh halt. Aber ich... Ich weiß auch nicht so viel, was in den Streams passiert. Beziehungsweise ich guck dir auch leider sehr unregelmäßig. Das heißt, da könnten durchaus mal Sachen gesagt worden sein. Und ich hab's einfach nicht mitgekriegt. Ist die Chance groß, dass ich das jemals hier bauen werde? Nein. Und wenn, dann kriegt das einen eigenen Raum als... Ach, der General Store. Den könnte man direkt draußen hinsetzen. Äh, wow. Has already a shopkeep and everything. Kann ich den einfach hier draußen hinsetzen? Also... Wann hab ich denn das hier hingesetzt? Wend mal, das könnte sogar einigermaßen okay aussehen. Wenn's hier... Ja. Oh, Schick-Coop. Aber ich glaub, das ist alles nur dekorativ. Expectable. Das hier scheint... Eher so... Ähm, wie heißen sie gleich nochmal? Äh, hier die... Die... Nova-Kit... Möbel zu sein. Und ein Water-Tower. Ich glaub, das Ding lohnt sich sogar mal. Stores ab zu 800 Water. Kennen... Scan for Info. Und ein Zugkopf. Be your own conductor. Also Zugführer. Aber der Rest ist sehr dekorativ. Hm. Ich wollte ja eigentlich mehr so... Gemütliche... So Fantasy-halbe Wohnung machen. Das hier ist mehr so... Ähm... Wild-West-Möbel. Die könnten auch noch einigermaßen da reinpassen. Ist jetzt aber überhaupt nicht das, was ich vorhatte und wollte. Ich könnte erstmal hier die Pipes zu Ende bauen und... Achso, Wundenpanels brauche ich ja noch. Ähm... Da würde ich erstmal hier ein bisschen gucken, ob hier noch irgendwas Cooles ist. Ach genau. So ein richtiges Regal zum Beispiel. Hanging, Zillofon, Strohballen. Ich glaub, vieles von den... Sachen, die ich so im Kopf hatte, die sind schon da. Shop-Counter. Ich glaube... Damit können wir uns vielleicht auch noch Händler herholen. Das könnte gut funktionieren. Wunden Shad. Oh, das sieht ziemlich cool aus, aber... Ein bisschen umständlich. Ah. Das könnte aber auch aus dem Mod sein. Werd locker. Farm Storage. Hm. Das ist alles mehr so Farming-Equipment. Das würde gut zum Greenhouse passen. Das könnte man so auf der anderen Seite... Wollte ich ja eh bauen. Könnte ich dort eher hinsetzen. So, Wundenpaneling brauchen wir eh noch ein bortiges Stück. So, jetzt sehe ich erstmal so 100. Waren es 100 oder sogar... Ne, es waren nur 50. Ist ja furchtbar. Und noch so ein paar Ornidwoods-Säulen. Dafür brauchen wir eventuell noch ein paar davon. Das Zeug alleine sah ja nicht so spektakulär aus, aber in Verbindung... Als Grundlage für das andere, da geht das schon. So. Cabin Roofing. Das war auch aus Holz. Ne, ich glaube, ich will ein Kupferdach haben oder sowas. Weiß ich noch nicht. So hundertprozentig. So, hier ist das. Aber ich brauche noch ein ordentliches Dachmaterial. Obwohl, da würde ich vielleicht auch ein... Ich bin nicht jetzt auf 450 gekommen. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Oder? So, wo sind denn jetzt hier die Woodpaneele? So, ich tue mal hier Sachen hier rein, damit das nicht die ganze Zeit da hinten spawnt. Die Sachen, mal gucken. Hier darf dann gerne was spawnen. Äh, spawn. Erscheinen. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele davon. Gut zu wissen, dass ich da auch mal wieder drauf aufpassen darf. So, erst mal hier. Aber ich will, ähm, hier erst mal. Vielleicht soll denn das hochgehen, das Zimmer. Also, mindestens nochmal zwei. Obwohl, nö, muss eigentlich nicht. Oder doch? Hm. Weil es könnte dann einfach zu groß wirken. Oder zu klein. Ich glaube, ich lasse es doch so, aber... Eventuell mache ich das Zimmer da drüber. Oder kleiner. Ich weiß gar nicht, was ich da drüber setzen möchte. Vielleicht ein Wohnzimmer oder so? So richtig mit Möbeln? Und ein Kolonität, das dann so meinen Mitbewohner simuliert. Den ich mir hier so angelacht habe. Temporärer Lebensgefährte oder so. So. Ja. Ähm. Das könnte natürlich auch interessant aussehen. Das Ornid Wood als... Ah. Und... Dann die Woodlocks als richtige Decke, so ähnlich wie ich das hier habe. Ich glaube doch, dass das ist, äh, Happy Accidents, oder wie das heißt bei Bob Wars. Ich gucke mal kurz, was im Chat steht. Ähm. 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 Ich will nichts davon gehört, aber erst wieder da. Mal sehen, was das nächste Update kommt. Ich finde die Nova Kids sehr cool. Leider haben die keine Lore in Starbound. Und Lore ist Geschichte hinter dem eigenen Charakter. Na, so wie ich das mitgekriegt habe, sind die Nova Kids das, was passiert ist, als der Creator gestorben ist. Also der, also die große Identität, die am Anfang noch so ein bisschen gezeigt wird. Der hat sich ja geopfert, damit, äh, das große Ding, was die Erde zerstört hat, äh, gefangen wird. Und dann ist aus seinen Resten, Überresten, wie auch immer, äh, die Nova Kid entstanden. Waren das nicht vier Rohre? Ach, das da unten geht hier und nicht oben weiter. Das würde aber noch so ein bisschen diese Leere füllen. Ich will, dass das hier weiter geht. Auch wenn das jetzt, äh, ja, krieg mal hin. So. So. Und hier oben. Und ich sehe gerade, da fehlt noch ein bisschen Wood Panel. Und dann ist das Zimmer tatsächlich fertig. Aber es hat richtig lange gedauert. Und so toll sieht es noch nicht aus, weil es halt noch ein bisschen langweilig und leer ist. Wir müssen unbedingt dekorative Gegenstände noch irgendwie hier reinbringen. Und es ist taktisch eigentlich ein bisschen unklug, ähm, dass das Ding hier unten ist, obwohl wir es ständig brauchen. Ich wollte ja hier noch nach dekorativen, ach so, das sind wirklich nur Türen, Lichtern. Ah, das sieht alles nicht so toll aus. Eine Öllampe ist tatsächlich noch mit das Atmosphärischste. Ähm, das vielleicht? Das hier kann ich nicht richtig einordnen, aber ich kann es mir auch nicht leisten. Genau, ein Bett. Wir müssen da noch unbedingt ein Wohnzimmer mit Bett oder so zusammen klamustern. Ähm, davon würde ich mal zwei probieren, ob die in... da unten reinpassen. Ansonsten kommen die schon irgendwo anders rein. Ähm, Ironshare. Ach so, Woodenshare. Ich wollte doch noch einen Stuhl einfach so an das Ding setzen, an das Spinnrad. Hier waren die ganzen Accounter. Stone Table. Sag mir nicht, dass du nicht einfach irgendeine Art von Stuhl hast. Hier hast du eine Wall Clock. Die könnte auf jeden Fall auch cool aussehen. Stuhl Stand. Woodenshare. Ja, komm, das reicht doch zu. Lektoriat. Das könnte man... Das sieht ein bisschen albern aus. Davon wollte ich auch noch zwei. Das Gegenstück zu dem, was unten dann wäre. Ja, mal gucken, ob das passt. So, mal kurz in den Chat gucken. Ah, okay. Eigentlich eine coole Geschichte, aber die hätten mehr ausbauen müssen. Ja, die sind ein bisschen zu kurz gekommen, weil sie auch ein bisschen spät erst in der Entwicklung drin waren. Das war irgendwie so ein Extended Goal, glaube ich. Oh Gott, die sind viel zu groß. Ich dachte, das wären so ein 2x2-Ding, was da noch so in die Ecke klatschen kann. Ne, da müsste ich jetzt alles umbauen, damit die hier reinpassen. Und ich zweifle gerade daran, ob die überhaupt hier reinpassen. Ich wette, das Holz-Ding ist auch viel zu groß. Ja, das ist das gleiche Problem. Und da ja die Leiter hier oben weitergehen soll, wenn mein zukünftiges Wohnzimmer oder was auch immer davon wird, da funktioniert das natürlich nicht. Achso, ich habe hier immer noch die Lampen. Mal gucken. Das Lektoriat. Anni, erst bei der Holzstuhl. Was ist der Stuhl? Ach, der wird hier sein. So. Jetzt kann ich hier sitzen und das Ding benutzen und spinnen. Ja, äh, nicht wirklich, aber zumindest ein bisschen Atmosphäre bringt das schon. Ähm, man könnte hier noch so einen Käfer reinsetzen irgendwie. Kann ich den hier draufstellen? Das wäre cool. Ja, nicht wirklich. Ich könnte hier höchstens ein Regal hinsetzen und das da draufsetzen. Das Lektoriat, dachte ich ursprünglich hier so in der Nähe von dem Ding. Aber jetzt vielleicht eher... Ne, da steht er einfach nur rum und das ist, äh... Nö. Die Uhr vielleicht hier schon hin? Damit man so weiß, wie spät es ist, während man arbeitet. Hm. Das ist noch zu tief. Ne, ähm, ich würde irgendwie gerne dekorativere Lampen als das, was ich gerade habe. Hier reinsetzen. Dann sollte das eigentlich schon okay aussehen. Und dann... Wie mache ich hier nach oben weiter? Welche Art von... So, vielleicht wie das Regal? Mit... Hier. Oder setze ich die Kupferleiter weiter? Ich glaube, ich setze die Kupferleiter weiter. Auch weil es sich wunderschön gerade spricht. Ja. Ach ne, dann kann man ja da... Dann... Hier kommen dann Woodlocks hin. Und eins als Decke. Oder ist die Decke gleichzeitig der Fußboden? Ich würde als Fußboden trotzdem noch mal den Online-Flur nehmen. Aber der wäre ja dann eigentlich auch gut geeignet. Oder nehme ich Timberwood? Timber als... Dann würde ich auch ein bisschen Holz sparen. Langfristig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm... Oh Gott. Konzentration. Aber... Wir kriegen Sinn. Ich weiß nicht, ob das... Überhaupt hier drin ist, aber... Weil ich so ein Gefühl habe... Würde ich das gerne... Ausprobieren. Eventuell habe ich das sowieso schon falsch gemacht. So, wie später haben wir es? Jetzt haben wir es gleich um eins. Okay, um eins würde ich dann wirklich langsam Schluss machen. Wie lange ist denn der Stream? Zwei Stunden... 26. Wow. Äh, ich mag deinen Baustil. Ja, äh, danke. Ähm... Ist halt so Dinge, die mir gerade so einfallen. Und überhaupt, weil ich auch Bock ausbauen hatte... Habe ich auch das Let's Play überhaupt erstmal angefangen. So, hier soll ja dann... Mache ich vielleicht doch dieses... Rückenholz als Unterboden. Also eins davon soll die Decke sein, wenn man sozusagen hier hochguckt. Und eins davon ist der Fußboden für das nächste. Aber ich will zwei Blöcke haben. Das soll der Fußboden fürs nächste sein. Ah, ich habe hier noch genügend Wundenlock. Wieso ist denn das hier so gespalten gewesen? Fragen über Fragen. Keiner kann es mir sagen. Hm. Ach, ich will endlich ein paar... Kann ich mir vielleicht ein paar Lichter doch noch erforschen? Ich habe doch so viele Forschungspunkte jetzt mittlerweile. So, wir gucken bei... Äh... Quaffmans. Die Florence ergeben mir nicht so viele Möbel hier. Darauf habe ich auch nicht so viel Bock. Hm, was ist das hier? Honey Construction. Auch weniger. Außerdem brauche ich da Honey Holz. Das habe ich noch nicht. Improved Wunden Construction. Oh, das könnte interessant sein. Sturdy Wood Fence. Dark Timber. Also ich habe hier dann unterschiedliche Farben. Oh, sowas wollte ich ursprünglich haben. Jetzt habe ich mich schon anders entschieden. Ähm... Witch Door. Aber das ist wahrscheinlich so ein dekoratives Ding wie vorher schon. Mhm. Old Timber. Wow, Wazeboot. Hm. Also dass ich das in unterschiedlichen Farben habe, ist schon interessant. Mit das interessanteste von dem ganzen Zeug hier überhaupt. Das hier könnte ich bauen, aber will ich das? Ich brauche mir bloß die kleinen Bildchen anzuschauen und ich weiß, dass ich das nicht will. Da komme ich eh nicht dran. Das habe ich schon. Skat Construction. Okay. Brauche ich einfach nur mehr Timber. Aber das hier sieht doch alles nicht aus, als wenn das aus Timber wäre, oder? Was ist denn das hier Feines? Das hier sieht aus wie zwei Stationen. Aber der zeigt mir nicht, welche das sind. Vielleicht, weil ich die nicht kriege? Hydrolium. Circuits. Okay. Das sind dann einfach nochmal Sachen, die aus diesem Mod sind. Der Baustil gefällt mir auch gerade überhaupt nicht, leider. Tut mir leid. Ähm, hier waren die ganzen Kupferlampen. Okay, was ist das hier Feines? Das kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich die Bank erweitere. Lava-Lampen. Also eine würde mir reichen. Die sehen nämlich mal wirklich hübsch aus. So, jetzt haben wir es gleich durch. Ja, ähm, die sehen alle leider sehr kaputt aus. Deswegen mag ich das Fenorox-Set auch nicht. Und... Bambu. Da braucht man Bambus. Hab ich nicht. Auf diesem Planeten. Kulinarische Art. Ah, Küche. Eine Kitchen-Counter. Eine Küche können wir noch uns bauen. Wenn ich mir das hier anschaue. Und dann eine erweiterte Küche. Und hier sind Farben und... Solche Geschichten dabei. Und Colony. Colony wollte ich eigentlich auch nochmal irgendwann machen. Allerdings... Auch das viel, viel später. Was ist denn das hier eigentlich Feines? Community Garden. Happiness. Okay. Jetzt habe ich immer noch keine Lichter gefunden, die ich will. Ich bin kurz davor einfach... nochmal... um den Planeten zu gehen. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Abendshandlung. Wir gehen noch einmal durch den Planeten und ich... ähm... bau da mal dieses kaputte Haus aus. Ähm... Stream läuft laut Twitch drei... Ja... Vier Stunden dreißig. Hm. Vier Stunden dreißig. Ist es gleich um eins. Ich will eigentlich langsam... auch aufhören. Es ist wirklich spät. Dann... Ist das okay, wenn wir langsam Schluss machen? Ich... Ich glaube... Ich bin auch langsam ein bisschen konzentrationslos. Ich dachte gerade hier ist eine Biene. Aber das ist hier nur, weil der Hintergrund fehlt. An dieser Stelle. Hey, es fängt an zu regnen. Mir ist... was aufgehört hat zu regnen. So. Ah, ich habe schon wieder Hunger. Und die wird schon wieder angegriffen. Ja. Ja. Ich ziehe jetzt doch nochmal durch, dass ich zumindestens... Ich glaube, das Haus ist auf der Seite schneller zu erreichen. Und vielleicht bin ich ja noch unterwegs ein paar Bienen oder... Andere Sachen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Aber hauptsächlich gucke ich nochmal... Nach Insekten. Und... Wenn ich das Haus erreicht habe... Dann nochmal nach Deko-Gegenständen. Diese Öllampe sieht eigentlich auch nicht schön aus. Aber die würde... Die würde es tun. Ach ja, wir haben doch die Alpaka-Typen hier. Na, ihr habt auch nicht so die geilen Möbel. Habe ich euch hier schon... Oh, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Oh, was haben wir denn hier? Ein... Habe ich das schon? Ich glaube, das habe ich schon. Ja. Dann... Lasse ich euch mal in Ruhe mit eurem Steintebel. Müsst ihr jetzt wirklich mal im Untergrund schauen. So, da unten stand gerade. Ähm, dann gehe ich auch pennen. Okay. Dann gehen wir pennen. Das ist durchaus eine interessante... Ah, hier haben wir noch solche Fackeln. Aber die interessieren mich auch nicht. Der Königstuhl. Den nehme ich jetzt nochmal mit. Den packe ich mir ins Wohnzimmer. Genauso wie die königliche Druhe da. Ja. Die Flagge vielleicht auch? Ja. Backpull. Okay. Ich dachte, sowas wie... Banner würde dann stehen. Ist das eine Biene? Ne, das ist keine Biene. Glaube ich. Das ist ein anderer Insekt. Okay. Ähm. Ich hoffe, ich denke dran. Aber ich werde jetzt einfach nur zu dem Haus gehen. Und mir die... Das nochmal grob anschauen. Ah, hier sind die Plattformen, die ich eigentlich vor uns haben wollte. Ich nehme mal ein paar mit. Wieso bin ich da jetzt durchgefallen? Okay. Okay. Könnten wir auch, ähm... Oh, Stone-Plattform. Habe ich jetzt auch gelernt. Danke. Das Ding könnten wir auch plündern für Baumaterialien. Aber wie viel Kupfer hier noch drin ist? Ähm... Das ist nur ein normaler Käfer. Das ist keine Biene. Da ist eine Biene. Oh Gott. Ich hoffe, ich trüge gerade das Pferd nicht. Ja, danke, dass du aus dem Weg gehst. Okay. Squash Queen. Ist okay. Buckshare. Das könnte noch eine Squash Queen sein. Ja. Buckshare. Okay. Der... Äh... Honeybee, oder? Obwohl, sieht rosa aus. Von her. Leafcutter. Okay. Lass mich in Ruhe. So. Leider keine Bienen mehr. Doch, doch, doch. Da ist noch eine. Sieht auch rosa aus. Wird auch Leafcutter sein. Ja. Die ist... Gelb. Also Honeyqueen. Äh, Honeyqueen. Honey Drohne. Oder Honey auf jeden Fall. Okay. Das Haus... Ähm... Gibt mir nur wenig Inspiration. Da ist ein... Es gibt nur ein paar Möbel, die durchaus so interessant sind. Die Toilette vielleicht. Ein Badezimmer. Das ist mindestens ein provisorisches. Hier haben wir noch einen... Ein Tisch, der durchaus interessant aussieht. Den nehm ich mal mit. Dieses Elchgeweih. Das ist eigentlich furchtbar, aber... Komm, das können wir auch mitnehmen. Simpel Wooden Stall. Das Bild kann ich noch mitnehmen. So. Kaputter Fernseher brauche ich nicht. Die Türen vielleicht? Ah, weiß ich nicht. Das Dach ist auch nicht so besonders. Aber die Toilette ist toll. So. Basic Toilet. Kann ich mir auch ein Basic Badezimmer bauen. So. Ich würde sagen, das war es jetzt wirklich. Was ist denn das hier Feines? Level Lock. Okay. Noch ein bisschen Geschichte erlesen am Ende. Also ihr könnt auf Pause drücken und das selbst durchlesen. Ich werde das jetzt nicht mehr tun. So. Escape. Save and Quit. Okay, das war es. Streamen ist lang genug. Ich habe... Bin jetzt auch ein bisschen müde. Wahrscheinlich werde ich trotzdem nicht gleich schlafen können, weil ich völlig überdreht bin für den heutigen Tag. Aber das ist mein eigenes Problem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst. Wahrscheinlich werde ich am Mittwoch streamen. Kann es aber nicht versprechen. Noch wahrscheinlicher ist, dass ich am nächsten Montag wieder streame. Also einfach, weil Montag sowieso mein Aufnahmetag ist. Und weil ich momentan gerade Lust auf dieses Display habe, würde ich dann wahrscheinlich das Let's Play dann weitermachen. Und... Ja. Wenn wir auf YouTube sind, dann sehen wir uns sowieso im nächsten YouTube-Video. Bis dahin. Und jetzt mal gucken, ob das mit den Tasten geht. Sonst seht ihr gleich wieder, wie ich den Discord mich auslocke. Und tschüss.